Die Welt roch nach Sonnenmilch, Pistazieneis und Sommer. Ein Duft, der sogar die Müdigkeit in Lillys Beinen auflöste. Vorhin im Freibad war sie genauso viele Bahnen geschwommen wie Enya, und das wollte etwas heißen. Lilli radelte an Bob vorbei, überholte dann Werry und schließlich Enya, gab Handzeichen und nahm die Abzweigung auf den alten Treidelpfad. Die Freundinnen folgten ihr und bogen ebenfalls ab. Der schmale Weg war holpriger als die Straße, aber er führte durch schattiges Gebüsch und vom Fluss wehte ein angenehm kühler Luftzug herauf. Am gegenüberliegenden Ufer ertönte das Schnattern einer Ente. Enya schnatterte zurück, und lachend fielen auch Lilli, Bob und Werry mit ein. Lilli verlangsamte ihr Tempo etwas, Enya heftete sich an ihre linke Seite, Bob und Werry holten rechts auf. In vollkommenem Gleichtag tradelten die wilden Küken nebeneinander her. Über ihnen wölbte sich ein wolkenloser Himmel, und auf dem unergründlich grünen Fluss schaukelten winzige Inseln gleißenden Lichts. Ein Windstoß erfasste Lillis Hühnerfeder, die sie wie auch die anderen drei wilden Küken an einem Lederband um den Hals trug. Lilli steckte das Bandenzeichen unter den Kragen ihres T-Shirts, hob den Blick und erschrak. Neben ihr bremsten auch Bob, Werry und Enya mit quietschenden Reifen. »Der ist ja riesig«, murmelte Enya. Mit angehaltenem Atem starrten alle vier auf einen Feuersalamander am Wegrand. »Eschreckt ihn nicht«, Enya legte den Finger auf die Lippen. »Und nicht anfassen, die haben eine giftige Haut.« Wie in Zeitlupe ließ sie ihr Rad auf den Treidelpfad sinken. Die anderen wilden Küken folgten Enyas Beispiel und näherten sich dem Tier Millimeter für Millimeter. »Ich mach ein Foto«, Werry zog ihr Smartphone aus der Tasche. Aber in diesem Moment durchfuhr ein Zucken das schwarz-gelb gemusterte Tier und druckartig verschwand es im hohen Gras. »Lasst uns weiterfahren«, schlug Bob vor. »Ich muss spätestens in einer Stunde zu Hause sein.« Auf ihrer Knubbelnase glitzerten winzige Schweißperlen. Bob gruselte sich vor allem Getier, das kroch, krabbelte oder sich schlängelte. Und seit Enya das mit der giftigen Haut gesagt hatte, stand sie wie versteinert am Wegrand. »Da ist er wieder«, gebückt huschten Enya und Werry gleichzeitig auf einige Erlenbäume am Ufer zu. »Komm«, Lilli nahm Bobs Hand. »Ich hab noch nie einen Feuersalamander aus der Nähe gesehen. Oder willst du allein hier rumstehen?« »Innes un caso«, Bob griff nach Lillys Hand. »Auf gar keinen Fall!« Bobs Mutter war Italienerin und führte zusammen mit Bobs Großmutter die Gelateria Cantarella. Und auch wenn Bob nicht richtig Italienisch konnte, so rutschten jedoch immer mal wieder ein paar Wörter dazwischen. Ohne Lilli loszulassen, folgte Bob ihr durchs hohe, dürre Gras in den Schatten der Bäume. Unter ihren Füßen knirschten vertrocknete Erlenzapfen. Bob hielt die Luft an und umklammerte Lillys Hand noch etwas fester. Weiter flussabwärts erhob sich kreischend eine Möwe vom Gelände der schmalen Hängebrücke und landete am gegenüberliegenden Ufer auf dem Giebel eines Bootshauses. Ruderclub e.V. las Lilli die verblichenen Buchstaben. »Hier, hier!« Enya winkte Werry zu sich, die erneut die Kamera ihres Smartphones aktivierte. Lilli und Bob schlichen sich ebenfalls näher und reckten die Köpfe über Enyas und Werrys Schultern. Kurz vernahm Lilli vom Fluss her ein Plätschern, war aber viel zu konzentriert auf das schwarz-gelbe Tier, das reglos zwischen den trockenen Halmen lag, als würde es sich totstellen. Werrys Smartphone piepste. Verwundert beugte Enya sich über den Salamander. »Der ist nicht?« Nicht echt, wollte sie wohl sagen, aber in diesem Moment passierten mehrere Sachen gleichzeitig. Vom Fluss herauf ertönte eine Stimme. »Vorsicht! Das ist eine Falle!« Noch bevor die wilden Küken erkennen konnten, wer sie da warnte, fiel aus den Ästen der Erle ein nasses Netz auf sie herab. Alle vier schrien auf und schlugen um sich. Lilli blieb vor Schreck die Luft weg. Sie versuchte, sich die Maschen vom Gesicht zu reißen, stolperte aber und konnte sich jetzt gar nicht mehr bewegen. Bob lag neben ihr auf dem Bauch und strampelte wie wild, was allerdings nur bewirkte, dass sich alle noch schlimmer verhedderten. Werry rief, sie hätte ihr Handy verloren, und Enya wiederholte immer panischer, dass sich alle ruhig verhalten sollten. Ein ekliger Geruch stieg Lilli in die Nase. »Ih! Das stinkt nach Fisch!« »Oder nach Meerjungfrauen!« Diese Stimme kannte Lilli. Mit Mühe drehte sie den Kopf nach oben. Es ziepte in ihren Mahagunifarbenen Locken und das Netz schnitt ihr tief in die Wange. »Hallo, Oberküken!« Hoch über Lilli hockte Ole im Geäst und grinste. Und links und rechts von ihm grinsten Mitch und Little. Die Grottenolme. Wie Lilli, Bob, Werry und Enya waren auch die drei Jungs eine Bande. Vergeblich zerrte Lilli an dem Netz, als plötzlich ein Gesicht über Enyas Schulter erschien. »Erik?« Lilli traute ihren Augen nicht. Hatte sie vor lauter Sauerstoffmangel schon Halluzinationen? »Erik!« rief jetzt auch Ole oben im Baum. »Misch du dich da nicht ein!« Ohne Ole weiter zu beachten, befreite Erik die wilden Küken mit ein paar geschickten Handgriffen. Seit ihre Jahrgangsstufe neu eingeteilt worden war, ging Erik in Lillis Klasse. Er saß jetzt schon mehrere Tage in der letzten Bankreihe, ohne dass Lilli auch nur ein Wort mit ihm gewechselt hatte. Und jetzt befreite er ihren Fuß aus dem stinkenden Fischernetz, packte ihre Hand und half ihr hoch. Lilli wollte sich gerade bei ihm bedanken, da prasselte eine kalte Dusche auf ihn herab. Die wilden Küken waren erschrocken zurückgewichen und hatten nur ein paar Tropfen abbekommen, aber Erik stand da wie ein begossener Pudel. Aus seinen blonden Haaren troff Wasser, genauso aus den Ärmeln seines Trikots und den Beinen seiner Trainingshose. Hau ab mit deinem blöden Kajak! Ole warf einen leeren Eimer nach Erik und sprang aus dem Baum. Gleich nach ihm landeten Mitch und Lidl im Gras. Das ist kein Kajak, verbesserte Lidl seinen Bruder, sondern ein Einer, also ein von einer Person gerudertes Ruderboot. Der Einer ist eine anerkannte olympische Bootsklasse. Er zeigte auf das lange, schmale Boot, das am Flussufer verteut lag. Lidl hieß eigentlich Linus. Er war Oles Zwillingsbruder und eine wahre Intelligenzbestie. Egal ob wichtig oder unwichtig, Lidl speicherte jede Information sofort für immer und ewig in seinem Computergehirn ab. Ole und Lidl waren zweieieige Zwillinge, sodass man sie gut unterscheiden konnte. Das Blau von Oles Augen war viel dunkler und viel blauer und manchmal träumte Lidl davon. Jetzt aber schäumte sie vor Wut. Da konnten seine Augen noch so dunkelblau sein. Lili bückte sich nach dem Eimer und stülpte ihn Ole kurzerhand über den Kopf. Ole riss ihn sich sofort wieder herunter und schleuderte ihn jähzornig auf den Boden. Lili befürchtete schon, Ole würde eine Rauferei anfangen, aber die Grottenolme waren nur zu dritt und ihnen gegenüber standen vier wilde Küken samt unerwarteten Beschützer, der selbst Wery noch eine Handbreit überragte. Und Erik war nicht nur groß, sondern auch durchtrainiert. Eine gefühlte Ewigkeit standen die Grottenolme ratlos vor dieser Übermacht. Schließlich bückte Mitch sich nach dem am Boden liegenden Smartphone und reichte es Wery. Hier, dein Handy, Schätzchen! Wery hob ihr spitzes Kinn, hakte sich bei Erik unter und legte ihren blonden Kopf an seine Schulter. Machst du grad mal ein Foto von uns und unserem Retter, Schätzchen? Eingeschnappt drückte Mitch ihr das Telefon in die Hand. Ole hob einen Nylonfaden auf, der im Gras gelegen hatte, und wickelte ihn zusammen. Der daran befestigte Feuersalamander rutschte auf ihn zu. Aber auf den seid ihr voll reingefallen! Er schlenkerte das Gummitier hin und her. Die wilden Küken rümpften verächtlich die Nase. Erik, der den Salamander vorhin von seinem Boot aus nicht gesehen hatte, betrachtete das Tier neugierig. Doch plötzlich stieß er einen Schrei aus und sprang zurück. Ole hatte das Gummitier mit den Händen zusammengequetscht und aus dem Maul des Feuersalamanders schoss ein Wasserstrahl direkt in Eriks Gesicht. Die ganze Zeit war Erik ruhig geblieben. Aber jetzt verpasste er Ole einen Schubs, der davon rücklings gegen seinen Bruder prallte. Lidl konnte den Schwung nicht abfangen, torkelte nach hinten und fiel der Länge nach auf das im Gras liegende Fischernetz. Äh, Fischspatzel! Ole warf sich mit ganzer Kraft gegen Erik, packte ihn an den Schultern, stellte ihm ein Bein und brachte ihn so zu Fall. Erik wollte sich aufrappeln, rutschte aber im nassen Gras aus. Lilly sprang ihm bei und erwischte seine Hand, strauchelte aber selbst und schlitterte zusammen mit Erik die Böschung hinunter aufs Wasser zu. Kurz bevor sie im Fluss landeten, blieben sie im Uferschlamm stecken. Lilly versuchte aufzustehen, aber ihr Fuß versank bis zur Wade im Morast. Auch Erik sackte immer wieder knietief ein. Er griff mit einer Hand nach einem Grasbüschel und streckte Lilly die andere helfend entgegen. Oben erschienen die besorgten Gesichter ihrer Freundinnen und ein paar Meter weiter tauchten Ole und seine beiden Jungs auf. Lilly streckte sich und erwischte Eriks Hand. Er zog, aber Lillys schlammige Finger rutschten aus seinem Griff. Sie glitt erneut aus und landete mit dem Hintern im Schlick. »Da ist sie, die neue Weltmeisterin im gemischten Schlammketschen!« kröhte Mitch wie ein Sportreporter. Ole grinste und pfiff durch die Zähne, wie Jungs es tun, wenn sie ein besonders hübsches Mädchen sehen. Dann wandte er sich an Erik. »Wir zwei haben noch eine Rechnung offen!« Lilly hatte sich aufgerappelt und kochte vor Wut. Sie wollte sich auf Ole stürzen, verlor dabei aber erneut das Gleichgewicht und musste sich an Erik klammern, um nicht in den Fluss zu rutschen. Enja, Bob und Ferry halfen Lilly und Erik die Böschung hinauf. Endlich oben angekommen, schüttelte Lilly sich Schlammbrocken aus den Haaren und schaute sich um. »Wo ist er?« »Ole?« »Getürmt!« Bob wies mit der ausgestreckten Hand auf die schmale Hängebrücke, die gerade von drei Fahrradfahrern überquert wurde. »Diese Feiglinge!« Lilly drohte erst mit ihrer morastigen Faust den flüchtenden Olmen hinterher und hielt sich die Hand dann angewidert unter die Nase. »Bäh!« »Wie das stinkt!« Erik zupfte mit schiefem Lächeln an seinem von oben bis unten mit Schlamm verschmierten Trikot. »So kann ich nicht in meinen Pinguin.« Er schaute von seinem Ruderboot, das ein paar Meter von der morastigen Uferstelle entfernt an einer Wurzel festgebunden war, zu den wilden Küken. »Helft ihr mir tragen?« Gemeinsam hieften Erik und die wilden Küken den Einer ans Ufer. Hier im Gras wirkte das Boot noch länger als auf dem Wasser. Am spitz zulaufenden Bug war eine kleine orangefarbene Kugel angebracht. Erik bemerkte Lillys Blick. »Das ist der Bugball. Und dahinter, in dieser Halterung, kommt bei einer Regatta die Startnummer.« »Der Bugball! Wie interessant!« Lilly lächelte ein wenig dümmlich und ärgerte sich gleichzeitig über sich selbst. Als Rahmschutz und als Markierungspunkt für die Auswertung des Zielfotos. Erik hob das hintere Ende des Bootes hoch, Lilly packte am Bug an und Enya in der Mitte. Bob und Weri schoben die Fahrräder. »Hast du den gemalt, Erik?« Enya zeigte auf den schwimmenden Pinguinen zwischen den Rennstreifen auf der Bootswand. Erik nickte. »Ich hab das Boot Pinguin getauft, weil Pinguine die schnellsten Schwimmvögel sind,« kam Enya ihm lächelnd zuvor. »Dafür können sie nicht fliegen!« Lilly stemmte den Bug hoch und wechselte die Schulter. Erik grinste. »Im Wasser schon. Und wenn ich mit meinem Pinguin übers Wasser rudere, dann ist es auch ein bisschen wie Fliegen.« Die Karawane aus einem Boot und vier Fahrrädern überquerte den Fluss auf der Brücke, über die sich die Grottenäume vorhin aus dem Staub gemacht hatten. Bob und Weri stellten die Räder ab und endlich konnten auch Lilly, Enya und Erik den Pinguin im Gras absetzen. Erik holte fünf Flaschen Limonade aus dem Bootshaus. Gnadenlos brannte die Nachmittagssonne vom Himmel und Lillys Haut juckte erbärmlich vom eingetrockneten Schlamm. Erschöpft und erhitzt, trank sie in hastigen Schlucken. »Wenn du willst, kannst du hier duschen!« Erik wies auf eine aus Brettern gezimmerte Duschkabine an der Seitenwand. Lilly kratzte sich Lehmkruste von den Armen. »Und du?« »Ladies first!« Erik verschwand erneut im Bootshaus. »Ich kann dir auch Ersatzklamotten leihen!« Lilly zögerte zwar, aber als sie dann unter der Dusche stand und das Wasser auf sie herabrieselte, fühlte sie sich wie neu geboren. Weri reichte Lilly ihre Badetasche über die Bretterwand, Lilly trocknete sich ab und zog ihren Bikini an. Wie ein Butler stand Erik zwischen dem auf der Wiese liegenden Pinguin und dem Eingang des Bootshauses. Über seinem Arm hing ein dunkelblauer Trainingsanzug. »Ich habe immer ein paar Ersatzklamotten im Spind.« Er deutete über seine Schulter hinweg ins Bootshaus und verschwand nun seinerseits unter der Dusche. Der Trainingsanzug war Lilly viel zu groß. Also krempelte sie lachend Ärmel und Beine hoch und setzte sich zu ihren Freundinnen in den Schatten. Kurz darauf gesellte sich auch Erik dazu. Er trug normale Straßenkleidung und ein Handtuch um den Nacken. In seinen Haaren und sogar auf seinen Wimpern hingen noch ein paar winzige Wassertropfen. »Mareike und Denise haben erzählt, dass ihr eine Bande seid.« »Ja, die wilden Küken«, nickte Lilly stolz. Und Bob ergänzte, »und Lilly ist unser Oberküken.« Enja flocht sich Zöpfchen in ihre pechschwarzen Haare. »Ruderst du schon lange, Erik?« »Seit dreieinhalb Jahren«, erwiderte dieser und erzählte von seinen Pokalen und von einer bevorstehenden Regatta in seiner Altersklasse. »Mein Coach sagt, ich hätte gute Chancen, den Titel zu holen.« Schließlich klingelte Bobs Handy und kurz darauf verabschiedete sie sich, weil sie nach Hause musste, um in der Gelateria auszuhelfen. Bobs Vater konnte seiner Frau in der Eistille nur nach Feierabend unter die Arme greifen, musste als Elektriker einer großen Firma aber häufig Überstunden machen. Und Julia, Bobs ältere Schwester, wohnte nicht mehr zu Hause, sondern mit ihrem Freund Justin zusammen. Außerdem ging sie an die Hochschule und hatte nie Zeit, weil sie dauernd für irgendeine Prüfung lernen musste. »Ciao!« Bob stieg auf ihr Rad. »Warte, ich komm mit!« Verri hob ihr Rad auf. »Dann kann ich vor dem Cheerleader-Training noch kurz nach Hause.« Bob schwang sich schon in den Sattel. »Und ihr?« Enja und Lilly sahen sich kurz an, während Erik sich erhob. »Ihr könnt mir noch helfen, mein Boot zu verstauen. Ich schaff das aber auch allein. Mach ich ja sonst auch.« »Nein, nein!« sagte Enja. »Gerne!« sagte Lilly. Bob und Verri winkten und radelten los, während Erik, Enja und Lilly das Boot ins Bootshaus schafften. An die gemauerten Innenräume schloss sich ein schmaler, links und rechts von schwimmenden, stegengesäumter Kanal an, der an der Stirnseite des Bootshauses unter zwei geschlossenen Torflügeln hindurch auf den Fluss hinausführte. An den Wänden hingen verschiedene Ruder und Boote. Mehrere Einer, einige Vierer und sogar ein Achter. Lilly und Erik hängten den Pinguinen eine freie Halterung. Enja sah sich um. »Wo kann ich denn die leeren Flaschen abstellen?« Erik zeigte auf eine Tür. Enja verschwand in einem Nebenraum und klapperte dort mit den Flaschen. Eine Weile standen Erik und Lilly allein auf dem leicht schwankenden Steg. Unter den Torflügeln hindurch flutete das Sonnenlicht ins Bootshaus und ließ das Wasser zu ihren Füßen schimmern wie Gold. Ein Widerschein davon leuchtete auf Eriks hellblauen Augen. »Wir sichern sie immer noch zusätzlich, damit die Boote nicht an der Wand scheuern. Hier drin zieht es manchmal wie Hechtsuppe.« Erik griff nach einem losen Stück Seil an der vorderen Halterung und wies auf ein entsprechendes Seilstück an der hinteren. »Mach es mir einfach nach.« Er fing an, einen Knoten zu schlingen. Lilly armte seine Bewegungen mit ihrem Seilstück nach und knüpfte den gleichen Knoten. »Und jetzt festziehen!« Lilly zog, die losen Schlingen schlossen sich und zurrten das Boot fest. Mit wenigen Schritten kam Erik auf Lilly zu und klopfte ihr auf die Schulter. »Gut gemacht! Mein erster Palstick war lange nicht so perfekt.« »Palstick?« wiederholte Lilly und war ganz von Stolz erfüllt. »Der König aller Knoten!« Erik wandte sich von Lilly ab, ging auf dem schmalen Steg Richtung Ausgang und sah sich nach ihr um. »Es gibt nicht nur den Palstick, sondern auch Affenfaust und Fischerknoten und jede Menge andere. Ich kann dir ja mal ein paar beibringen.« »Was kriegst du eigentlich für die Limo?« Enja kam aus dem Nebenraum. »Das Sparschwein auf dem Kühlschrank ist doch die Getränkekasse, oder?« »Das geht auf mich!« Erik lächelte Enja nett an. »Diesmal!« »Wir sollen dich also noch öfter besuchen?« Enja sprach laut aus, was Lilly gerade gedacht hatte. »Wenn ihr mögt!« Erik schob sein Fahrrad hinaus auf die Wiese und verschloss dann sorgfältig die Außentür des Bootshauses. Ein kurzes Stück radelte Erik noch neben Enja und Lilly her, dann bog er winkend ab. Die beiden wilden Küken fuhren weiter bis zum Stadtbrunnen wo sich auch ihre Wege trennten. Während der ganzen Fahrt redeten sie über die Grottenolme, über Feuersalamander Hühner und die Preise für Hühnerfutter, über dies und das und alles Mögliche. Nur über Erik verloren sie kein einziges Wort. Lilly hörte Sneaker schon bellen, als sie in ihre Straße einbog. Sneaker war Lillys Hund und gehörte zur Familie, die noch aus Lillys Vater und seiner Frau Luisa bestand. Lillys Mutter hieß Nadja. Aber die beiden waren nie so richtig Mutter und Tochter gewesen. Lilly hatte sie erst im letzten Jahr kennengelernt, seither waren sie zumindest so etwas wie gute Freundinnen geworden. Trotzdem, elf Jahre lang hatte Nadja sie im Stich gelassen und das tat Lilly im Innersten immer noch weh. Als Tänzerin war Nadja viel im Ausland unterwegs und wenn sie und ihre Tanzkompanie gerade kein Engagement in irgendeinem Theater hatten, bereiste sie mit ihrem Motorrad die halbe Welt. Daheim begrüßte Lilly erst ihren Hund, dann ihren Vater in seiner Schreinerwerkstatt und lief danach hinauf in ihr Zimmer. Rasch zog sie sich um, ging rüber in Luisas Arbeitszimmer und zeigte ihr das Wäschezeichen in Eriks Trainingsanzug. Der darf doch in die Maschine? Wo hast du den denn her? Luisa blickte von dem Englischtest auf, den sie gerade korrigierte. Lilly entschied sich, nicht die ganze Wahrheit zu erzählen und ließ weg, dass sie durch Ohles Verschulden fast in den Fluss gefallen wäre. Bekanntermaßen reagierten Erziehungsberechtigte ja immer allergisch auf alles, was sich irgendwie gefährlich anhörte. Luisa war nicht nur die Frau von Lillis Vater, sondern auch Bobs Tante und außerdem Lehrerin an Lillis Schule. Englisch und Chemie, nicht gerade Lillis Lieblingsfächer. Der Trainingsanzug darf in die Waschmaschine, aber nicht in den Trockner. Luisa wandte sich wieder dem Englischtest zu. Aber steck den Korb Buntwäsche dazu, der auf der Kellertreppe steht, damit die Maschine nicht fast leer läuft. Lilly wandte sich schon zum Gehen. Da blieb ihr Blick an einem Foto hängen, das zwischen Luisas Schulzeug hervorlugte. Das ist ja Mr. Wilson! Im gleichen Moment flog die Tür auf und mit einem Schärchen frisch gepflückter Brombeeren in der Hand kam Lillis Vater hereingestürmt. An seinem Arbeitshemd klebte Sägemehl und zwischen seinen langen, zu einem Zopf zusammengebundenen Haaren kräuselten sich winzige Späne. »Kleine Stärkung, du Streberin!« Er stellte das Schälchen vor Luisa auf den Tisch. »Mh, wen haben wir denn da?« Mit zwei Fingern fischte er das Foto von Mr. Wilson zwischen Luisas Schulbüchern heraus. Er zog etwas übertrieben eine Augenbraue hoch und zwinkerte schnell zu Lilly herüber. »Und?« »Wie heißt unser neuer Schwarm?« »Eric«, dachte Lilly spontan und wurde rot, obwohl sie es nicht laut gesagt hatte und obwohl es ja auch gar nicht stimmte. Eriks Name war ihr beim Denken nur so rausgerutscht, wahrscheinlich, weil sie gerade seinen Trainingsanzug in der Hand hielt. Luisa steckte sich eine Brombeere in den Mund. »Das ist ein neuer Kollege, amerikanischer Muttersprachler. William A. Wilson, Deutsch und Englisch. Lilly hat ihn in Deutsch.« »Und was bedeutet das A?« fragte Lillys Vater. »Aden«, Luisa lächelte. »William Aden Wilson.« Lillys Vater hielt seiner Tochter das Foto des jungen Lehrers hin. »Und wie ist der so?« »Nett«, Lilly zuckte die Schultern. Viel konnte sie über Mr. Wilson nicht sagen, da sie ihn erst seit der Klassenzusammenlegung vor ein paar Tagen kannte. Genauso lange wie er...« Sie schüttelte unmerklich den Kopf. Schon wieder geisterte Eric durch ihre Gedanken. »Ich bin doch für die Homepage der Schule zuständig, deshalb musste ich das Foto einscannen«, erklärte Luisa und aß schnell nacheinander alle Brombeeren auf. Täuschte Lilly sich oder standen da wirklich Tränen in Luisas Augen? Lilly täuschte sich nicht. Luisa blinzelte rasch ein paar Mal und Lillys Vater nahm sie besorgt an den Schultern. »Was ist denn mit dir?« Luisa biss sich auf die Lippen und streckte eine Hand nach Lilly aus. »Stefan, Lilly, ich wollte euch das schon lange sagen.« Luisa umarmte sie beide. Ihr Kind zitterte. Aber dann lachte sie, sprang auf und trat ans Fenster. »Was meint ihr? Ob ich mir nicht neue Vorhänge kaufen sollte? Die hier sind so dunkel. Ich meine, vielleicht sonnengelbe oder wiesengrüne?« »Das wolltest du uns schon lange sagen?« Lillys Vater berührte verwundert die Vorhänge. »Und wie süß die Brombeeren waren. Und wie süß von dir sie mir zu bringen. Und dass ich dich liebe.« Luisa zog Lillys Vater zu sich und küsste ihn so leidenschaftlich, dass Lilly sich lieber ganz schnell verdrückte. Am nächsten Morgen holte Lilly noch vor dem Frühstück Eriks Trainingsanzug aus der Waschmaschine und hängte ihn im Garten an die Wäscheleine. Dann aß sie in Windeseile zwei Scheiben Buttertoast, stürzte ein Glas Saft runter und machte sich ungewöhnlich früh auf den Schulweg. Meistens kam Lilly als letzte der wilden Küken an der Schule an, aber heute war sie sicher die erste. Sie schwang sich vom Fahrrad, schob es in die Fahrradhalle und sah sich suchend um. Bernadette rannte zeternd hinter Melvin und Adrian her, die sich mit Bernadettes Trinkflasche und Brotbüchse aus dem Staub machten. Lilly ließ ihren Blick über die Fahrräder schweifen, konnte Eriks aber nirgends entdecken. Sie hoffte ihn noch vor Unterrichtsbeginn anzutreffen. Dann könnte sie ihn fragen, wo er wohnte und ihm am Nachmittag auf dem Weg zum täglichen Bandentreff den frisch gewaschenen Trainingsanzug vorbeibringen. Überrascht blieb Lillys Blick an einem Geländefahrrad mit Federgabel hängen. Enyas Mountainbike. Lilly war also doch nicht die erste. Sie nahm ihre Schultasche vom Gepäckträger und lief Richtung Schulhaus. In der Aula überprüfte sie kurz die Vertretungspläne auf dem Infobildschirm. Für ihre Klasse gab es keine Änderungen. Lilly wollte schon weiter, als sie einen Aushang am schwarzen Brett entdeckte. Theater AG stand da in großen Buchstaben und darunter in Klammern Sekundarstufe 1. Darauf folgten zwölf durchnummerierte Zeilen. In der ersten Zeile leuchtete in rosarotem Filzstift Mareikes Name. Und darunter las Lilly Denise Kumpfmüller. Die restlichen Zeilen waren frei. Fast musste Lilly lachen. Ausgerechnet die beiden schlimmsten Zicken ihrer Klasse in einer Theatergruppe. Da konnten Mareike und Denise lange warten, dass sich da noch jemand eintragen würde. Wer wollte schon in eine Zicken-AG? Lilly hatte gerade die ersten Stufen hinter sich gelassen. Da segelte von oben etwas durchs Treppenhaus und landete direkt vor ihren Füßen. Sie bückte sich und betrachtete das gehäkelte Band, aus dem ein loses Ende Wolle hing. Im gleichen Augenblick hörte sie zwei Stockwerke über sich, auch schon das schrille Gelächter von Denise und Mareike und dazwischen Enyas wütende Stimme. Lilly wickelte eilig den Faden um das Häkelband, stopfte es in die Hosentasche und jagte weiter nach oben. Schweinchen in der Mitte! Denise schleuderte ein dickes Wollknäuel über Enyas Kopf hinweg zu Mareike. Vergeblich hechtete Enya zwischen den beiden hin und her. Ich geb dir gleich ein Schweinchen, du Zicke! Lilly schnappte Mareike die festgewickelte Wolle weg. Enya, duck dich! Lilly holte aus und pfefferte das schwere Knäuel mit voller Wucht auf Denise. Aber genau im Augenblick des Abwurfs versetzte Mareike Lilly einen Stoß und das Knäuel flog nicht wie beabsichtigt Richtung Denise, sondern Lilly schlug sich vor Schreck die Hand vor den Mund. Das Wollknäuel prallte mit dumpfem Geräusch gegen Frau Schleis Stirn, die soeben um die Ecke kam. Die Lehrerin riss die Hände nach oben, ein Stapel mathematischer Formelsammlungen flog durch die Luft und verteilte sich fächerförmig auf dem Boden. Frau Schley bückte sich nach dem Knäuel und begutachtete es wie ein Staatsanwalt das entscheidende Beweisstück. »Enya, ist das deine Wolle?« »Enya kann nichts dafür! Ich hab geworfen, aber...« Lilly stutzte. Anstatt sich aufzuregen und Verweise zu verteilen, lächelte Frau Schley über Lillys Kopf hinweg Richtung Treppe und ließ die Wolle fallen. Lilly und Enya und auch Mareike und Denise reckten die Hälse, um zu sehen, was Frau Schley in dieser Situation ein so nettes Lächeln auf die Lippen zauberte. Mr. Wilson kam mit federnden Schritten die Treppe herauf, in einer Hand einen bunten Blumenstrauß, in der anderen seine abgegriffene, lederne Schultasche. Als er die verstreuten Formelsammlungen bemerkte, runzelte er die Stirn. »Seht ihr denn nicht, dass Frau Schley etwas runtergefallen ist? Bücher und Wolle!« In Windeseile hoben die Mädchen die Bücher auf, während Mr. Wilson mit seinem Blumenstrauß auf Frau Schley zusteuerte. »Für mich?« Überrascht und geschmeichelt zugleich faltete Frau Schley ihre Hände vor die Brust. »Aber ich hab doch gar nicht Geburtstag!« »Eigentlich ist es Unterrichtsmaterial.« Mr. Wilson legte bedauernd den Kopf zur Seite. »Meine Schüler dürfen heute ein Blumengedicht verfassen, aber die hier...« Er zog eine einzelne Rose aus dem Strauß. »Die ist für Sie, Frau Kollegin.« »Wie sagt es Shakespeare in seinem Sonett so schön?« Mit etwas übertrieben gespieltem Charme reichte er die Blume und deklamierte einige Gedichtzeilen auf Englisch. Alle starrten ihn verblüfft an, auch Frau Schley. Leicht verunsichert nahm sie die Blume. »Mr. Wilson, ich unterrichte Mathematik. Mein Englisch ist etwas eingerostet.« Mr. Wilson lächelte. »Ich bewundere Mathematiklehrer. Zahlen, Formeln, die reine Lehre. Und es gibt immer ein richtig oder falsch.« Er dachte kurz nach und zitierte dann die Übersetzung der Gedichtzeilen. Wie, um sich selbst zu erinnern, was er als nächstes zu tun hatte, wies er mit dem Blumenstrauß Richtung Klassenzimmer und marschierte darauf zu. Mit offenen Mündern schauten ihm nicht nur Mareike, Denise, Lilly und Enja hinterher, sondern auch Frau Schley. Wortlos nahm sie Denise den Stapel Formelsammlungen aus der Hand, legte ihre Blume oben auf und schwebte die Treppe hinunter. Auf dem Weg ins Klassenzimmer gab Lilly Enja das Häkelband aus ihrer Hosentasche. »Was wird das denn?« »Ach, nur so ein Schweißband fürs Handgelenk, wie Tennisspieler es haben.« Achtlos stopfte Enja das Band zu ihren Häkelsachen in den Schulrucksack. Als wäre der Pausengong nach der Doppelstunde Deutsch der Startschuss für ein Wettrennen, sprangen alle Schüler auf und strömten aus dem Klassenzimmer. Bevor Mr. Wilson auch Lilly in die Pause entließ, lobte er sie für ihr Blumengedicht. Lilly stand mit ihm auf dem Gang und beobachtete, wie Mareike und Denise mit Erik die Treppe hinuntergingen. Mareike tänzelte um Erik herum und cremte sich ihre Lippen ein, sodass sie noch rosa-roter glänzten als ohnehin schon, und Denise steckte sich mit zwei goldenen Kämmen ihre blonden Haare hoch. »Lilly?« Mr. Wilson neigte den Kopf in ihre Richtung. »Hörst du mir überhaupt zu? Ich hab dich gefragt, ob du nicht auch bei der Theater AG mitmachen willst.« Lilly schüttelte den Kopf und verabschiedete sich eilig. In der Aula überboten Bob, Verri und Enja sich mit Ideen, wie die wilden Küken den Grottenolmen die Nummer mit dem Feuersalamann daheim zahlen könnten. Doch Lilly war nicht richtig bei der Sache. Immer wieder hielt sie Ausschau nach Erik, entdeckte ihn aber erst kurz vor Pausenende. Er stand mit Mareike und Denise unter dem Infobildschirm. »Wir könnten sie doch wieder mal in ihrem Bandenquartier erschrecken,« sagte Verri gerade. Und Bob antwortete, »bei der Hitze sind sie öfter im Schwimmbad als im Keltenwald. Und ich muss immerzu in der Eisdiele aushelfen. Da habe ich keine Lust, stundenlang in der Grottenolmgrotte darauf zu warten, die Jungs zu erschrecken.« »Stimmt,« sagte Verri. »Wir bräuchten etwas, das auch funktioniert, ohne dass wir dort sind.« Lilly lief ihren Freundinnen voraus durch die Aula. Mareike und Denise lachten sich gerade schäckig über irgendeine Bemerkung von Erik. Die wilden Küken näherten sich ihnen auf Hörweite. »Wieso essen Vegetarier Hasenbraten?«, fragte Erik grinsend. Mareike und Denise sahen ihn achselzuckend an. »Aus Rache, weil die ihnen immer die Karotten wegfressen.« »Du bist so witzig. Du solltest wirklich bei uns mitmachen.« Mareike zeigte auf die Liste für die Theater-AG. »Theater? Das ist nichts für mich. Aber ich kenne noch einen.« Erik kratzte sich am Kopf. »Äh, wie ging der jetzt gleich wieder? Ah ja, wie nennt man einen dicken Vegetarier?« Erik blies die Backen auf und streckte den Bauch raus. »Keine Ahnung?«, kicherte Denise und Mareike himmelte ihn an. »Du hast echt schauspielerisches Talent.« »Biotonne!«, platzte Erik heraus und löste damit einen erneuten Lachanfall der Zicken aus. Lili wollte Enya noch zurückhalten, aber es war zu spät. Voller Empörung pflanzte sie sich vor Erik auf. »Und weißt du, wie man Fleischfresser nennt?« Alle schauten Enya erwartungsvoll an, aber ganz offensichtlich kannte sie überhaupt keinen Witz über Fleischfresser. Mehrmals hintereinander holte sie Luft, ohne etwas zu sagen. »Müllschlucker!«, sprang Bob ihr schließlich bei und zog sie etwas beiseite. »Das ist kein Müll!«, Erik biss in sein Würstchen. »Das ist lecker!«, wütend funkelte Enya Erik aus ihren schwarzen Augen an, während Verri ihr beruhigend den Arm um die Schultern legte. Enya war die einzige Vegetarierin bei den wilden Küken, aber wenn die anderen mal einen Hamburger aßen oder eine Currywurst, regte sie sich nie so auf wie jetzt. Allerdings machten Enyas Freundinnen noch keine Witze darüber. Ohne sich weiter um die Küken zu kümmern, hielt Mareike Erik ihren rosaroten Füller hin. »Jetzt komm schon! Das wird sicher lustig!« »Ich weiß nicht!«, Erik boxte mit der Faust in seine flache Hand. »Was ist denn das überhaupt für ein Stück?« »Keine Ahnung!«, Denise zuckte die Schultern. »Wenn wir die Theatergruppe nicht zusammenkriegen, gar keins!« »Außerdem ist Mr. Wilson eindeutig der coolste Lehrer an der ganzen Schule. »Jetzt mach schon mit!«, Mareike hopste wie ein ungeduldiges Kinn vor Erik herum. »Bitte, bitte, bitte!«, Erik verzog das Gesicht. »Ein Frauenversteher wie du musst doch unbedingt auf die Bühne!« Ole steuerte, flankiert von seinen Jungs auf Erik zu und patschte ihm auf die Schulter. »Ich sehe unseren Ruder-Champion schon vor mir! In Rüschenhemd und Strumpfhose!« Erik lief rot an. Sofort durchströmte Lili eine Woge von Mitleid. Nur zu gut kannte sie das Gefühl, wenn einem die Hitze in die Wangen steigt und man nichts, aber auch gar nichts dagegen tun kann, als sich aus dem Staub zu machen. Und das tat Erik jetzt auch. »Spiel du doch mit, wenn du dich traust, Grottenolm!« Er stieß Ole mit der Schulter beiseite und rannte die Treppe hoch. »Erik, warte!«, zwitscherten Mareike und Denise wie aus einem Mund und topsten auch schon hinter ihm her die Stufen hinauf. Varee wandte sich an die Grottenolme. »Und warum macht ihr nicht mit? Ihr habt wohl Angst vorm Lampenfieber?« »Wir stehen mehr auf Sport!« Mitch zog den Bauch ein und streckte die Brust raus. »Genauer gesagt auf Kampfsport, Schätzchen!« Er vollführte einen mehr oder weniger gelungenen Kung-Fu-Sprung. Im gleichen Moment ertönte ein reißendes Geräusch und kurz darauf ein metallisches Klimpern. Der Kung-Fu-Kämpfer hielt seine rutschende Hose fest, während Varee sich nach dem abgesprungenen Jeansknopf bückte. »Ist das vielleicht deiner, Schätzchen?« Schmunzeln drückte Varee Mitch den Knopf in die Hand. Ole reichte ihm ein Stück Schnur, das er wie einen Gürtel benutzte. Lidl machte durch ein Räuspern auf sich aufmerksam. Ole ist übrigens vom Basketballverein zum Junior-Sportler des Jahres gewählt worden. »Das ist eine hohe Auszeichnung, und der kriegt auch einen Preis. Und...« Ole rempelte seinen Bruder an. »Und eigentlich ist das noch geheim,« vollendete Lidl seinen Satz. »Wie? Geheim?« fragte Lidl. »Welchen Preis denn?« Aber bevor Ole antworten konnte, ertönte der Gong, und die Olme sausten ihrem Boss hinterher Richtung Musiksaal. Die wilden Küken sputeten sich ebenfalls, denn Frau Homolka fragte neuerdings jeden ab, der auch nur eine Sekunde zu spät zu ihrem Unterricht kam. Als Lilli und ihre Freundinnen nach Schulschluss die Fahrradhalle betraten, schwangen sich die Grottenolme bereits auf ihre Drahtesel. Auf Lillis Höhe hielt Ole kurz an. »Hey, du hast da noch Schlamm auf der Nase, Oberküken!« Oles Augen strahlten Lilli so frech und dunkelblau an, dass sie sofort wusste, dass er schwindelte. Sie ging ein paar Schritte rückwärts. »Das mit dem Fischernetz! Zahlen wir euch noch heim, Olmboss!« Lilli, Bob, Verri und Enja klemmten gerade ihre Schultaschen auf ihren Gepäckträgern fest, als Erik sein Rat neben die wilden Küken schob. Das mit den Vegetarierwitzen war doof. Also, meine Oma, die hatte auch Hühner. Von denen hätte ich nie eins gegessen. Meine Oma ist jedenfalls seit einiger Zeit im Altenheim, und bei uns auf dem Dachboden steht jede Menge Hühnerkram, Futternäpfe, Tränken und so. »Und?«, motzte Enja. »Was geht uns das an?« »Das stimmt doch, dass ihr Hühner habt. Auf der Weiherwiese in der Nähe von Gut Feldberg, oder? Wenn ihr wollt, bringe ich euch das ganze Zeug mal vorbei.« Erik prüfte den Druck in seinen Fahrradreifen und wandte sich wieder an Enja. »Ist du eigentlich Eier, so als Vegetarierin?« Lilli, Bob und Verri sahen besorgt zu Enja. Sie stemmte sich so kraftvoll auf ihren Lenker, dass die Federgabel bedrohlich quietschte. Aber anstatt Erik wie eine Raubkatze an die Gurgel zu springen, lächelte sie nur. »Du kannst uns ja beim Ausmisten helfen, Ruder Champion. Falls euch das recht ist,« wandte Enja sich rasch an die anderen wilden Küken. Lilli, Bob und Verri tauschten kurze Blicke und nickten achselzuckend. »Dann bis später an der Weiherwiese,« verabschiedete sich Erik und trat kraftvoll in die Pedale. Scheinbar mühelos bezwang er die wirklich steile Abkürzung vom Lehrerparkplatz hinauf zum Radweg. Die vier wilden Küken trafen fast gleichzeitig am Stadtbrunnen ein und radelten von dort aus gemeinsam weiter zur Weiherwiese. Die Sonne brammte erbarmungslos vom Himmel und die Luft war so warm, dass auch der Fahrtwind kaum Kühlung brachte. Schwitzend verließen die Freundinnen die Landstraße, bogen auf den Feldweg ab und passierten das Schild mit der Aufschrift »Privatgrundstück«. Die Weiherwiese mitsamt dem Weiher gehörte Verris' Großvater mütterlicherseits. Peter Hinsgen war der Gründer von Hinsgen Küchen, der Firma, in der Verris' Vater als Geschäftsführer arbeitete. Verris' Opa hatten es die Gräfes zu verdanken, dass sie sich um Geld keine Gedanken machen mussten. Die wilden Küken hielten kurz und blickten vom Feldweg aus hinunter zum Weiher. In der flirrenden Hitze verschwamm Lilly das Bild vor Augen. Aber zum Glück war die Mystery, die dort fest verteut am Steg lag, keine Fata Morgana, sondern Wirklichkeit. Das Bandenquartier der wilden Küken war ein kleines, altes Schiff, das Lilly, Verri und Bob von ihrem selbstverdienten Geld bei einem Schrotthändler unten am Fluss gekauft hatten. Mithilfe ihrer Eltern hatten sie damals den maroden Kahn hierher transportiert und gemeinsam wieder auf Vordermann gebracht. Im Winter darauf hatten Lilly, Bob und Verri Enya kennengelernt und in die Bande aufgenommen. Oh je, unsere armen Hühner werden sich freuen, wenn sie bei der Hitze aus der Kükenkajüte raus dürfen. Stöhnend wischte sich Bob den Schweiß von der Stirn. Enya hielt sich mit einer Hand an Lillys Schulter fest, stellte sich auf die Pedale und reckte den Hals. Er ist schon da. Neben seinem Rad hockte Erik auf dem Steg. Mit scheppernden Schutzblechen fuhren die wilden Küken die Stoppelwiese hinunter, begrüßten Erik und zeigten ihm ihr Bandenquartier. Nacheinander kletterten sie die Leiter hinauf an Deck der Mystery. Lilly öffnete die Tür der Kükenkajüte und schon flatterte Bussi über ihren Kopf hinweg in Bobs ausgebreitete Arme. Birdie saß auf ihrem Nest und druckte mit dem Kopf, als wäre sie verärgert über die Störung. Na, hast du mich vermisst, Flocke? Lilly betrat die zum Hühnerstall umgebaute Kajüte und hob ihr schneeweißes Huhn vom Fensterbrett. Enya gelang es erst beim zweiten Versuch, ihr Huhn Ines zu packen, so aufgeregt schlug es mit den Flügeln. Darf ich es mal halten? fragte Erik. Enya nickte. Aber nicht gleich grillen, du Fleischfresser. Ines versteckte ihren Kopf in Eriks Armbeuge und erstrich ihr sanft über das glänzende Gefieder. Ihre Federn sind ja noch schwärzer als deine Haare. Verrie nahm ihre Birdie hoch, die dabei so wild flatterte, dass winzige Pflaumenfedern durch die Luft wirbelten. Überrascht zeigte Erik auf Birdies Nest. Verrys Huhn hat ein Ei gelegt. Meins auch! Bob zeigte ins hinterste Eck der Kajüte. Bussi versteckt ihre Eier nur immer! Enya sammelte die Eier ein, während Lilly, Bob, Verrie und Erik die Hühner von Bord hinunter auf die Weiherwiese brachten und sie dort in den umzäunten Hühnergarten setzten. Erik half Lilly, die Maschendrahtgitter über den Auslauf zu legen. Als Schutz gegen Raubvögel! Lilly befestigte die Gitter mit den dafür vorgesehenen Haken und lief zu ihrem Fahrrad. Sie nahm ihren Rucksack aus dem Lenkerkorb, holte den Trainingsanzug raus und reichte ihn Erik. Danke fürs Lein! Mh, der duftet aber gut! Erik schnupperte kurz daran, dann nahm er eine Schachtel aus der Sporttasche neben seinem Fahrrad und stopfte stattdessen den Trainingsanzug hinein. Lilly, Enya, Verrie und Bob hockten sich neugierig auf den Steg und Erik breitete die Schätze aus seiner Schachtel aus. Altmodische Futternäpfe aus schwerer Keramik, gläserne Trinkflaschen und einen riesigen Beutel voll mit unzähligen Spiralringen in verschiedenen Farben. Damit hat meine Großmutter ihre Hühner markiert. Er zog einen der Plastikringe etwas auseinander. Die hat sie ihnen so über die Kralle gesteckt und fertig. Hatten die Hühner deiner Großmutter denn keine Namen? fragte Bob. Das nervt doch so ein Ring am Fuß. Sie hatte schon ein paar Hühner mehr als ihr. Und sie hat genau Buch geführt, welches Huhn wie alt war und wie schwer, wie viel Eier es legte und wann es geschlacht... Mit Blick zu Enya verschluckte Erik das Wort geschlachtet und verbesserte sich. Und wann es geschlüpft war und so. Er boxte mit der rechten Faust in die linke Hand. Kommt, wir schaffen die Sachen an Bord und dann missten wir euren Hühnerstall aus. Gemeinsam mit Erik fegten und schrubbten und putzten Lilli, Bob, Weri und Enya die Kükenkajüte so blitzblank wie schon lange nicht mehr. Wieder an Deck öffnete Lilli die Luke und führte Erik die schmale Schiffstreppe hinunter in den Bauch des Schiffes. Während Erik sich beeindruckt umsah, stellte Bob sich wie zufällig auf die Planke, unter der das Bandenbuch der wilden Küken versteckt lag. Als Schriftführerin schrieb Bob alles auf, was die Bande erlebte. Und wenn die wilden Küken ausnahmsweise auf der Mystery übernachten durften, dann hockten sie gemütlich in ihre Schlafsäcke gehüllt auf den beiden ausklappbaren Schlafkojen im Bauch ihres Schiffes und Bob las ihnen aus dem Bandenbuch vor. Bob erfand nie etwas dazu, aber in ihren Worten hörten sich die Erlebnisse der wilden Küken immer noch ein bisschen abenteuerlicher an, als sie wirklich gewesen waren. Unten war es sehr stickig, also kletterten die wilden Küken zusammen mit Erik schnell wieder an Deck und Erik bewunderte die Galionsfigur, die Lilli eigenhändig geschnitzt hatte. Ein Huhn, das am Bug der Mystery die Flügel ausbreitete. Dann setzten sie sich in den Schatten der Kükenkajüte. »Libellenballett!« Lilli zeigte auf die Libellen, die über dem Wasser des Weihers hin und her schwirrten. »Lilli will Tänzerin werden«, erklärte Bob und wackelte mit den nackten Füßen hin und her. »Oder Schreinerin, wie mein Vater.« Lilli streckte die Beine aus und wackelte ebenfalls mit den Füßen. »Ich werde Profisportler.« Eriks Beine waren so lang, dass er die Füße auf die Reling legen konnte. »Und du, Enja?« »Tierärztin.« Enja schaute einer Schwalbe nach. Erik zog die Beine ein und lehnte sich gegen die Deckelkiste. »Vielleicht werde ich auch kein Profisportler, sondern Finanzbeamter wie mein Vater.« »Ich werde vielleicht Eismacherin«, sagte Bob. »Aber eigentlich möchte ich Schriftstellerin werden.« Verri zog jetzt ebenfalls ihre Sandalen aus. »Ich habe mal die Küchenfirma. Aber eigentlich will ich das alles gar nicht. Ich will ja nicht mal richtig erwachsen werden. Naja, nur ein bisschen. Für Filme ab 16. Und ein Motorroller.« Die anderen lachten und Lilli zupfte sich ihre Locken ins Gesicht. »Oder wir bleiben einfach wilde Küken auf Lebenszeit.« Lillys Zehen berührten die von Enja, Enjas Zehen die von Verri und Verris Zehen berührten die von Bob. Eine Weile lagen die wilden Küken Schulter an Schulter nebeneinander auf dem Deck und wackelten mit den Füßen hin und her. Erik kletterte auf die Reling. »Da drüben im Keltenwald haben doch die Grottenäume ihr Bandenquartier, oder?« »Woher willst du das denn wissen?«, fragte Lilli. »Von Mareike und Denise.« Mit einem gewagten Sprung landete Erik auf der Deckelkiste und stemmte sich hinauf aufs Dach der Kükenkajüte. Nachdenklich pustete Enja unsichtbaren Staub von den Schiffsplanken. »Was findest du eigentlich an den beiden Zicken?« Eriks wasserblauer Blick trübte sich. »Aus meiner alten Klasse bin ich der Einzige, der zu euch gekommen ist. Ich kannte am Anfang also niemanden. Aber Mareike und Denise waren vom ersten Tag an total nett zu mir.« Einen Augenblick lang schwiegen alle. Es stimmte. Weder Lilli und ihre Freundinnen noch die Grottenäume hatten sich um die Neuen aus den anderen Klassen gekümmert. Kurz erfasste Lilli ein schlechtes Gewissen. War es so selbstverständlich für sie geworden, eine Bande zu sein, dass sie gar nicht merkte, wenn andere allein waren? Erik bewegte den Kopf, als wollte er eine Verspannung im Nacken lösen. »Auf dem Wasser bin ich gern allein, in meinem Einer, aber sonst eher nicht.« Er warf einen Blick auf seine Uhr. »Oh nein, schon so spät. Mann, ich muss jetzt aber wirklich los.« Im Eiltempo machte er sich auf den Rückweg. Das elektrische Schiebetor mit der Aufschrift »Schreinerei Stefan Holler« stand offen. Luisas roter Kleinwagen parkte neben dem Schreinerauto. Lilli ließ das Rad ausrollen und manövrierte es zwischen den Autos hindurch an der offenstehenden Werkstatttür vorbei. Dann stieg sie ab und schob ihr Fahrrad unter das Dach des Holzlagers. Vor ihrer Zimmertür ließ Lilli ihren Rucksack auf den Boden plumpsen und verschwand im Bad. Bevor sie sich an ihre Hausaufgaben machte, hatte sie dringend eine Dusche nötig. Während sie die Brause auftrete, dachte sie ununterbrochen an Erik. Nach dem Abendessen räumten Lilli und Luisa den Tisch ab. Lillis Vater saß auf der Fensterbank, kaute an seinem Schreinerbleistift herum und notierte immer wieder etwas auf einer seiner Listen. Stefan Holler liebte Listen. Nicht nur Einkaufszettel, auch Listen, wo drauf stand, was noch erledigt werden musste oder was besonders wichtig war. Winterreifen montieren, zum Beispiel, oder Hobelmaschine reparieren. Lilli braucht Schulhefte, wir haben keinen Orangensaft mehr und dein Auto muss zum TÜV, Luisa. Lillis Vater trommelte mit dem Bleistift auf sein Knie. Fällt euch sonst noch was ein? Himmel, Herrgott, noch mal! Luisa warf das Besteck in die Spüle. Es kommt, wie's kommt! Du und deine Listen! Wieder lächelnd schnappte sie ihm den Bleistift aus der Hand und schrieb etwas auf seinen Zettel. Kuss für Luisa, lass Lillis Vater, zog Luisa an sich und küsste sie. Ach ja, du brauchst einen neuen Wintermantel. Es ist hoch, Sommer, Stefan! Luisa löste sich aus seiner Umarmung. Lilli stellte die Teller in die Spülmaschine. Aber es wird auch wieder Winter und dann brauchst du einen warmen Mantel. Lillis Vater notierte es, trotz Luisas Kopfschütteln und heftete die Liste mit einem Magneten an die Kühlschranktür. Ich will eben nicht, dass meine Frau friert. Ach, momentan schwitzt sie. Luisa drehte den Wasserhahn auf und spritzte sich etwas Wasser ins Gesicht. Ich glaube, ich habe zu viel von der scharfen Salami gegessen. Lillis Vater steckte sich den Bleistift hinters Ohr und reichte Luisa ein frisches Küchenhandtuch. In diesem Moment klingelte es. Luisa trocknete sich das Gesicht ab. Wer kann das sein? Dein amerikanischer Kollege, Luisa, rief Lillis Vater aus dem Flur und öffnete die Tür. Guten Abend, Herr, äh, Mr. Will, äh, William, äh. Mr. Wilson, Papa, half Lillis ihrem Vater schnell auf die Sprünge. William ist auch okay. Mr. Wilson streckte Lillis Vater die Hand hin. Meine Freunde nennen mich Bill. Bill. Lillis Vater schüttelte Mr. Wilsons Hand. Meine Freunde nennen mich Holla, äh, Stefan natürlich. Luisa begrüßte ihren Kollegen. Bill, wie schön, komm doch herein. Sie führte den überraschenden Gast ins Wohnzimmer und Lillis und ihr Vater folgten ihnen. Luisa bot Mr. Wilson einen Platz auf dem Sofa an und setzte sich neben ihn. Äh, möchten Sie was trinken, Bill? Lillis Vater nahm den Bleistift vom Ohr, als wäre er ein Kellner, der eine Bestellung aufnehmen will. Ein Wasser, bitte. Mr. Wilson strich über die Tischplatte. Während Lillis Vater in die Küche ging, unterhielten sich Mr. Wilson und Luisa über Mr. Wilsons neue Wohnung. Lilly, hilfst du mir? rief ihr Vater sie in die Küche. Kaum war Lilly bei ihm, lehnte er die Küchentür leise an. Worüber reden die denn? Er füllte eine Karaffe mit Wasser. Lilly stellte Gläser auf ein Tablett. Mr. Wilson hat sich bedankt für Luisas Hilfe bei seiner Wohnungssuche. Zurück im Wohnzimmer verteilte Lilly die Gläser und ihr Vater schenkte Wasser ein. Ah, bevor ich es vergesse. Mr. Wilson zog ein Buch aus der Tasche seiner Kordjacke, das mit einer etwas ramponierten Schleife verziert war, und überreichte es Luisa. Als kleines Dankeschön. Luisa machte die Schleife ab und strich über den Umschlag. Walt Whitman, Leaves of Grass. Whitmans Grasblätter gehören zu meinen absoluten Lieblingsgedichten. Und danach auf Englisch. Danke. Leider nicht die S-Ausgabe von 1855. Mr. Wilson trank einen Schluck Wasser. Heute nach der Schule noch schnell in der englischen Buchhandlung gekauft. Luisa schlug den Gedichtband auf und las ein Stück laut vor. Das Wiederum ist eines meiner absoluten Lieblingsgedichte, sagte Mr. Wilson und zitierte den Rest auswendig. Also, ich bin Schreiner, mischte sich Lillys Vater jetzt etwas unvermittelt ein. Ich kann kein Englisch, aber... Er deutete auf das Buch. Das klingt sehr poetisch, auch wenn ich es nicht verstehe. Schreiner? Mr. Wilson strich über die Tischplatte. Haben Sie den gemacht, Stefan? Lillys Vater nickte. Hm? Der ist aus Olivenholz. Der ist wunderschön, sagte Mr. Wilson. Mein Urgroßvater war auch Schreiner. Ich arbeite gern mit Olivenholz. Lillys Vater trank jetzt auch einen Schluck Wasser. Es wächst sehr langsam. Ein gutes Holz mit schöner Maserung. Die Erwachsenen unterhielten sich noch eine Weile. Erst über Schreinerei und dann über Mr. Wilsons Kindheit in Amerika. Irgendwann schaute Luisa auf die Uhr. Lillys, es wird langsam Zeit. Morgen ist Schule. Ohne Widerrede verabschiedete sich Lillys ins Bett. Die Luft in ihrem Zimmer war so heiß und drückend, dass sie nicht einschlafen konnte und sich immer wieder hin- und herwälzte. Lillys schwitzte, obwohl sie nur mit einem dünnen Leinentuch zugedeckt war. Sie strampelte sich frei und krabbelte, ohne Licht zu machen, aus ihrem Bett. Lillys tapste zum Fenster. Es war längst dunkel, aber die hereinströmende Luft war immer noch sehr warm. Lillys liebte den Sommer. Inzwischen sehnte sie sich allerdings fast nach der Abkühlung eines nächtlichen Regenschauers. Auf dem Rückweg ins Bett stolperte sie über ihren Rucksack. Er fiel um und sein Inhalt verteilte sich über den Boden. Lillys Handy, ihr geknautschtes Käppi, eine angebrochene Bonbon-Tüte und ihr Geldbeutel. Lilly bückte sich nach den Sachen und stutzte. Irgendetwas rollte geräuschvoll unter ihr Bett. Sie knipste ihr Nachtlicht an, kniete sich hin und presste den Kopf auf den Boden. Sie musste sich strecken, um die kleine Glasflasche zu erreichen. Lilly richtete sich auf und hielt sie ins Licht. In der Flasche ringelte sich ein blau-weiß gemustertes dünnes Seil. Sie pustete Staubflusen weg. In das Seil war ein Knoten geknüpft. Nicht irgendein Knoten. Das war eindeutig ein Palstick. Die Flaschenpost kam von Erik. Er musste sie irgendwann heimlich in ihren Rucksack gesteckt haben. Lilly legte die Flasche in ihre Geheimschublade, löschte das Licht und lauschte dem Klopfen ihres Herzens. Am nächsten Tag war Lilly schon früh in der Schule. Rasch stellte sie ihr Fahrrad ab und tockte sich auf ihren Schulrucksack. Bei jedem Geräusch hob sie den Kopf und toffte, Erik wäre angekommen. Aber es waren immer andere Schüler, die einzeln oder in Gruppen in die Fahrradhalle fuhren. Lilly krammte gerade ihr Handy aus dem Rucksack unter sich, um auf die Uhr zu sehen. Da bremste Erik neben ihr. Na, alles im Lot? Er schwang sich aus dem Sattel. So viele Worte Lilly sich auch zurechtgelegt hatte. Jetzt wusste sie nicht, wie sie anfangen sollte. Sie räusperte sich. Ach ja, Erik, er sah sie fragend an. Lilly zeigte auf das verknotete Seilstück, das an Eriks Fahrradschlüssel baumelte. Auch ein Paar ist dick. Erik nickte. Der König aller Knoten. Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu und lief Richtung Schulgebäude, während Lilly ihre Freundinnen begrüßte und dann gemeinsam mit ihnen hinter ihm herlief. Der arme Mr. Wilson. Enya wies auf Mr. Wilson, der unterm Infobildschirm vor seiner Theaterliste am schwarzen Brett stand. Garantiert hat sich niemand eingetragen. Mr. Wilson drehte sich auf dem Absatz herum und marschierte mit zufriedener Miene Richtung Lehrerzimmer. Doch! Über die Köpfe der durch die Aula wuselnden Schüler hinweg konnte Lilly eine dritte Unterschrift auf der Liste erkennen. Sie zwängte sich durch den Menschenstrom und erstarrte. Wer ist es? fragte Enya hinter ihr. Verblüfft las Lilly den Namen. Erik Wallner. Der einsetzende Gong löste ein hektisches Getrappel der Schüler aus, aber Lilly und Enya standen noch immer sprachlos vor dem schwarzen Brett. Avanti, drängte Bob zur Eile. Wir haben Frau Schley in der ersten Stunde. Nach meiner letzten fünfen Mathe hat sie mich sowieso auf dem Kieker. Also haben die Zicken ihn doch umgekriegt. Im Laufschritt warf Verri Lilly einen hastigen Blick über die Schulter zu. Die Zicken und Erik, Lilly schüttelte fassungslos den Kopf. Die passen doch überhaupt nicht zusammen. Äh, komme! Bob stapfte die Treppe hinauf. Und ob! Lilly nahm mit jedem Schritt zwei Stufen auf einmal und hielt Bob an der Schulter fest. Wie und ob! Bist du blind? Bob kullerte mit ihren dunkelbraunen Augen. Erik ist eindeutig der bestaussehende Junge in unserer Klasse, habe ich recht? Lilly schwieg. Er ist halt sehr sportlich. Enya stopfte einen heraushängenden Häkelfaden zurück in ihre Umhängetasche. Und welche Mädels sehen aus wie Models? Verri blieb kurz stehen und machte sich die Schnallen ihrer neuen Sandalen enger. Mareike und Denise. Als die wilden Küken das Klassenzimmer erreichten, hatte sich Frau Schley schon in dem Lehrerpult aufgebaut. Lilly sah hinüber zur Fensterreihe und traute ihren Augen nicht. Erik saß nicht mehr auf seinem ursprünglichen Platz ganz hinten, sondern genau zwischen Mareike und Denise. Als wäre Algebra daran schuld, pfefferte Lilly ihre Mathe-Sachen so wütend vor sich hin, dass ihr Heft von der Schulbank fiel. Sie bückte sich danach und riskierte einen unbeobachteten Blick zu Erik. Mareike und Denise himmelten ihn an, rutschten noch näher zu ihm und tuschelten ihm abwechselnd irgendwas in die Ohren, bis Frau Schley sich mit verschränkten Armen direkt vor ihnen aufstellte. Jetzt haben wir Mathe. Das gilt auch für die Theatergruppe. Lilly tauchte wieder auf, während Frau Schley Erik an die Tafel beorderte. Zerlege die Zahl 36 in Primfaktoren und gib die Zerlegung in Potenzschreibweise an. Mareike und Denise fieberten mit ihrem Schwarm mit, bissen sich auf ihre geschminkten Lippen und hielten Erik übertrieben die Daumen. Völlig unnötig, denn wie sich herausstellte, hatte Erik seine Mathehausaufgaben gemacht. In der großen Pause setzten sich die wilden Küken auf das Mäuerchen, das den Schulhof umgab. Eine Weile redeten Lilly, Bob und Verri über alles Mögliche, bis Enya, die still geblieben war, plötzlich nachdenklich den Kopf hob. Und wenn wir auch mitmachen? Enya musste gar nichts sagen, wobei, alle wussten, was sie meinte. Seit wann interessierst du dich für Theater? Verri machte schmale Augen. Du hast dich doch nicht in Mr. Wilson verknallt! Unbeirrt blickte Enya in die Runde. Im Ernst, was meint ihr? Lilly musste nicht lange überlegen. Seit sie heute Morgen Eriks Namen auf der Liste gesehen hatte, dachte sie schon darüber nach. Bantenbuch, Seite 12. Wilde Kükenabstimmung. Noch vor dem Ende der Pause standen die wilden Küken in der Aula vor dem schwarzen Brett. Enya setzte ihren Namen unter den von Erik und reichte Lilly den Stift. Lilly trug sich ebenfalls ein und Verri und Bob folgten ihrem Beispiel. Eine Sekunde lang verharrten die wilden Küken vor der Liste, als würde jede für sich die Entscheidung noch einmal überdenken. Plötzlich fühlte Lilly sich beobachtet. Ole stand hinter ihr. Er hatte eine lange, zusammengerollte Landkarte geschultert und drehte sich jetzt so abrupt herum, dass Lilly den Kopf einziehen musste, um nicht von der Kartenrolle getroffen zu werden. Wortlos wanderte Ole durch die Aula und verschwand Richtung Lehrmittelraum. Nachmittags hatten die wilden Küken noch eine Doppelstunde Kunst, also aßen sie in der Mensa zum Mittag. Sie räumten ihr Geschirr weg und füllten ihre Trinkflaschen mit Wasser. Auch die Grottenolmer hatten in der Mensa gegessen und brachen jetzt ebenfalls auf. Alle drei hatten ihre Federmäppchen dabei und marschierten im Gleichschritt an den wilden Küken vorbei, ohne die geringste Notiz von den Mädchen zu nehmen. Neugierig geworden liefen diese den Grottenolmen hinterher in die Aula. Alle Mannen links um, kommandierte Ole. Mitch und Liddle schwenkten herum und die drei steuerten direkt auf Erik und Mr. Wilson zu, die sich vor dem schwarzen Brett unterhielten. Genauso verwundert wie die wilden Küken verfolgt Mr. Wilson und Erik das Geschehen. Ole öffnete sein Federmäppchen und Liddle und Mitch taten es ihm gleich. Alle drei zückten ihre Füller und trugen sich nacheinander in die Theatergruppe ein. Kompanie kehrt! Auf Olos Kommando machte die Olm-Kompanie kehrt und alle drei steckten ihre Füller wieder zurück in die Mäppchen. Toller Auftritt! Mr. Wilson applaudierte und verabschiedete sich lächelnd Richtung Lehrerzimmer. Die Theatergruppe trifft sich morgen Nachmittag. Wann und wo gebe ich noch bekannt. Sprachlos schauten die wilden Küken zur Tür des Lehrerzimmers, die sich langsam schloss. Was ihr könnt, können wir schon lang! Ole schob mit der flachen Hand Lillys Kinnlade hoch. Mund zu, es zieht! Erst jetzt bemerkte Lilli die neugierige Schülerschar, die sich inzwischen versammelt hatte. Wie Artisten in einer Manege wurden die wilden Küken, Erik und die Grottenolme von Zuschauern umringt. Mareike und Denise kamen aus der Mädchentoilette, stutzten über den Menschenauflauf und bahnten sich ihren Weg bis zum schwarzen Brett. Eine Duftwolke aus Hangcreme und Parfüm waberte hinter ihnen her. Neugierig betrachteten die Zicken die Liste und wurden ganz unruhig. Ole! Mareike war begeistert. Du und deine Jungs! Lilli dachte eine Sekunde lang, Mareike würde Ole gleich um den Hals fallen, aber Mareike tänzelte an ihm vorbei und ihre Hände griffen nach Eriks Schultern. Weiß Mr. Wilson es schon? Ja, antwortete Erik. Morgen Nachmittag ist das erste Theatertreffen. Das ist ja super! Denise atmete so erleichtert aus, als würde ihr ein ganzes Gebirge vom Herzen fallen. Sie strahlte Lilli und die wilden Küken an. Dass ihr auch mitmacht, ist echt phänomenal! Sie schüttelte Lilli die Hand. Und Ruder-Champion? Ole deutete einen Boxangriff Richtung Erik an. Hättest nicht gedacht, dass wir mal in einem Boot sitzen, oder? Herzlich willkommen in unserer Theatergruppe! Denise ging schnurstracks auf Little zu und drückte ihre Wange links und rechts an seine. Unsere Haut hat sich berührt! Little stand wie zu Steiner Start. So macht man das unter Schauspielern, erklärte Denise und lachte. Ich will aber inspizient werden, Little räusperte sich. Da koordiniere ich die Vorstellung. Ich gebe den Bühnentechnikern Zeichen für die Umbauten, dem Tontechniker für die Einspielungen und auf mein Zeichen geht der Vorhang auf und zu. Inzwischen hatte Denise auch alle anderen auf Schauspielerinnenart kurz an sich gedrückt. Das wird der beste Sommer überhaupt! Sie verpasste Lilli links und rechts ein angedeutetes Bussi auf die Wange. Warum eigentlich nicht? ertönte da eine Stimme hinter ihnen. Alle wandten die Köpfe. Adrian, warte! Melvin lief hinter Adrian her ans schwarze Brett. Stift? Adrian tastete seine Taschen ab. Etliche Schüler streckten ihm einen Stift hin. Adrian trug sich in die Liste ein und reichte den Stift an Melvin weiter, der kurz zögerte, seinen Namen dann aber ebenfalls auf die Liste setzte. Währenddessen steuerte Adrian zielstrebig auf Denise zu und gab ihr links und rechts ein Wangenküsschen. Auf den besten Sommer aller Zeiten! Denise kicherte überrumpelt und die Umstehenden kicherten mit. Das erste Theatertreffen am folgenden Tag verlief kürzer, als alle erwartet hatten. Mr. Wilson begrüßte die Gruppe offiziell und verteilte einen Terminplan. Ich habe die Zeiten unserer Treffen mit eurem Stundenplan abgestimmt. Also, ja, Eric? Eric zeigte auf den Terminplan. Können wir eine halbe Stunde früher anfangen? Ich schaffe es sonst nicht zum Rudertraining. Irgendwelche Einwände? Fragte Mr. Wilson. Niemand meldete sich. Ihr Corrie geht es selbst auf den Plan, sagte Mr. Wilson und verabschiedete sich zur Verblüffung der ganzen Theatergruppe. Also dann, bis morgen! Aber Mr. Wilson! Mareike sprang auf. Sie haben uns ja noch gar nicht gesagt, welches Stück wir spielen. Time will tell. Mr. Wilson machte eine Verbeugung und näherte sich der Tür. Kommt Zeit, kommt Rat! Mareike lief zu ihm. Aber Mr. Wilson, wir brauchen doch einen Aufführungstermin, einen Probenraum und... Jetzt erhob sich auch Enja. Und wir müssen einen Auftrittsort organisieren und eine Bühne und Kulissen beschaffen. Ole stand ebenfalls auf. Wir brauchen Plakate, Einladungen und alles. Inzwischen saß niemand mehr auf seinem Platz. Die ganze Theatergruppe drängte sich um Mr. Wilson. Diskutiert darüber. Schreibt auf, was wir brauchen und woher wir es kriegen. Das ist unser Thema für heute. Mr. Wilson verließ den Raum. Durcheinander murmelnd und ein bisschen enttäuscht über den Verlauf des ersten Treffens, ließen sich alle wieder auf ihren Stühlen nieder und bestimmten Little zum Schriftführer. Als Inspizient bin ich sowieso für den geregelten Ablauf zuständig, auch bei den Proben. Er schrieb, erstes Theatertreffen auf ein Blatt Papier und darunter Datum und Uhrzeit. Mit nachlassender Begeisterung diktierte die Theatergruppe ihrem Inspizienten ein paar Ideen. Lilly hörte nicht richtig zu. Immer wieder sah sie Erik von der Seite an. Eintrittskarten dürfen wir nicht vergessen, meinte der jetzt und fügte, als spürte er Lillys Blick zu ihr Gewand hinzu. Ist was? Mir ist nur heiß. Lilly wedelte sich Luft zu. Bis nächstes Mal dann. Little faltete seine Inspizientenliste zusammen und folgte Ole und Mitch nach draußen. Mareike und Denise verabschiedeten sich ebenfalls und gleichzeitig brachen auch Adrian und Melvin auf. Bob setzte sich zu Erik und ihren Freundinnen. Wenn das immer so läuft, werden wir nie eine Theatergruppe. Sorry, aber ich muss auch los, mein Training fängt gleich an. Erik stand auf und ganz automatisch begleiteten ihn die wilden Küken nach draußen. Als Lilly später nach Hause fuhr, sagte ihr Fahrrad mitten auf der Nepomukbrücke plötzlich mit dem Hinterrad in ein Schlagloch. Das Werkzeug in ihrer Satteltasche gab ein ungewohntes Geräusch von sich. Lilly fuhr rechts ran und hielt an. Die Tasche war viel praller als sonst. Sie öffnete sie und entdeckte, weshalb. Zwischen Fahrradflickzeug und Ersatzventilen klemmte ein kleines Glas mit Schraubdeckel. Keine Flasche diesmal, aber doch eine Flaschenpost. Das Glas in der Hand schob Lilly ihr Rad über die Brücke und stellte es auf der Flusspromenade ab. Sie setzte sich auf eine der Bänke, die am Ufer entlang aufgestellt waren. In dem Glas befand sich ein kleines zugeschnürtes Stoffsäckchen. Sie schraubte den Deckel ab, nahm das Säckchen heraus und öffnete es neugierig. Darin war feiner weißer Sand. Lilly ließ ihn ins Glas rieseln, steckte das Säckchen dazu und verschloss alles wieder mit dem Schraubdeckel. Wie eine Kostbarkeit drückte sie das kleine Glas an sich und schloss die Augen. Ein lauer Wind wehte vom Fluss herauf und strich ihr sanft durch die Haare. Es war Samstag und Lilly hatte sich vorgenommen, bis in die Puppen zu schlafen. Aber jetzt schaute sie auf ihren Wecker und stöhnte ärgerlich. Es war viel zu früh für einen Tag ohne Schule. Eine Weile warf sie sich noch im Bett herum und fächelte sich mit ihrer dünnen Decke etwas Kühlung zu, aber das hielt sie nicht lange aus. Lilly boxte in ihr Kissen. Sie konnte einfach nicht mehr liegen bleiben. Langsam zog sie ihre Geheimschublade auf. Leise klingelnd berührten sich die Botschaften von Erik. Lächelnd betrachtete Lilly den Inhalt der beiden Glasgefäße. »Lein los«, dachte sie und stapfte in ihrer Vorstellung über weißen Sand. »Hatte sie das eben laut gesagt? Lein los?« Manchmal war Lilly so in Gedanken, dass sie laut aussprach, was sie gerade beschäftigte. Sneaker jedenfalls, der in ihrem Zimmer geschlafen hatte, sprang an der Tür hoch, schnappte nach der Klinke und lief die Treppe runter. Lilly schlüpfte in ihren Badeanzug, lief ebenfalls hinunter und öffnete die Terrassentür. Schnurstrack sauste Sneaker über die Wiese bis vors Holzlager. Er nahm die Schnur, die von der Gießkannendusche hing, zwischen die Zähne und zog daran. Aber die an einem Balken des Vordachs festgebundene Gießkanne war leer. Flugs steckte Lilly die Schlauchdüse hinein und drehte den Wasserhahn ganz leicht auf. Lilly hielt Sneaker erst noch ein paar Sekunden zurück. Dann tätschelte sie ihn aufmunternd. Sofort schnappte Sneaker wieder nach der Schnur und aus der Gießkanne regnete ein sehr erfrischender Schauer auf ihn und Lilly herab. »Gute Idee, Lilly!«, ertönte die Stimme ihres Vaters, der in seinen Bermuda-Shorts durch die Terrassentür trat. Sneaker zerrte an der Schnur und gerade noch rechtzeitig für die letzten Tropfen erreichte Lillys Vater die Gartendusche. »Luisa, komm!« Er drehte den Wasserhahn neben seiner Werkstatttür noch etwas weiter auf. »Bei der Hitze kannst du sowieso nicht mehr einschlafen!« In ihrem Badeanzug kam Luisa hinzu. Sie hatte Handtücher dabei, die sie über einen Holzstapel warf und lehnte sich an Lillys Vater. Jedes Mal, wenn Sneaker an der Leine zog, bekam Luisa erst einen Kreisch und dann einen Lachanfall. Lilly stellte sich ein paar Schritte entfernt in die Sonne. Wie Luisa in den Armen ihres Vaters zappelte und kicherte, kam sie ihr überhaupt nicht wie eine Mutter vor und schon gar nicht wie eine Lehrerin, sondern viel eher wie ein verliebter Teenager. Ein verliebter Teenager, der jetzt den Wasserhahn zudrehte und Lilly und ihrem Vater ein Handtuch zuwarf. »Am besten stellen wir den Grill dahin!« Luisa legte sich ihr Handtuch über die Schulter und zeigte hinunter zu den Birken. »Da ist es gegen Abend schön schattig!« »Wieso den Grill?«, fragten Lilly und ihr Vater gleichzeitig. »Habe ich euch das nicht gesagt?« Luisa fasste sich an den Kopf. »Ich bin überarbeitet und dann musste ich gestern noch den Englisch-Test der FB korrigieren und...« »Ich bin in letzter Zeit etwas zerstreut.« »Schlimm?« »Wieso den Grill?«, fragten Lilly und ihr Vater erneut. Wie bei einer Yoga-Übung ließ Luisa ihre Arme kreisen. »Ich habe Bill und Lillis Theatergruppe heute Abend zu uns eingeladen.« Ein wenig verärgert über Luisas Eigenmächtigkeit schwiegen Lilly und ihr Vater. »Was?«, Luisa warf Lillis Vater ihr Handtuch an den Kopf. »Wir haben gestern noch wegen der Korrektur telefoniert und da kam mir spontan die Idee.« »Spontan?«, fragten Lilly und ihr Vater wieder wie aus einem Mund. Luisa zählte Wechselgeld immer sofort nach. Sie kochte nie ohne Rezept und sie tankte ihren Wagen immer schon auf, bevor der Tank auch nur halb leer war. Spontan einen Kollegen und eine ganze Horde Schüler einzuladen, war eigentlich so ganz und gar nicht ihrer Art. Noch während Lilly sich wunderte, hörte sie ihren Handyton durchs offene Fenster. Sie lief rauf und schaute auf das Display. »Neue Nachricht«, Lilly öffnete die SMS und las die erste Zeile. »Nachricht von Mr. Wilson an alle. Theater AG trifft sich heute Abend bei Lilly Holler.« Lilly und ihr Vater schraubten also den Grill zusammen und reinigten die Roste. Luisa hatte die Zutaten besorgt. Sie schnitt in der Küche Fleisch und Gemüse klein und bereitete vegetarische und nicht-vegetarische Grillspieße vor. Lillys Vater schloss den ausrangierten Kühlschrank an die Steckdose im alten Gewächshaus an und füllte ihn mit Holunderlimonade, Saft und Mineralwasser, während Lilly und Luisa aus Draht- und Einweckgläsern gebastelte Laternen in die Zweige der Bäume hängten. Dann verteilten sie gemeinsam Gartenstühle und Biertische auf der Wiese. Die Sommerfliedersonnenuhr warf schon lange Schatten, als Lillys Vater den Grill anzündete und Lilly die Teelichter in den Laternen. Endlich trafen auch die ersten Gäste ein. Herr Sattler, Mareikes Vater, öffnete erst Denise, dann seiner Tochter und schließlich Adrian und Melvin wie ein Chauffeur die Autotür. Herr Sattler war der Vorsitzende des Elternbeirats der Schule und nahm Luisa sofort beiseite, um mit ihr über die bevorstehende Renovierung der Mensa zu sprechen. Henriette Rolands Kombi hielt in der Einfahrt und schon sprangen die Grottenolme heraus. Erik kam mit seinem Rennrad und gleichzeitig steuerte Bobs Vater das Auto der Eisdiele mit drei wilden Küken auf der Rückbank durch das Schiebetor. Jens Wilhelms war nicht nur Bobs Vater, sondern auch Luisas Bruder und umarmte sie zur Begrüßung. Als letzter kam Mr. Wilson auf seinem Fahrrad angeradelt. Die Grottenolme bewaffneten sich mit Grillzangen und langstieligen Gabeln und bewachten den Grill, auf dem inzwischen Rostbrat und Tofu-Würstchen, Gemüse und Fleischspieße brutzelten. Auch Erik und die anderen Jungs hatten sich um das rauchende Grillfeuer gescharrt. Lilly und ihre Freundinnen verteilten Servietten und Gläser und schenkten ein. Bobs Vater und Henriette waren geblieben und unterhielten sich mit Luisa. Mr. Wilson hatte Lillys Vater gebeten, ihm seine Werkstatt zu zeigen und die beiden kamen gerade von der Besichtigung zurück. »Ich bin fast ein bisschen neidisch auf dich, Stefan.« Mr. Wilson zog seine Kordjacke aus und hängte sie über einen Zweig des Holunderbaums. Lillys Vater legte den Kopf schräg. »Wieso auf mich? Du hast die Welt gesehen. Geboren in Deutschland, dann Amerika, Studium, zwei Jahre Neuseeland, ein Jahr Florenz. Aber ich? Ich war immer hier. Keine Sprachkenntnisse, nichts. Nur Holz und Leim.« Lilly schenkte Luisa gerade Apfelsaft ein und registrierte dabei, dass nicht nur ihre, sondern auch Luisas Aufmerksamkeit auf die beiden Männer gerichtet war. Kopfschüttelnd nahm Mr. Wilson Lillys Vater am Arm. »Du hast Luisa und Lilly, Stefan. Das ist mehr als die Welt.« Ein Anflug von Traurigkeit tuschte über sein Gesicht. Er wandte sich ab und winkte Ole zu. »Hast du vielleicht gerade ein Gemüsesbießchen fertig?« Alle redeten, tranken und aßen, und je dunkler es wurde, desto schöner strahlten die Teelichter in den Einwegläsern. Lilly hörte Warris und Mareikes hitziger Diskussion über angesagte Modefarben nur mit halbem Ohr zu. Den ganzen Abend lang hatte Erik die Nähe der anderen Jungs gesucht. Jetzt aber schlenderte er allein ans Ende des Gartens und setzte sich in ihre Hängematte. Lilly erneuerte ein Teelicht ganz in seiner Nähe. Gedanken verloren bewegte Erik die Arme, als würde er rudern. »Zum Südpazifik geht's da lang.« Lilly deutete in die Dämmerung und setzte sich Rücken an Rücken zu ihm in die Hängematte. Eine Weile lang schaukelten sie sanft hin und her. Lilly spürte seinen Rücken an ihrem, spürte, wie Erik ein- und ausatmete. »Bald ist die Rudermeisterschaft.« »Nach dem vielen Training, da will ich den Coach echt nicht enttäuschen.« »Ich drückte dir auf alle Fälle die Daumen,« sagte Lilly und drückte sie jetzt schon mal. »Also kommst du zum Wettkampf? Verlass dich drauf.« Erik verabschiedete sich als Erster, weil er pünktlich um neun zu Hause sein musste. Die gesamte Theater-AG begleitete ihn zu seinem Rat. Erik stieg auf. »Haben Sie inzwischen schon ein Stück für uns ausgesucht, Mr. Wilson?« Mr. Wilson schüttelte den Kopf. »Ein Musical wäre nicht schlecht,« rief Erik und radelte davon. Eine Sekunde lang sahen ihm alle verblüfft nach, und dann brach eine aufgeregte Diskussion los, in deren Verlauf das Wort »Musical« eine entscheidende Rolle spielte. Selbst im Schatten des Sonnenschirms flirrte heiße Luft, und Lilly hätte sich nicht gewundert, wenn von ihrer Stirn Schweißtropfen auf ihr Algebraheft getropft wären. Sie hatte bereits die Gedichtinterpretation für Deutsch erledigt und die Grammatikübung für Englisch gemacht. Außerdem konnte sie Mozarts Geburts- und Todesjahr wie aus der Pistole geschossen aufsagen. Nur Frau Schley hatte ihnen wieder mal eine fast unlösbare Aufgabe aufgebrummt. Lilly stierte in ihr Mathebuch, kaut auf ihrem Füller herum und schwitzte. Trotzdem freute sie sich über den strahlenden Sonntag. Wieder versuchte sie, sich auf Primfaktoren zu konzentrieren. Da vibrierte ihr Handy, und als Lilly den Absender der SMS las, machte ihr Herz einen Satz. »Nachricht von Erik«, stand auf dem Display. »An der Hängebrücke um drei Uhr«, formten Lillys Lippen den restlichen Text. Ihre Finger tippten »Ja« und drückten dann auf »Senden«. Kurz danach stand sie vor der verschlossenen Badezimmertür und lauschte auf das Rauschen der Dusche und die sich abwechselnden Stimmen von ihrem Vater und Luisa. Die Zeit verging im Schneckentempo. Lilly konnte den Nachmittag kaum noch erwarten. Endlich war es Zeit zum Aufbruch. Lilly montierte den zweiräderigen Anhänger an ihr Fahrrad, Sneaker hüpfte hinein und wackelte mit den Ohren. Dann schloss Lilly das Verdeck gerade so weit, dass Sneaker während der Fahrt nicht hinausspringen konnte und trotzdem genug frische Luft abbekam. Lilly trat in die Pedale, bog vor der Nepomukbrücke auf die Flusspromenade ab und fuhr den Weg an den Parkbänken vorbei flussabwärts. Aufgeregt erreichte sie die Hängebrücke und erlebte eine Überraschung. Lilly hatte erwartet, Erik allein anzutreffen, aber an der Parkbank, die nur ein Steinwurf von der Hängebrücke entfernt war, hatte sich im Schatten einer Platane die ganze Theatergruppe versammelt. Nur Mr. Wilson fehlte. Sneaker zwängte sich aus dem Fahrradanhänger und rieb zur Begrüßung sein Fell an Oles Bein. Ole tätschelte Sneakers Kopf und schaute Lilly an. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Lilly begrüßte ihre Freundinnen und die restliche Truppe, da drängte Bob auch schon zur Eile. Julia hat sich ausnahmsweise bereit erklärt, für mich einzuspringen, aber wenn ich nicht bald wieder in der Eisdiele bin, reißt mir mein reizendes Schwestermonster den Kopf ab. Inja, die auf der Linie der Bank gesessen und gehäkelt hatte, packte ihre Wolle ein und wandte sich an Lilly. Erik will uns was zeigen, verrät aber nicht was. Es ist gar nicht weit. Ich habe es neulich auf dem Nachhauseweg entdeckt. Erik führte die Theatergruppe ein Stück weit Richtung Stadtpark, zwängte sich durch das Gebüsch und bug die Zweige beiseite. Nacheinander schlüpften alle an ihm vorbei und staunten. Na, was sagt ihr? Erik vollführte eine weitschweifige Geste. Vor ihnen lag ein mit allem möglichen Unrat übersäter runder Platz, hinter dem sich halbkreisförmige Steinstufen erhoben. Das ist das alte Amphitheater. Mareike kam näher. Ich wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt. Melvin kickte eine leere Bierdose zur Seite und Mareike nahm ihre Sonnenbrille ab. Das gammelt schon seit Jahren vor sich hin. Mein Vater hat im Stadtrat schon öfter vorgeschlagen, dass das hier restauriert wird, aber keine Mehrheit dafür bekommen. Denise erklomm die unterste der mit Unkraut überwucherten steinernen Sitz rein. Hier stinkt's brutal. Adrian reichte ihr ein Erfrischungstuch mit einem Werbeaufdruck der Apotheke seiner Mutter, während Mitch die Hände in die Hüften stemmte. Das ist wie die Verena di Arona in Italien. Mein Onkel war da mal in so einer Oper. Das heißt nicht Verena di Arona, verbesserte Bob ihn, sondern Arena di Verona. Sag ich doch. Mitch lief zu einer mit Ruß geschwärztem, müllbedeckten Feuerstelle. Gladiatoren! Er zog einen verkohlten Ast aus der Asche. In diesen Ruinen kämpfen wir bis zum letzten Atemzug! Den Ast wie ein Schwert schwingend, drehte Mitch eine Ehrenrunde durch die Arena. Was meint ihr als Bandenchefs? Erik legte seinen linken Arm über Lillys Schulter und seinen rechten über Oles. Das wäre doch genau der richtige Ort für unser Musical. Bevor Lillie und Ole etwas sagen konnten, erscholl Mitch's Gebrüll. Grausiges Morgen gestern und heute! Wir meucheln die Horden und töten die Meute! Wary tippte sich an die Stirn. Mitch, du spinnst! Aber es reimt sich! Bob applaudierte. Jetzt bloß keine Gedichtinterpretation! Mitch erklomm die höchste Stufenreihe. Erst brüllte er wie ein Löwe, was nicht gerade beeindruckend klang, aber dann heulte er wie ein Wolf. Und das konnte er richtig gut. Das fand anscheinend nicht nur Lillie, sondern auch Sneaker. Er sprang die Stufen zu Mitch hinauf, legte den Kopf in den Nacken und heulte mit und sah dabei fast noch glücklicher aus als unter der Gießkannendusche. Melvin hub das verrostete Gestell eines kaputten Klappstuhls auf und schleppte es aus der Arena. Wie selbstverständlich fing jetzt die ganze Theatergruppe an, den herumliegenden Müll einzusammeln. Ole und Littl zerrten einen alten Autoreifen aus dem Gestrüpp. Erik lief zum Bootshaus und kam kurz darauf mit Besen und Schaufel sowie einem Rechen zurück. Abwechselnd rächten die wilden Küken alte Plastikverpackungen und jede Menge Bierdosen aus dem dürren Gras, während die Zicken mit Schaufel und Besen bewaffnet die erste Steinreihe freilegten. Die Zwölf schufteten mit vereinten Kräften. Obwohl es eine schwere Arbeit war, ging sie ihnen leicht von der Hand und schon nach einer Stunde befand sich kein Fitzelchen Abfall mehr in dem antiken kleinen Theater. Lilly warf eine letzte rostige Fahrradfelge weg, wischte sich die Hände an ihren Shorts ab und betrachtete den beeindruckenden Müllberg, den sie und ihre Freunde angehäuft hatten. Zufrieden schlenderte sie zurück ins Theater. In der Mitte der Arena drehte sie sich einmal um die eigene Achse und ließ sich erschöpft ins Gras sinken. Ein Ballon! rief Melvin plötzlich. Lilly wandte den Kopf und kniff die Augen zusammen. Wenn sie sich anstrengte, konnte sie sogar die drei winzigen Menschen im Korb des Heißluftballons erkennen, der weit hinterm Stadtturm über den bewaldeten Hügeln schwebte. Würdest du dich das trauen, Oberküken? Ole ließ sich neben Lilly ins Gras fallen. Oder hast du Höhenangst? Ich geb dir gleich Höhenangst! Lilly knuffte ihn mit dem Ellbogen in die Seite. Olmboss! Lilly und Ole lagen nebeneinander und sahen zu, wie das aus blaugrünen Stoffbahnen genähte Luftfahrzeug hinter den Hügeln verschwand. Enya, Wary und Bob setzten sich zu Lilly, während sich Little und Mitch neben Ole niederließen. Durch den dichte Unterschied der kälteren äußeren Luft und der erhitzten Luft im Ballon entsteht der Auftrieb, erklärte Little. Trotzdem würde ich nie mit so einem Ballon mitfliegen, auch wenn Ole... Er hätte wohl noch weitergeredet, wenn sein Bruder ihn nicht in die Seite geboxt hätte. Ballons fliegen nicht, sie fahren, du Intelligenzbestie! Stimmt! Little nickte noch schnell. Fluggeräte, die leichter als Luft sind, fahren. Wie Bote auf dem Wasser. Erik kauerte sich auf den Boden und kraulte Sneaker. Adrian verteilte seine letzten Erfrischungstücher an Denise und Mareike und rückte zusammen mit ihnen und Melvin ebenfalls näher. Schließlich lagen sie alle im Kreis. Nur ihre Füße zeigten nach außen. Wäre der Heißluftballon jetzt über sie hinweg geschwebt, hätten die Ballonfahrer weit unter sich zwölf junge Leute und einen Hund gesehen. Alle der Länge nach im Gras liegend, Kopf an Kopf und Schulter an Schulter, inmitten der Ruine eines winzigen Amphitheaters. Adrian seufzte. Die erlauben uns nie, dass wir ein Musical aufführen. Ole schüttelte den Kopf. Erst müssen wir Mr. Wilson überzeugen. Genau, gab Lilly ihm recht. Und Mr. Wilson überredet Frau Schley. Das macht er mit links, meldete sich Weri zu Wort. Sie steht doch sowieso auf ihn. Du sagst es, Schätzchen, brummte Mitch. Und die Schleife klickert es dann dem D-Rex. Oder ich verklickere es meinem Vater, sagte Mareike. Und der Elternbeirat erledigt den Rest. Stellt euch vor, Bob seufzte jetzt ebenfalls. Nachtblauer Himmel über dem ausverkauften Amphitheater, wie aus dem Nichts die ersten Töne des Musicals, und dann gehen die Scheinwerfer an. Insgesamt 5000 Watt, sagte Little. Lampenfieber, flüsterte Erik. Mareike, Bühne frei, murmelte Lilly. Und Vorhang auf. Mareike streckte graziös ihren Fuß in die Luft. Für uns, in unseren atemberaubenden Kostümen. Applaus, hauchte Denise. Schweigend blinzelten alle ins wolkenlose Blau des Sommerhimmels. Jetzt sind wir eins, sagte Bob in diese Stille hinein. Ein Ensemble. Für den Montagmorgen war ein Theatertreffen angesetzt. Fast eine Viertelstunde zu spät hetzten Lilly, Bob, Werry und Enya zur Treppe der Turnhalle hinunter, da sie vorher noch auf der Mystery den Hühnerstall ausgemistet hatten. Theaterprobe findet im Fitnessraum für Lehrkräfte statt, las Bob keuchend den Zettel, der an der abgeschlossenen Tür klebte. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Ich glaub, das ist im alten Nordflügel. Lilly fächelte sich nach der Rennerei kurz Luft zu. Also wieder zurück und nochmal quer durchs ganze Schulhaus. Am Fitnessraum angekommen, drückte sie noch beim Anklopfen die Tür auf und erschrak. Lass sofort Erik los! Die Grottenolme, Mareike, Denise, Melvin und Adrian, knieten links und rechts von Erik und pressten ihn auf den Boden. Lass ihn los! Lilly sprang Erik zur Hilfe und riss Ole am Kragen. Was soll das, Ole? Wir erden ihn! Krächzte Ole. Hör auf, mich zu würgen! Erst jetzt entdeckte Lilly Mr. Wilson, der lässig an einem zur Seite gräumten Hometrainer lehnte. Neben ihm war ein Flipchart aufgestellt, auf dem in Großbuchstaben das Wort Vertrauen geschrieben stand. Sie tun Erik nichts, zischte Warré in Lillys Ohr und zog sie von Ole weg. Das ist nur so ein Vertrauensspiel. Wie einen Taktstock hob Mr. Wilson seinen dicken Filzstift und wandte sich an die neben Erik Knienden. Nur mal ganz fest pressen und jetzt lasst ihn los! 14 Hände gaben Erik frei. Er richtete sich auf und lächelte beseelt. Und? fragte Mr. Wilson. Wie fühlst du dich? Leicht, antwortete Erik. Mr. Wilson klemmte sich die Kappe seines Stifts zwischen die Zähne und schrieb das Wort leicht auf den Papierblock. Wow! Erik bewegte die Hände wie unter Wasser. Das ist echt, das müsst ihr auch ausprobieren. Habt ihr schon vom Amphitheater erzählt? fragte Lillys. Doch Mareike schüttelte den Kopf. Wir wollten auf dich warten, Oberküken. Wie seht ihr denn aus? Als hätten sie ihre Hühner ausgemistet. Erik zog Enya einen Strohhalm aus ihren schwarzen Haaren. Lillys hatte kurz Mühe, sich zu konzentrieren, ließ Mareikes spöttisches Lächeln einfach von sich abperlen und erzählte Mr. Wilson von der Arena am Rande des Stadtparks. Während Lillys redete, schrieb Mr. Wilson in großen Buchstaben Arena auf den Block und machte ein dickes Fragezeichen dahinter. Ole stellte sich neben Lillys und nickte ihr aufmunternd zu. Lillys hat recht. Das Amphitheater ist der ideale Ort für unser Musical. Mr. Wilson legte den Stift auf die Ablage des Flipcharts. Dafür brauchen wir die Einwilligung der Schulleitung. Ich müsste zuerst Frau Schley übersäugen. Vare legte den Kopf schräg. Das dürfte doch kein Problem für Sie sein, Mr. Wilson. Nein, nein, Frau Schley ist auf unserer Seite. Wenn es jemand schafft, den Director zu beeinflussen, ist sie es. Mr. Wilson krempelte die Ärmel hoch. Ich sehe mir euer Amphitheater auf alle Fälle mal an. Vielleicht am besten gleich zusammen mit Frau Schley und der Schulleitung. Mareike streckte schon eine ganze Weile den Finger hoch. Ja, Mareike? Mr. Wilson nickte ihr zu. Unser Musical könnte doch von einem Mädchen handelndes Model werden, will. Stop, 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 bremste Mr. Wilson ihren Redefluss. So weit sind wir noch lange nicht. Ich werde euch rechtzeitig ein Thema vorgeben. Heute beschäftigen wir uns mit etwas ganz anderem. Langsam auf und ab gehen, fuhr er fort. Um es mit Shakespeare zu sagen, It's an unperfect actor upon the stage who with his fear is put beside his part. Ein unvollkommener Schauspieler steht auf der Bühne und vor lauter Lampenfieber vergisst er seinen Text. Genau das sind wir, unvollkommene Schauspieler. Mr. Wilson breitete die Arme aus und wartete. Eine lange, peinliche Pause entstand. Unsicher sahen sich alle an. Lilly atmete auf, als endlich jemand das Schweigen brach. Erik. Gibt es denn ein Mittel gegen Lampenfieber? Ja, das gibt es. Mr. Wilson schnappte sich den Stift von der Ablage des Flipcharts und kreiste das Wort Vertrauen ein. Den Stift noch in der Hand, stellte er sich einen Schritt von Erik entfernt mit dem Rücken zu ihm auf. Mr. Wilson schloss die Augen und ließ sich nach hinten fallen. Ganz automatisch griff Erik ihm unter die Arme, fing Mr. Wilson auf und ließ ihn langsam zu Boden sinken. Jetzt du, Lilly, Mr. Wilson erhob sich. Wie Mr. Wilson es gerade vorgemacht hatte, schloss auch Lilly die Augen. Fang mich, Erik. Sie verlagerte ihr Gewicht nach hinten und kippte in Eriks Arme. Er fing sie sicher auf, hielt sie einen Augenblick lang fest und half ihr wieder auf die Beine. Ole, fang mich. Mareike ließ sich in Oles Arme sinken. Bob fing Little und Little fing Melvin. Adrian fing Denise und Enja Mareike. Alle kamen der Reihe nach dran. Als letzter stand Erik vor Ole. Erik schloss die Augen und ließ sich fallen. Aber Ole erwischte ihn nicht richtig. Erik rutschte ihm durch die Arme und landete unsanft neben Oles rechtem Bein auf dem Boden. Der Aufprall von Eriks Hinterkopf verursachte ein dumpfes Geräusch. Für den Bruchteil einer Sekunde herrschte Totenstille. Reglos lag Erik auf dem Rücken. Ich hab ihn nicht zu fassen gekriegt. Ole kniete sich neben Erik. Mann, Erik, komm schon. Erik schüttelte sich kurz und richtete sich auf. Alles okay. Grinsend rieb er sich den Hinterkopf. Aber ob das gegen Lampenfieber hilft? Erleichtert atmete Mr. Wilson auf. Und alle anderen lachten über das Missgeschick und Eriks Reaktion. Nur Lilly bekam noch immer keine Luft. Noch immer war sie starr vor Schreck. Aber dann explodierte sie förmlich vor Wut und boxte Ole mit solcher Wucht auf den Oberarm, dass alle sie verwirrt anstarrten. Am verwirrtesten war Ole, der sich stumm den schmerzenden Arm hielt. Erik berührte Lilly an der Schulter. Das war ein Versehen, Lilly. Mr. Wilson riss das Blatt vom Flipchart. Genug für heute. Er faltete den großen Papierbogen zusammen und reichte ihn Little, der ihn in seinen Inspizientenordner klemmte. Dann wandte er sich Lilly und Ole zu. Ihr beiden bringt bitte das Flipchart hinauf ins Lehrmittelzimmer. Er klatschte in die Hände. Und wir anderen bringen hier alles wieder in seinen Urzustand. Das Laufband stand, glaube ich, hier und der Hometrainer kommt dahin. Lilly griff nach dem Gestell und motzte Ole an. Hilfst du mir jetzt vielleicht? Ole nickte. Lilly trug das hintere Ende des Flipcharts, Ole das vordere. Mit dem Fuß hielt er die Tür vom Leermittelraum auf und tastete nach dem Schalter. Durch das einzige Fenster fiel kaum Licht. Es war extrem schmal und zeigte auf eine vorgebaute Mauer und ein efeubewachsenes Abflussrohr. Die Deckenleuchten flackerten ein paar Mal und erhellten den dunklen Raum. Wie Mäntel in einer Theatergarderobe hingen zusammengerollte Landkarten in mehreren Reihen hintereinander. Lilly war noch nie hier gewesen und ließ ihren Blick über die Regale wandern. Aus dem Biologieunterricht erkannte sie den menschlichen Torso mit herausnehmbaren Plastikorganen wieder. Es gab eine Armee von Mikroskopen, Reagenzgläsern in allen Formen und Größen und einen Globus, der nicht die Erde darstellte, sondern den Mond. Schweigend lehnten Ole und Lilly das Flipchart an die Wand neben dem Fenster und Lilly wollte schon gehen, da hörte sie hinter sich ein seltsames Geräusch und drehte sich um. Ole schob das auf seinem Rollständer hängende menschliche Skelett hin und her, sodass die knöchernen Gliedmaßen klapperten. Mit verächtlichem Gesichtsausdruck verschränkte Lilly die Arme. Wie witzig! Ole nahm die Knochenhand hoch und winkte, was wirklich ein bisschen gruselig aussah. Komm, Lilly! Skelettie will dir was zeigen! Genervt näherte Lilly sich dem winkenden Knochenmann. Puh! machte Ole und gab Skelettie einen Schubs. Auch wenn sie etwas Ähnliches erwartet hatte, erschrak Lilly jetzt doch, fasste sich aber sofort wieder und schubste das schlenkernde Gerippe zu Ole zurück. Hey, Lilly! Ole hielt sie am Arm fest. Lilly, du hast doch sicher mitgekriegt, dass ich Juniorsportler des Jahres bin. Lilly verstand nicht, worauf er hinaus wollte und nickte ungeduldig. Also, druckste Ole, ich wollte dich die ganze Zeit schon was fragen. Aber er sagte nichts, sondern zog sie zu sich, als wollte er sie gleich küssen. Lilly stieß ihn weg. Du bist so ein Vollpfosten, echt! Und du erst! Ole versetzte Skelettis Rollständer einen heftigen Fußtritt. Das Knochengerüst rumpelte gegen eine kleine Trittleiter und kippte Richtung Fenster. Die Scheibe klirrte und der Totenschädel klemmte zwischen den gezackten Scherben im Fensterrahmen. Scheiße! Nichts wie weg! zischte Ole und rannte hinaus. Unschlüssig stand Lilly allein im Leermittelraum. Was sollte sie tun? Sollte sie auch türmen? Sie griff nach der Türklinke. Nein, sie würde Mr. Wilson Bescheid sagen und irgendeine Ausrede erfinden. Sowas wie, ich bin gestolpert und dann... Was hast du denn hier verloren? Kurz hörte Lillys Herz aufzuschlagen. Frau Schley erschien neben ihr in der Tür. Du hast doch gar nicht Kartendienst, oder? Stumm schüttete Lilly den Kopf. Bist du allein? Misstrauisch schob Frau Schley sich an ihr vorbei in den Leermittelraum. Aber was ist das denn? Unglücklich presste Lilly den Kopf gegen den Türstock und stutzte. Am Gangende kauerte Ole auf dem Treppenabsatz. Kurz trafen sich ihre Blicke, bis Ole sich noch tiefer unter das Geländer duckte. Frau Schley räumte den Knochenmann beiseite und kam dann wieder zur Tür. Über ihren Kopf hinweg sah Lilly, wie Ole sich die Treppe hinunter davonschlich. Frau Schley wies auf das kaputte Fenster. Warst du das? Oder vielleicht jemand anders? Lilly schwieg. Du bist doch sonst nicht so wortkark. Seufzend schloss Frau Schley den Leermittelraum ab. Den Schaden bezahlt die Versicherung. Aber... Sie steckte den Schlüsselbund in ihre Aktentasche und strich Lilly über die Locken. Aber du, Kindchen, du erzählst Luisa, was passiert ist. Versprochen? Lilly wusste. Sie würde nie jemandem erzählen, was passiert war. Ja, ich muss jetzt zurück zur Theater AG. Sie verschluckte ihre Tränen. Frau Schley musterte sie noch kurz, nickte und ging. Endlich allein konnte Lilly ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie lief um die nächste Ecke und weinte bitterlich. Es war viel mehr zerbrochen als nur eine Glasscheibe. Lilly fuhr am Schreinerauto ihres Vaters vorbei über Luisas leeren Parkplatz. Dann schob sie ihr Rad unter das Vordach des Holzlagers und atmete ein wenig auf. Wenigstens musste sie sich nicht sofort vor Luisa rechtfertigen. Sicher hatte Frau Schley Luisa inzwischen von der kaputten Scheibe erzählt. Einen Augenblick lang stand Lilly mit hängenden Armen neben den luftig aufgeschichteten Brettern und versuchte, sich eine Ausrede zurechtzulegen. Sie würde Luisa einfach sagen, dass sie das Flipchart allein in den Lehrmittelraum gebracht und Skeletti dabei versehentlich umgestoßen hätte. Schon wieder stiegen ihr Tränen in die Augen. Das Aufheulen der Hobelmaschine riss Lilly aus ihren Gedanken. Sie öffnete die Werkstatttür. Ihr Vater trug Ohrenschützer und Schutzbrille. Kaum hatte er Lilly entdeckt, stellte er die Hobelmaschine ab. Na, mein Mahagonilöckchen? Er kam zu ihr und nahm den Ohrenschutz ab. Lilly schlang ihre Arme um ihn und hielt ihren Vater ganz fest. Wegen ihrer Mahagonifarbenen Locken nannte Lillys Vater sie manchmal Mahagonilöckchen. Bis zur ersten Klasse hatte Lilly sogar gedacht, Mahagoniholz sei nach ihren Haaren benannt und nicht umgekehrt. Alles in Ordnung mit dir? Lillys Vater kniete sich vor die hohe Kiste, auf die Lilly sich gesetzt hatte, legte die Hände auf ihren Rand und stützte sein Kinn darauf. Lilly erzählte ihm, was passiert war. Keine von all den Ausreden, die sie sich zurechtgelegt hatte, sondern einfach die Wahrheit. Als sie fertig war, umarmte Lillys Vater Lilly und hielt sie lange fest. Willst du mit Ole darüber reden? Lilly schüttelte den Kopf. Er dachte nach. Dann kannst du nur hoffen, dass er mit dir darüber redet. Von draußen ertönte ein dreimaliges, kurzes Hupen. Lillys Vater lief aus der Werkstatt. Lilly kletterte von der Kiste herab und lugte durch das staubige Fenster. Draußen stand ihr Vater vor der Fahrertür und redete mit Luisa. Langsam ging Lilly zur Werkstatttür und trat ins Freie. Lillys Vater sagte noch ein paar Worte zu Luisa, dann lächelte er Lilly aufmunternd zu. Er musste gar nichts sagen. Lilly wusste auch so, dass sie nun auch für Luisa keine Ausreden mehr zu erfinden brauchte. Auf ihren hochhackigen Schuhen kam sie zu Lilly und striche über die Haare. Das mit der Scheibe regelt Frau Schley schon. Und das mit Ole? Sie ging vor Lilly in die Hocke und strich ihr zärtlich über die Wange. Vielleicht fühlt er sich so auf, weil er eifersüchtig ist? Lilly blinzelte verwirrt. Gemeinsam schleppten Luisa, Lilly und Lillys Vater die Getränke und das Hundefutter ins Haus und dann probierten sie die Picknickdecke aus, die Luisa neu gekauft hatte. Alle drei lagen im Schatten des Holunderbaums und schleckten Eis am Stiel. Frisch aus der Gefriertruhe im Keller war das Wassereis mit Orangengeschmack so kalt, dass es Lilly an den Lippen festfror. Lillys Vater rutschte zwischen Luisa und Lilly. Seht ihr den Vogel da oben? Das ist eine Schwalbe. Luisas Stimme klang ein wenig wie im Biologieunterricht. Schwalben gibt es auf jedem Kontinent und den meisten Inseln, eigentlich auf der ganzen Welt, nur nicht in der Arktis und der Antarktis. Sie sahen dem Vogel beim Fliegen zu und aßen ihr Eis auf. Lillys Vater wies mit dem Eishölzchen in den Himmel. Wisst ihr, was die Schwalbe da oben denkt, wenn sie uns hier unten auf der Picknickdecke liegen sieht? Drei Quadratmeter Glück. Er legte die Arme um Luisa und Lilly. So sollte es immer sein. Wir drei zusammen. Es wird aber nicht immer so sein. Und das ist auch gut so. Luisa richtete sich auf. Liebe lebt von Veränderung, nicht von Stillstand. Aber Luisa, ich meinte ja nur... Auch Lillys Vater richtete sich jetzt auf. Du meinst, man kann alles planen und festlegen und... Luisa wirkte jetzt fast ein bisschen wütend. Aber die Welt funktioniert nicht wie deine Listen an der Kühlschranktür, Stefan. In jeder Sekunde kann sich alles verändern und du... Ach, du verstehst gar nichts! Aufgebracht rannte sie ins Haus. Kurz darauf schallte Opernmusik aus dem offenen Fenster. Lilly und ihr Vater blickten sich ratlos an und falteten dann die Picknickdecke zusammen. Schon bald drang aus der Werkstatt wieder Maschinenlärm. Nachdem Lilly ihre Hausaufgaben erledigt hatte, machte sie sich auf den Weg zur Mystery. Sie musste einfach ein wenig allein sein. Sie sagte ihrem Vater Bescheid und holte ihr Fahrrad unter dem Vordach des Holzlagers hervor. Mit vollem Karacho sauste Lilly kurze Zeit später die Weiherwiese hinunter. Sie wich einem Maulwurfshügel aus, hohe Disteln streiften ihre Waden, mit beiden Händen umklammerte sie den Lenker. Vor ihr flimmerte die Silhouette der Mystery wie eine Fata Morgana. Jenseits des Schiffes berührte die Sonne bereits den hügeligen Horizont und ihre schrägen Strahlen verwandelten den Weiher in flüssiges Gold. Selbst der Uferschlamm glänzte kostbar. Lilly stemmte sich auf die Rücktrittbremse. War das Erik, der da im Bug des Schiffes auftauchte? Ihr Hinterrad schlitterte weg und Lilly hatte Mühe, den Schwung im Absteigen abzufangen. Neben dem alten Zelt mit den Strohballen ließ sie ihr Fahrrad ins Gras sinken. Lilly schlich sich ans Ufer und spähte durch die Binsen. Sie konnte nur eine Trainingsjacke erkennen. Dann blitzte ein Sonnenreflex auf Glas auf. Lillys Gedanken rasten. Das konnte nur Erik sein, der eine dritte Flaschenpost für sie versteckte. Lilly duckte sich. Sollte sie sich Erik zu erkennen geben? Oder sich verstecken und erst nachdem er verschwunden war, nach der Flasche suchen? Auf seinem Rückweg würde er unweigerlich ihr Fahrrad an der Wiese entdecken. Sein eigenes Rad stand am Steg, aber... Lilly verschlug es den Atem. Das war nicht Eriks Rad, das da am Pfosten lehnte, sondern Oles. Es dauerte eine Sekunde, bis Lilly kapierte, was hier vorging. Ole hatte an Bord der Mystery herumgeschnüffelt, Eriks Flaschenpost entdeckt und würde sie jetzt gleich öffnen. Aber das tat er nicht. Er hielt sie nur in der Hand und rührte sich nicht. Lilly rührte sich ebenfalls nicht, bis Ole mit dem Arm ausholte. Nein! Lilly rannte los. Die Flaschenpost wirbelte durch die Luft. Ole fuhr herum und starrte Lilly überrascht an. Die Flasche flog zu tief. Anstatt in den Weiher zu plumpsen, zerschellte sie am Rahmen von Oles Fahrrad. Splitter fielen auf die Planken und hinunter in den Schlamm. Ole verließ fluchtartig die Mystery und sprang auf den Steg. Lilly beschleunigte, stolperte und rannte weiter. Ole hob sein Rad über die auf den Planken glitzernden Splitter, drehte es in die richtige Richtung und setzte den Fuß schon aufs Pedal, als Lilly ihm den Weg verstellte und seinen Fahrradlenker mit beiden Händen packte. Warum machst du das? Lilly wies mit dem Kopf auf die Flaschensplitter auf den Planken. Aus Eifersucht? Oles dunkelblaue Augen funkelten sie an. Also stimmt es. Du bist sowas von blöd. Und du noch viel blöder. Ole riss sein Rad aus Lillys Händen, lief ein Stück weit auf die Wiese und schwang sich in den Sattel. Lilly kniete sich auf die Planken und beugte sich über den Steg. Unter ihr steckten Glasscherben im Schlamm und auf den braunen Algen trieb ein winziger Korb, nicht größer als ein Fingerhut. Fast wäre sie von übergekippt, so weit streckte Lilly sich, aber sie erreichte den Korb und barg ihn. Oben am Feldweg verschwand Ole gerade hinter den Bäumen. Lilly stülpte sich den Puppenkorb über die Fingerspitze. Er war unregelmäßig und ein wenig schiefgearbeitet. Ob Erik ihn selbst geflochten hatte? Lilly pustete einen trüben Wassertropfen aus dem Geflecht und zupfte ein glitschiges Algenhaar weg. Eine Weile hockte sie auf dem Steg und hing ihren Gedanken nach. Dann kletterte sie an Bord der Mystery, sah erst noch schnell nach den Hühnern und wollte sich wieder auf den Heimweg machen. Als sie aber kurz darauf ihr Fahrrad auf den Feldweg lenkte, entdeckte sie Ole. Er stand im Schatten der Böschung und starrte sie an. Lange wartete Lilly schweigend auf eine Entschuldigung. Aber Ole entschuldigte sich nicht. Er kehrte ihr den Rücken zu und schob sein Fahrrad den Feldweg hinauf, ohne sich noch einmal umzusehen. Von diesem Augenblick an war Ole für Lilly unsichtbar. Sie verbannte ihn einfach komplett aus ihren Gedanken. Nie mehr wollte sie in seine tiefblauen Augen sehen. Nie und nimmer. Am nächsten Morgen in der Fahrradhalle behandelte Lilly Ole wie Luft. Und genau so hielt sie es den ganzen Schultag lang. Als Erik kurz vor Unterrichtsbeginn ins Klassenzimmer kam, begrüßte er Lilly mit einem Lächeln. Getröstet lächelte sie zurück. Die Flasche seiner Flaschenpost war zwar kaputt gegangen, aber den kleinen Korb hatte sie gerettet. Wohl verwahrt lag er zwischen dem blau-weißen Seil und dem Sandsäckchen in Lillys geheimer Schublade. Ole war für sie erledigt. Lilly, Luisa und Lillys Vater waren mit dem Kleinbus der Schreinerei unterwegs. Lilly fuhr gerne dem großen, staubigen Auto. Heute saß aber nicht sie vorne neben ihrem Vater, sondern Luisa. Lilly hockte zusammen mit Bob, Weri und Enja auf der Rückbank und hinten im Kofferraum schnüffelte Sneaker im Sägemehl und nieste. Die Theatergruppe hatte sich im Amphitheater verabredet und Luisa wollte dabei sein, weil sie Mr. Wilson und den Theaterkids versprochen hatte, ihnen bei der Diskussion mit der Schulleitung beizustehen. Lillys Vater war mit von der Partie, weil Luisa ihn überredet hatte. Jetzt mach nicht so ein Gesicht, Stefan. Sie berührte kurz seine Hand am Lenkrad. Je mehr Eltern anwesend sind, desto größer ist unser Einfluss auf den Schuldirektor. Lillys Vater setzte den Blinker. Ich lass mich aber garantiert nicht für die kommende Elternbeiratswahl aufstellen oder sowas. Er parkte an der Uferpromenade und die wilden Küken und Luisa kletterten aus dem Wagen. Raus mit dir, Sneaker. Ich weiß ja, du magst auch keine Versammlungen. Lillys Vater machte die Leine am Hundehalsband fest. Luisa blickte auf die Uhr und drängte zur Eile. Herr Sattler ist auch schon da. Sie zeigte auf den im Schatten einer Platane parkenden Wagen, auf dessen Kofferraumdeckel ein Aufkleber der Partei von Mareikes Vater prangte. Mareike und Denise, Adrian und Melvin, die Grottenolm und Erik hockten nebeneinander auf einer der Steinstufen. In der Arena unterhielt sich Oberstudiendirektor Krämer mit Mareikes Vater. Ab und zu warfen auch Frau Schley und Mr. Wilson ein Wort ein. Der Direktor wies um sich. Ich weiß, Herr Sattler, wie sehr Sie die Schule unterstützen, aber das kann ich nicht genehmigen. Er zählte an den Fingern eine ganze Latte von Gegenargumenten auf, aber Herr Sattler fiel ihm immer wieder ins Wort. Also, alle Unkosten übernimmt der Elternbeirat. Die ganze Bühnentechnik bekommen wir von Gutfeldberg geliehen. Es geht im Grunde doch nur um Versicherungsfragen und darum kümmere ich mich. Mareike warf ihrem Vater eine heimliche Kusshand zu und drückte etwas näher an Erik heran. Während die Erwachsenen Luisa und Lillys Vater begrüßten, setzten sich Bob und Werry zu den Grottenolmen. Ole rutschte und machte den Platz neben sich für Lilly frei, aber Lilly ignorierte ihn und schlenderte zu Melvin. »Und wo sollen Lautsprecher, Scheinwerfer und der ganze Rest diebstahlsicher untergebracht werden?« fuhr der Direktor fort. Erik meldete sich. »Im Bootshaus. Das ist doch gleich um die Ecke. Ich bin im Ruderclub. Es gibt dort mehrere abschließbare Räume.« Mareike klopfte Erik auf die Schulter und ließ ihren Arm darauf liegen. Enja holte ihr Häkelzeug aus ihrer Umhängetasche und zwängte sich genau zwischen Mareike und Erik. Mr. Wilson hielt eine längere Rede über Eigeninitiative und den pädagogischen Wert von Theaterprojekten und Luisa pflichtete ihm mehrmals bei. Lillys Vater stand schweigend daneben. »Woher sollen wir so schnell Tribünen bekommen? Und die Bühnen bauten?« Direktor Krämer machte eine weitschweifige Handbewegung. »Kulissen, Requisiten, Gerüste für die Scheinwerfer, bequemere Sitzgelegenheiten für die Ehrengäste.« Lillys Vater räusperte sich und machte einen Schritt nach vorn. »Äh, ich bin Schreiner. Darum kann ich mich kümmern.« Am liebsten hätte Lilli ihren Vater umarmt. Aber das übernahm Luisa und gab ihm einen Kuss vor versammelter Mannschaft. »Und wir alle helfen, Herrn Holler!« rief Erik und die ganze Theatergruppe nickte eifrig. Der Direktor zögerte immer noch. Flehentlich blickte Mr. Wilson zu Frau Schley. Sie zuckte erst ratlos mit den Schultern und wagte dann einen letzten Versuch. »Herr Krämer, Sie wissen es vielleicht nicht, aber das Kollegium hält große Stücke auf Sie. Und auch ich.« Sie lächelte den Direktor ein wenig verschämt an. »Jetzt improvisiert sie«, dachte Lilli unwillkürlich. Und noch jemand improvisierte. »Ole.« Er sprang auf. »Abstimmung!« »Warum nicht, Erwin?« redete Frau Schley den Direktor jetzt mit Vornamen an. »Aber mir, Frau Kollegin!« Der Direktor fasste sich an den Kopf. »Was für eine unsinnige Idee! Ich allein fälle die Entscheidung!« »Ich bin dafür!« Mr. Wilson hob die Hand. »Ich auch«, sagte Frau Schley. Herr Sattler hob ebenfalls die Hand und auch Lillys Vater und Luisa und natürlich alle Theaterkits. Sogar Sneaker hob eine Pfote. Herr Krämer kratzte sich am Kopf und zuckte mit den Schultern. »Jetzt gebt ihr einen Ruck, Erwin!« Frau Schley berührte ihn kurz am Oberarm. »Überstimmt!«, sagte Direktor Krämer. Und der Rest ging in Jubel, Applaus und Wolfsgeheul unter. Lilli klingelte mit ihrer Fahrradglocke, bremste ab und schlängelte sich mitsamt ihrem Fahrradanhänger zwischen der Fußgängergruppe hindurch, die offenbar Radweg und Gehsteig verwechselte. Sneakers streckte neugierig den Kopf durch die Abdeckplane. Erneut nahm Lilli Tempo auf. Die volle Plastiktüte in ihrem Lenkerkorb raschelte im Fahrtwind und bei jedem Schlagloch hopste sie unternehmungslustig. Gestern Abend hatten Lilli, Verry, Bob und Enja noch eine wilde Kükentelefonkonferenz abgehalten, dabei eine grandiose Idee gehabt und sich für den Nachmittag verabredet. Lilli schaute auf die Uhr. Trotz ihres Umwegs würde sie es locker zum Bandentreffen schaffen. Mit flatternden Haaren sauste sie an den Sitzbänken der Flusspromenade vorbei Richtung Bootshaus. Sie ließ ihr Fahrrad ausrollen, stellte es ab und runzelte die Stirn. Am Bootshaus lehnte nicht Eriks Rennrad, sondern Enjas Mountainbike. »Enja?« Lilli klappte ihren Fahrradständer aus. In dem Moment kam Enja um die Ecke des Bootshauses und klopfte an die Holzwand. »Niemand zu Hause«, Lilli starrte ihre Freundin an. »Was machst du denn hier? Wolltest du Erik besuchen? Und du?« Enja holte eine Papiertüte aus ihrer Häkeltasche, die auf ihrem Gepäckträger klemmte, und ersparte Lilli die Antwort. »Komm mit, ich zeig dir, wen ich hier besuche.« Enja raschelte mit der Tüte. »Aber ohne Sneaker.« Lilli tätschelte Sneaker, gab ihm ein Hundeleckerli aus ihrem Fahrradkorb und schärfte ihm ein, im Anhänger zu warten. Enja führte Lilli einen schmalen Pfad am Flussufer entlang. »Ich fahre oft hier vorbei und dann durch den Stadtpark zur Schule. Wir kennen uns jetzt schon fast ein halbes Jahr.« Lilli verstand nur Bahnhof und wollte eben nachhaken, da legte Enja den Finger auf die Lippen. »Hier mündet der Stadtbach.« Vorsichtig schob sie Schilfhalme auseinander. Vor Lilli öffnete sich der Blick auf eine sandige Landzunge. Langsam schob Enja sich durchs Schilf, ging in die Hocke und gab seltsam schnatternde Laute von sich. Lilli traute ihren Augen und Ohren nicht. Aus dem Schilfgürtel ertönte eine schnatternde Antwort und unbeholfen watschelte eine Ente auf Enja zu. »Humpelinchen, darf ich vorstellen? Nein, das ist Lilli, das Oberküken der wilden Küken. Lilli, das ist Humpelinchen.« Die Ente legte den Kopf schräg und betrachtete Lilli neugierig. Erst jetzt bemerkte Lilli, dass mit der Ente etwas nicht stimmte. Einer ihrer Füße war verkrüppelt und ein Flügel hing etwas herunter. Enja holte ein Stück Brot aus der Papiertüte, hielt es zum Einweichen kurz in den Fluss und steckte es der zutraulichen Ente in den Schnabel. »Kann man sie streicheln?« Lilli ging neben Enja in die Knie und streckte den Arm aus. Aber da fauchte Humpelinchen so bedrohlich, dass Lilli sofort zurückwich. »Sie kennt dich noch nicht.« Enja strich mit dem Handrücken über Humpelinchens Brustgefieder und murmelte etwas in Entensprache. Jetzt weichte auch Lilli Brot ein und legte es bröckchenweise auf Enjas flache Hand, von wo Humpelinchen es sich abwechselnd schnatternd und schluckend schnappte. »Wahrscheinlich hat ein Auto sie angefahren.« Enja schüttelte noch ein paar Brösel aus ihrer Tüte. »Inzwischen kommt sie gut allein zurecht, aber als ich sie gefunden habe, da sah es nicht gut aus.« »Hast du sie geheilt?« Enja schüttelte den Kopf. »Ich war mit ihr beim Tierarzt.« Lachend gab sie Humpelinchen einen zärtlichen Stups. »Du hast mich mein ganzes Taschengeld gekostet.« Lilli und Enja fütterten Humpelinchen noch eine Weile, verabschiedeten sich dann von der Ente und machten sich auf den Rückweg. Sie hatten das Bootshaus schon fast wieder erreicht, als jemand ihren Namen rief. »Erik!«, sagten beide gleichzeitig und liefen die letzten Meter. Eriks Rennrad lehnte neben Enjas Mountainbike an der Wand und er selbst kauerte neben Lillys Fahrradanhänger und kraulte Sneaker. »Wolltet ihr zu mir?« Kurz zögerten beide Mädchen, aber dann nickte Lilli. »Ja, wir wollten dich fragen, ob du mitkommst zu unserem Bandentreffen. Wir haben uns nämlich eine nette kleine Überraschung für die Grottenäume ausgedacht.« Enja grinste. »Seit ihrem letzten Überfall haben wir noch eine Rechnung mit ihnen offen. Und du doch auch.« »Ich muss leider trainieren. Die Theatergruppe kostet mich schon so viel Zeit.« Mit bedauerndem Achselzucken schloss Erik das Bootshaus auf und Lilli und Enja machten sich ohne ihn auf den Weg zur Mystery. Die Hühner der wilden Küken scharrten und pickten fleißig in ihrem Auslauf unter der alten Weide, aber auch die wilden Küken im Bauch der Mystery waren nicht untätig. Sie hockten auf den heruntergeklappten Schlafkojen um den Tisch und bemalten mit Verrys neonfarbenen Textilstiften und schwarze T-Shirts, die sie dafür besorgt hatten. Injas Häkeljacke hing als Sonnenschutz vor dem Bullauge, sodass ein Muster aus Licht und Schatten in den Schiffsraum fiel. »Sieht echt gruselig aus!« Bob beäugte ihr mit einer wirklich fiesen Spinne verziertes T-Shirt und schüttelte sich halb lachend, halb sich gruselnd. Lilly probierte ihr Shirt an, auf das sie ein leuchtend-weißes Spinnennetz gemalt hatte und betrachtete sich, so gut es ging, in Verrys kleinem Taschenspiegel. Verrys reichte ihr einst der Vampirgebisse aus ihrer Tüte. Lilly steckte es sich über die Zähne und fauchte ihr Spiegelbild an. »Eigentlich haben Vampire ja gar kein Spiegelbild.« Enja schminkte sich das Gesicht weiß und je weniger von ihrer sonnengebräunten Haut zu sehen war, desto schwärzer glühten ihre Augen und desto rötlicher und geäderter wirkten ihre Augäpfel. »Wie lange geht das Basketballspiel?« fragte Verrys. »Angefangen hat es um zwei,« antwortete Bob. »Aber wie lange es dauert?« Der Rest war unverständlich, weil sie, während sie redete, ebenfalls ein Vampirgebiss anprobierte. Wenn Ola ein Basketballspiel hatte, saßen sein Bruder und Mitch mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit im Publikum. »Das wird ein Empfang!« Blutrünstig kratzte Verrys mit ihren künstlichen Krallen durch die Luft. »Dagegen ist ihr Feuersalamander das reinste Schoßhündchen.« Lili drehte Verrys Krallenhand, sodass sie auf ihre Uhr sehen konnte. »Wir sollten uns auf alle Fälle beeilen, wenn wir vor ihnen in der Grottenolmgrotte sein wollen.« Voller Vorfreude auf ihren Kuh vervollständigten die wilden Küken ihre Verkleidungen, schminkten sich die Gesichter und klapperten mit ihren Vampirgebissen. Zu guter Letzt füllten sie verdünnte rote Fingerfarbe in Frühstücksbeutel und schrieben Blutgruppe A auf die dünne Folie, Vampirbier oder Blutkonserve. Bob malte einen Totenschädel mit zwei gekreuzten Knochen auf ihre Beutel. Lili füllte den letzten Restfarbe in die von Enya aufgehaltene Tüte. Enya drehte das Ende zu einem Strang und machte einen Knoten hinein. Skeptisch wog sie den Blutbeutel in der Hand. »Hoffentlich platzen die auch, wenn man sie wirft. Vielleicht sollten wir das testen, bevor...« In diesem Moment knallte etwas gegen das Bullauge. Nach dem ersten Schrecken riss Lili Enyas Häkeljacke beiseite. Schlamm rutschte auf der Fensterscheibe nach unten. Oben an Deck jaulte Sneaker wie ein Wolf und vom Steg herauf drang Mitch's Geheul. Die wilden Küken rafften ihre Blutbeutel zusammen und stürmten die Schiffstreppe hinauf. Lili streckte den Kopf aus der Luke und schon traf sie schmerzhaft ein klumpen Schlamm im Nacken. Sie biss ihre Vampirzähne aufeinander und sprang auf die Planken. Als ersten entdeckte sie Mitch. Er steckte in einer Winterjacke, deren Innenpelz er nach außen gewendet hatte. »Da brat mir einer einen Storch!« Mitch stand im flachen Wasser des Weihers und baggerte Schlamm auf den Steg. »Die Küken sind Vampire!« »Und was seid ihr? Memmen, oder?« Enya feuerte einen Blutbeutel auf Mitch. »Es funktioniert!« Der Beutel platzte und Blut tropfte von Mitch's Pelz. »Werwölfe!« heulte Mitch. »Boss! Mich hat's erwischt!« Er formte Schlammknödel und pfefferte sie auf die wilden Küken. Sneaker, der erst noch mit den Wölfen geheult hatte, flüchtete zum Hühnergarten und legte sich ins Gras. Lilly sah einen Schlammbatzen durch die Luft direkt auf sich zufliegen, duckte sich rechtzeitig und erkannte dann Ole und Little zwischen den Binsen. Beide hatten sich schwarze Schaffälle um den Leib gewickelt und trugen Wehrwolfsmasken. Lilly musste ihre Gesichter nicht sehen, um unterscheiden zu können, welcher Wolf Ole war und welcher Little. Beide warfen mit Schlamm, aber Oles Würfe erwiesen sich als wesentlich zielsicherer. Obwohl Ole ja eigentlich Luft für sie war, schleuderte Lilly einen Blutbeutel auf ihn. »Kleine Blutkonserve gefällig, du räudiger Hund!« Der räudige Hund duckte sich und die Blutkonserve platzte auf Littles Brust. »Ich bin kein räudiger Hund, ich bin ein Lykantrop! Der Begriff kommt vom griechischen Lykos für Wolf und Anthropos für Mensch!« »Und ich schwitze wie ein Schwein!« Der Wolfsmensch neben ihm riss sich die Maske vom Kopf. Das hätte Ole lieber nicht tun sollen, denn im gleichen Moment streifte ein Blutbeutel, der schon beim Abwurf gerissen war, sein Gesicht und färbte es tiefrot. »Und was heißt Rothaut auf Griechisch?« Verri rieb sich die vampirischen Krallenhände vor Freude über ihren Treffer. Inzwischen schleuderten beide Banden mit allem, was sie erwischen konnten. Lilly stand nun im seichten Wasser und schmiss Schlammbelle in rascher Folge. Little sammelte nicht geplatzte Farbbeutel auf und reichte sie Ole, der damit auf die Küken feuerte. Mitch warf mit allem, was ihm in die Finger kam. Mit Schlamm und Erdklumpen, Tannenzapfen und ausgerissenen Grasbüscheln. Plötzlich aber kam die Schlammschlacht zum Erliegen, weil ein Pfiff über die Weiherwiese schallte, der weder der Kehle eines Vampirs noch der eines Wehrwolfs entstammte. Ein einsames Klatschen war zu hören. »Was für eine tolle Vorstellung!« Erik löste sich aus dem Schatten der alten Weide und nährte sich mit einem spöttischen Lächeln auf den Lippen. »Das ist gar nicht schlecht!« Bob rieb sich das weißgeschminkte Kinn und wiederholte Eriks Worte. »Was für eine tolle Vorstellung!« Mitch ließ sein Grasbüschel fallen, Verri ihren Blutbeutel, Lilly klaubte sich Schlamm aus den Haaren, Enja nahm ihre Fledermauszähne aus dem Mund, Little zog sich die Maske vom Kopf und Ole wischte sich rote Farbe aus dem Gesicht. Alle blickten erwartungsvoll zu Bob. »Werwolfbande gegen Vampirbande! Das sollten wir auf die Bühne bringen!« Wie immer, wenn sie angestrengt nachdachte, machte Bob einen Mund, als wollte sie pfeifen. Aber da piepste ihre Armbanduhr und sofort verfinsterte sich Bobs Gesicht. Seufzend stellte sie den Alarm ab und sah an sich herunter. »Ach, so kann ich jedenfalls nicht in die Eisdiele!« Sie schlüpfte aus ihren vor Schlamm strotzenden Sandalen. »In einer Dreiviertelstunde fängt meine Schicht an, und wir müssen die Hühner noch versorgen und hier sauber machen.« »Gemeinsam schaffen wir das im Nu!« Ole zog seinen Wolfspelz aus, schnappte sich einen Eimer und schaute Lilly fragend an. »Los, Oberküken, worauf wartest du?« Ohne ihn eines Blickes zu würdigen, verteilte Lilly Lappen, Schrubber und Besen, und dann machten die sieben Monster zusammen mit Erik Kla Schiff auf dem Schlamm und blutverschmierten Kahn, schminkten sich gegenseitig ab und übertrafen einander mit Ideen für das Musical. Am nächsten Nachmittag stand ihr Plan fest. Ein paar Minuten vor Beginn des Theatertreffens huschten Lilly, Bob, Verri und Enja in die Mädchentoilette links vom Fitnessraum für Lehrkräfte. Erik und die Grottenäume verschwanden in der Toilette für Jungs. Alle hatten prallgefüllte Taschen, Tüten und Rucksäcke dabei. Und Bob hatte ihren Klarinettenkoffer mitgebracht. Im Waschraum packten die wilden Küken ihre Requisiten und Kosmetiksachen aus und fingen an, sich zu verwandeln. Lilly schminkte sich ein totenbleiches Gesicht mit violetten Lippen, als der Schulgong zum Stundenwechsel ertönte. »Beeilung!«, drängte Verri und klebte sich die letzte Kralle an den Finger. Enja malte sich noch eine rote Blutspur in den Mundwinkel und warf Bob im Spiegel einen Blick zu. »Du hast dein Spinnenshirt verkehrt herum an.« Bob drehte es schnell richtig herum und Verri half ihr dabei, damit die Schminke in Bobs Gesicht nicht verschmierte. Lilly schob sich das Gebiss in den Mund. »Fertig!« Die vier Vampirinnen betrachteten sich zufrieden. »Mit den Dingern kann ich nicht Klarinette spielen!« Bob klapperte mit ihren künstlichen Reißzähnen. »Wieso hast du die Klarinette überhaupt dabei?«, fragte Verri. »Ich hab die ganze Nacht darüber nachgedacht«, fing Bob an. »Also, mir schwebt das so vor. Erst ist die Bühne ganz dunkel und dann, ganz leise, hören wir einen Klarinettenton. Die Lautstärke schwillt an und es wird langsam hell. Dämmerung. Und dann verstummt die Musik und wir hören... »Ein Klopfen!« Inja machte einen Schritt zur Tür. »Da hat es doch eben geklopft, oder?« Noch während sie das sagte, klopfte es nochmal und Lilly erkannte Ules Stimme. »Seid ihr soweit?« Die vier Vampirinnen waren soweit und traten auf den Gang hinaus, wo bereits vier Wehrwölfe auf sie warteten. Ule und seine Jungs sahen aus wie gestern, nur ein wenig verwegener, weil noch immer eingetrockneter Schlamm und rotes Fingerfarbenblut in ihren Pelzen hingen. Das Fell des vierten Wehrwolfs wies weder Schlamm noch Blut auf. »Du bist wohl eher ein Wehrtiger!« Inja berührte den gestreiften Bettvorleger, den Erik sich um die Schultern gebunden hatte. Der getigerte Wehrwolf knurrte. »Aber ich bin garantiert kein Vegetarier!« Gespielt schnappte er nach Inja. »Jetzt lass den Quatsch!« zischte Lilly. »Da vorne kommt schon Mr. Wilson!« Das Flipchart geschultert, marschierte er auf die maskierten Freunde zu. War da eben ein Lächeln über sein Gesicht gehuscht, als er die Vampire und Wehrwölfe auf dem Gang entdeckt hatte? Lilly konnte sich aber auch getäuscht haben. Als wäre alles wie immer, grüßte er sie und wies mangels einer freien Hand mit dem Fuß auf den Fitnessraum. »Ich hab vorhin schon aufgesperrt, Lidl. Hältst du mir mal die Tür auf, bitte?« Lidl öffnete Mr. Wilson die Tür, er ging hinein und stellte das Flipchart auf. Die wilden Küken, Erik und die Grottenolme folgten ihm und starrten in vier Gesichter, die ihrerseits zurückstarrten. Mareike und Denise standen vor dem Fenster und glitzerten wie Prinzessinnen oder besser gesagt wie Models. Ihre Schuhe hatten endlos hohe Absätze. Sie trugen rosa-rot und mintgrün glitzernde Cocktailkleider und auf den hochgesteckten Haaren saßen farblich passende Hütchen mit einem Netz aus Tüll, das wie ein Vorhang vor ihren stark geschminkten Augen hing. Flankiert wurden die beiden Mannequins von zwei schwarz gekleideten Bodyguards. Melvin und Adrian trugen schwarze Fliegerjacken, verspiegelte Sonnenbrillen und hatten Stöpsel in den Ohren, wie die FBI-Agenten im Kino. Lili verschluckte sich fast angesichts der perfekten Darbietung und musste kurz ihr Gebiss rausnehmen. Ganz offensichtlich hatten die beiden Schönheiten und ihre Leibwächter den gleichen Einfall wie die Wehrwölfe und Vampire, nämlich Mr. Wilson durch einen tollen Auftritt von ihrer Idee für das Musical zu überzeugen. Cool! Neugierig wollte Mitch sich Melvins Pistole aus der Nähe betrachten, die an dessen Gürtel hing, aber sofort richtete der die Waffe auf ihn. Hände hoch über den Kopf, Wehrwolf! Los, ich will deine Hände sehen! Adrian zückte ebenfalls seine Waffe und stellte sich breitbeinig vor Denise. Keine Angst, Beauty, ich bin bei dir! Mitch legte die Hände hinter den Kopf und entfernte sich knurrend. Ich will auch so eine Knarre! Ole gab Mitch einen Klaps auf den Hinterkopf und schob seine Maske hoch. Wir sind Wehrwölfe, wir brauchen den Kram nicht, weil wir übermenschliche Kräfte haben! Aber Vampire sind stärker! rief Barry. Doch da brach auch schon die Diskussion darüber los, was interessanter sei. Models, Lykantropen, Bodyguards oder blutsaugende Draculas. Man verstand sein eigenes Wort nicht mehr. Ruhe bitte! verschaffte Mr. Wilson sich Gehör. Er legte die Hand auf das Deckblatt des Flipcharts. Ich möchte euch heute das Thema für unser Musical bekannt geben. Als wäre die Zeit stehen geblieben, starrten die zwölf Schauspieler auf das Flipchart. Mr. Wilson schlug das Deckblatt beiseite und gab den Blick auf drei Worte frei. Romeo und Julia Eine Sekunde, absolute Stille. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, aber man hörte keine Stecknadel, sondern Mareike. Ich spiel die Julia! Sie zog sich das Hütchen mit dem Netz vom Kopf und stellte sich neben das Flipchart. Nein! protestierte Adrian. Denise spielt die Julia! Und du ihren Romeo oder wie? lästerte Mitch. Lilly stellte sich auf das Laufband, als wollte sie eine Rede halten. Wollte sie auch, aber ihr fehlten die Worte. Also rief sie nur, wir wollen aber Vampire sein und Wehrwölfe! Romeo und Julia ist Weiberkram, rief Mitch. Ich bin für Wehrwölfe mit Knarren! Die Theatergruppe redete noch eine Weile durcheinander, bis leise Musik ertönte. Verwirrt blickten alle zu Bob. Sie hatte das Vampirgebiss in den Klarinettenkoffer gelegt und spielte eine einfache Melodie, die immer lauter wurde. Dann hielt sie einen langen, langen Ton und legte die Klarinette schließlich beiseite. Lilly schien es, als würde der Ton noch immer im Raum schweben. Alle Aufmerksamkeit ruhte auf Bob, die Werry den Vampirumhang abnahm und Mareike um die Schultern legte. Wieso keine Vampir, Julia? Und? Bob nahm Melvin die verspiegelte Sonnenbrille weg und setzte sie Erik auf die Nase. Und ein Wehrwolf, Romeo! Lillys Herz klopfte vor Aufregung. Fragend blickten alle zu Mr. Wilson. Der nickte und strahlte dabei so glücklich übers ganze Gesicht, dass alle davon angesteckt wurden und begeistert klatschten. Am nächsten Schultag beschloss die Theatergruppe einstimmig, sich erst am Sonntag wieder zu treffen. Bis dahin aber sollte jeder weitere Ideen für das Stück aufschreiben und per E-Mail an den Inspezienten schicken. Nach Unterrichtsschluss radelten die wilden Küken gemeinsam bis zum Stadtbrunnen, wo sich ihre Wege immer trennten. Sie stillten die Räder kurz ab, setzten sich auf die Brunnenmauer und planschten mit den Händen im kühlen Wasser, während sie besprachen, wer am Wochenende nach Bussi, Birdie, Inis und Flocke sehen sollte. Ich mach das. Inja beschattete mit beiden Händen ihr Gesicht. Ich wünschte, es würde regnen. Bob spritzte Wassertropfen in die Luft. So ein richtiger Temperatursturz, dass in der ganzen Stadt niemand mehr Lust hätte auf Eiscreme. Verri wischte auf ihrem Smartphone rum. Also der Wetterbericht für heute sagt, Hochdruckeinfluss, sonnig und heiß. Nicht mal eine einzige Wolke zum Träumen. Bob legte den Kopf in den Nacken und blinzelte in den Himmel. Oh, das wird ein anstrengender Nachmittag heute in der Gelateria. Ja, Verri legte den Arm um Bob. Weißt du was? Wir helfen dir in der Eisdiele. Gleich nach dem Mittagessen. Wir alle drei. Was meint ihr? Lilly und Enja zögerten. Dann könnte ich euch nebenher von meinen Ideen für das Musical erzählen. Bob rieb sich winzige Schweißperlen von der Knobbelnase. Enja erhob sich von der Brunnenmauer. Mein Vater kommt heute zu Besuch und ich kümmere mich ja schon um die Hühner. Enjas lange schwarze Haare verdeckten ihre Augen. Und ich muss mein Zimmer aufräumen. Lillys Zehen verkrampften sich in ihren Sandalen. Ihr wisst ja, wie Eltern manchmal sein können. Gleich würden die anderen merken, dass das eine Ausrede war. Aber Bob, Verri und Enja seufzten nur verständnisvoll. Aber gleich nach dem Mittagessen fing Lilly nicht etwa an, ihr Zimmer aufzuräumen, sondern machte sich auf den Weg zum Bootshaus. An der Abzweigung von der Nepomukbrücke auf die Flusspromenade hielt sie kurz an. Sie wusste, dass Erik gerade trainieren würde, aber sie wusste nicht, wo auf dem Fluss er sich befand. Doch Lilly hatte Glück. Unter den Bögen der Nepomukbrücke hervorhalte ihr Name und Erik schoss, ihr Zeichen gebend, in seinem Einer vorbei. Auf der Uferpromenade radelnd, versuchte Lilly vergeblich, ihn einzuholen. Sie ließ ihr Rad ausrollen. Erik würde am Bootshaus auf sie warten, er würde die Leine zuwerfen und sie würde ihm helfen, den Pinguin an Land zu ziehen und ins Bootshaus zu schaffen. Lilly? Enja kam von der Hängebrücke geradelt und bremste scharf auf dem sandigen Weg. Enja? Lilly bremste ebenfalls scharf. Keine Handbreit voneinander entfernt kamen ihre Vorderreifen zum Stehen. Willst du wieder zu Humpelinchen? fragte Lilly. Enja antwortete mit einer Gegenfrage. Und du? Hey, Vampir-Ladies! Erik ruderte gegen die Strömung, um auf der Stelle zu bleiben. Wir haben doch heute kein Theatertreffen, oder? Vom Training schweißnasse Locken hingen ihm in die Stirn. Lilly schüttelte den Kopf. Helft ihr mir im Bootshaus? Erik holte die Ruder ein und ließ sich weiter flussabwärts treiben. Lilly und Enja fuhren das letzte Stück gemeinsam und lehnten ihre Räder an die Bretterwand, während Erik das lange Boot geschickt durch das offenstehende Tor ruderte. Lilly folgte Enja ins Bootshaus. Erik saß noch in seinem Pinguin und hielt sich mit der Hand an einem der schwimmenden Stege fest. Mit der anderen warf er Enja die Leine zu. Dann kletterte er aus dem Boot und gemeinsam hieften sie es auf den Steg. Das Wasser unter ihnen gluckste. Lilly blinzelte in das helle Licht, das durchs offenstehende Tor hereinstrahlte. »Inzwischen kann ich den Palstig blind.« »Den Palstig?«, fragte Enja nach. »Der König aller Knoten«, erklärte Erik. In Lilly braute sich Ärger zusammen. Sie wollte nicht, dass Erik mit Enja über Knoten redete. Vielleicht wollte sie nicht einmal, dass er überhaupt mit Enja redete. »Habt ihr Lust, auch mal zu rudern? Vielleicht mit dem da?« Erik wischte ein paar Wassertropfen von seinen Sportschuhen. Lilly kapierte erst nicht, was er meinte. »Also, wenn du mitfährst, trau ich mich.« Enja trat neben Erik. »Ich auch«, sagte Lilly, die jetzt auch verstanden hatte, was Erik meinte. Zu dritt lösten sie einen Vierer aus der Halterung an der Wand des Bootshauses und ließen ihn ins Wasser. Erik hielt das Boot fest und zeigte Enja und Lilly, wie sie auf den beweglichen Sitzen Platz nehmen sollten. Doch als sie gerade losfahren wollten, ertönte plötzlich eine fremde Stimme. »Erik, was soll der Unsinn?« Ein Mann stand am Eingang des Bootshauses. »Nur ein kleiner Ausflugcoach.« Erik kletterte wieder aus dem Boot und half dann den Mädchen. Lilly sah, wie Eriks Trainer näher kam. »Das sind nur zwei Mädchen aus meiner Klasse.« Erik strich sich die Haare aus der Stirn. »Ich wollte ihnen zeigen, wie toll der Rudersport ist.« Der Trainer musterte Lilly und Enja. »Dafür gibt es einen Schnupperkurs. Unsere Mädchen könnten echt Verstärkung gebrauchen.« Er kümmerte sich nicht weiter um Enja und Lilly und nahm Erik an den Schultern. »Junge!« Eine lange Pause folgte, in der Erik seinen Blick auswich. Lilly bemühte sich, Erik möglichst aufmunternd anzulächeln. Aber es funktionierte nicht. Erik senkte den Kopf noch tiefer. »Morgen ist der Wettkampf!« Der Trainer schüttelte Erik, als wollte er ihn aufwecken. »Dein Wettkampf! Dafür haben wir so lange trainiert!« Erik nickte. »Alles klar, Coach.« Enja räusperte sich. »Also, wir gehen dann mal.« »Tschüss, Erik!« Lilly hob die Hand. Jetzt lächelte Erik kurz. Der Trainer zog seine Jacke aus. »Ach ja, die Termine des Schnupperkurses findet ihr auf unserer Homepage.« Ohne sich weiter um die Mädchen zu kümmern, wandte er sich wieder Erik zu. »Was ist in letzter Zeit nur mit dir los?« Erik schwieg. Lilly und Enja entfernten sich langsam. »Du warst doch immer so diszipliniert,« redete der Trainer weiter. »Aber neuerdings kommst du dauernd zu spät zum Training. Gerade jetzt!« Lilly drehte sich um. »Dafür kann Erik nichts! Das Treffen der Theatergruppe dauert manchmal länger als geplant und...« »Welche Theatergruppe?« Der Trainer ignorierte Lilly und starrte Erik ins Gesicht. »Erik!« »Papa, ich weiß, dass ich mich nur auf das Rudern konzentrieren soll. Aber...« Lillys Herz hämmerte. »Papa? Der Coach war Eriks Vater? Und er wusste nichts von der Theater-AG. Und ausgerechnet Lilly konnte ihre Klappe nicht halten. Dabei wollte sie Erik doch nicht verraten, sondern ihm nur beistehen.« Erik redete jetzt so leise weiter, dass Lilly kein Wort mehr verstand. Enja nahm Lilly am Arm und zog sie nach draußen zu den Fahrrädern. Sie radelten schweigend bis zur Hängebrücke. Hier hätte Enja abbiegen können, aber sie fuhr noch neben Lilly her bis zur Nepomukbrücke und wollte von dort den Weg über den Stadtbrunnen nehmen. Die Mädchen redeten noch kurz über Eriks Vater und verabschiedeten sich schneller als sonst. Am anderen Ende der Brücke hielt Lilly an. Ohne abzusteigen, stützte sie sich mit dem Fuß am Geländer ab, holte ihr Handy heraus und tippte eine SMS an Erik. »Sorry für alles. Viel Glück morgen beim Wettkampf. Gruß, Lilly.« Kurz schwebte Lillys Daumen über den Tasten, dann fügte sie noch schnell ein Herzchen vor ihrem Namen ein. Sie drückte auf »Senden«, hob kurz den Kopf und erschrak. Am anderen Brückenende lehnte Enja neben ihrem Rad am Geländer und tippte ebenfalls eine SMS. Als hätte sie Lillys Blick gespürt, wandte sie den Kopf und schaute ihr direkt in die Augen. Ein schwerer Lastwagen fuhr dröhnend über die Brücke und versperrte Lilly die Sicht. Heiße Motorenluft wallte über sie hinweg. Zur gleichen Zeit wie Lilly steckte Enja auf der anderen Seite ihr Handy ein, Beide wussten, wem die andere soeben eine Nachricht geschickt hatte. Sie schwangen sich grußlos auf ihre Räder und fuhren nach Hause. Daheim räumte Lilly ihr Zimmer auf. Sie leerte sogar die Regale um ihr Bett herum, wischte alle Fächer sauber und räumte sie wieder ein. Sie kippte alle Schubladen aus und pustete den Staub heraus. Nur ihre Geheimschublade mit dem dünnen blau-weißen Seil, dem kleinen Sandsäckchen und dem winzigen Korb darin ließ sie zu. Sie holte den Staubsauger und saugte gründlich, unter dem Bett, in der Nische vom Heizkörper und an der Fußbodenleiste entlang. Lilly putzte und räumte und ordnete, als könnte dadurch die Ausrede, die sie ihren Freundinnen aufgetischt hatte, nachträglich wahr werden. An diesem Abend lag Lilly noch lange wach. Mindestens hundertmal sah sie auf ihrem Handy nach, ob Erik auf ihrer SMS geantwortet hatte. Hatte er aber nicht. Und auch am Samstagmorgen meldete ihr Display keine neue Nachricht. Doch dann klingelte plötzlich ihr Handy. Verwirrt starrte Lilly aufs Display, auf dem ein einziges Wort blinkte. Kükenalarm. Lilly spurtete über den Parkplatz an der Notaufnahme vorbei, in die Eingangshalle des städtischen Klinikums. Vor dem Aufzug entdeckte sie Enja, die ungeduldig den Liftknopf betätigte und ihr entgegenwinkte. Der Förtner hat gesagt, sie sind wahrscheinlich unten in der Ambulanz. Obwohl er schon leuchtete, drückte Lilly ebenfalls mehrmals auf den Knopf. Da sind ihre Eltern. Enja zeigte auf Herrn und Frau Gräfe, die jetzt schnell herankamen. Lilly, wo ist Verena? Verrys Mutter packte Lilly an den Schultern. Was ist passiert? fragte Verrys Vater. Wir wissen es auch nicht, erwiderte Lilly, und gleichzeitig erklang vom Lift her ein Klingelton. Die Türen schoben sich auf und Lilly, Enja und Verrys Eltern starrten entsetzt in den Aufzug. In einem Rollstuhl wurde Verrys von einem Pfleger aus dem Lift geschoben und Bob folgte den beiden auf den Korridor. Oh nein, sie ist gelähmt! Wie ohnmächtig sank Verrys Mutter in die Arme ihres Mannes. Quatsch! Verrys erhob sich. Ich hab mir nur das Handgelenk gebrochen. Zum Beweis hielt sie ihren eingegipsten Arm hoch. Brauchst du den noch? fragte der Pfleger und zeigte auf den Rollstuhl. Verrys schüttelte den Kopf und der Pfleger verschwand wieder im Lift. Erleichtert setzten sich Verrys Eltern und die wilden Küken auf die Polstersessel hinter einer riesigen Pflanze. Verrys Vater tippte auf ihren Gips. Was hast du denn bloß angestellt, Verena? Schuld war eine Kugel Stracciatella. Verrys zog mit der gesunden linken Hand einen goldenen Füller aus der Außentasche seines Sakkos. Ihr müsst alle unterschreiben! Während Lilly, Bob und Enya ihre Namen und Blümchen auf Verrys Gips malten, erzählten Verrys und Bob abwechselnd, was passiert war. Verrys hat mir in der Gelateria geholfen, fing Bob an. Und auf der Türschwelle war jemandem ein Eis runtergefallen, fuhr Verrys fort. Das habe ich aber nicht gesehen. Und schwupp! Verrys ist auf der Stracciatella-Kugel ausgerutscht. Bob führte vor, wie Verrys das Gleichgewicht verloren hatte. Ihr Tablett ist drei Meter über den Gehsteig geflogen. Und ich bin hinterher geflogen. Verrys verzog das Gesicht. Und dann hat es geknackst. Lilly malte zwei Herzchen als I-Punkte über ihren Namen auf Verrys Gips. Tut es sehr weh? Sie gab Herrn Gräfe den Füller zurück. Nachdenklich pustete Verrys die Tinte trocken. Am schlimmsten ist, dass ich jetzt nicht mehr in unserem Musical mitspielen kann. Verrys Mutter streichelte ihrer Tochter über die Haare und Verrys Vater hielt ihre gesunde Hand. Denn bist du eben ein Vampir mit gebrochenem Flügel. Bob zupfte sich am Ohr. Wir bauen das einfach ein. Verrys umarmte Bob. Lillys und Enyas Blicke begegneten sich kurz und wanderten dann zu der großen Wanduhr über dem Empfangstresen. Soeben war der Minutenzeiger auf die Zwölf gesprungen. Genau jetzt fing Eriks Wettkampf an. Lilly bedauerte zutiefst, dass sie nicht dabei sein konnte. Sie drückte Erik insgeheim die Daumen und im selben Augenblick befiel sie ein schlechtes Gewissen. Sie hatte ihre Freundinnen beschwindet und Bob und Verriem Stich gelassen. Verschämt versteckte Lilly ihre gedrückten Daumen in den Hosentaschen. Kurz darauf verließen sie das Krankenhaus und fuhren nach Hause. Den Rest des Tages verbrachten alle mit ihren Familien. Wie an den meisten Sonntagen hatten Lillys Vater Luisa und Lilly auch heute lange geschlafen und ausgiebig gefrühstückt. Wenn Lilly nicht zu spät beim Theatertreffen erscheinen wollte, musste sie sich beeilen. Sneaker, jetzt komm schon! Auffordernd klopfte Lilly auf ihren Fahrradanhänger. Aber weil Lillys Vater für Luisa gerade Wasser in die Gießkannendusche füllte, machte der Hund keinerlei Anstalten, Lilly zu gehorchen. Lass ihn ruhig hier, Lilly! Luisa zog leicht an der Schnur und Sneaker schnappte nach den Wasserperlen, die aus der Brause tropften. Lilly wach ihren Rucksack mit den DVDs all ihrer Lieblingsfilme, die sie Verri mitbringen wollte, auf Sneakers Platz im Anhänger und drückte den Knopf für das automatische Schiebetor. Mit surrendem Geräusch glitt es langsam auf und Lilly radelte hinaus auf die Straße. Aus Rücksicht auf Verris gebrochenes Handgelenk hatte die Theatergruppe umdisponiert und sich für heute bei ihr verabredet. Verri hatte keine Geschwister und war oft allein zu Hause. Auch jetzt waren ihre Eltern nicht da. Anders als befürchtet war Lilly nicht die Letzte. Verri führte sie ins weitläufige Wohnzimmer, wo es sich bisher nur Enya und die Grottenolmer auf dem flauschigen Teppich bequem gemacht hatten. Lilly holte die DVDs aus ihrem Rucksack und setzte sich zwischen Enya und Verri. Durch die Jalousien vor den riesigen Glasfenstern fielen Lichtstreifen und Lilly fröstelte nach der Fahrt durch die heiße Stadt fast ein wenig in der klimatisierten Villa. Vergeblich durchsuchte Mitch Lillys DVD-Sammlung nach knallharten Actionfilmen und versprach Verri, ihr am Montag ein paar wirklich spannende Filme mit zur Schule zu bringen. Als kleinen Vorgeschmack feuerte er entsprechende Geräusche von sich gebend mit einem unsichtbaren Maschinengewehr durch den Raum, hielt aber mittendrin inne und drehte den Kopf in alle Richtungen. Woher weiß man eigentlich, ob die richtig rumhängen? Er zeigte auf die zwei großformatigen abstrakten Gemälde an der Wand. Der Künstler war selbst mal hier, Verri lachte. Das linke hing tatsächlich falsch herum. Ich hätte auf das Rechte getippt. Mitch zog ein Kissen vom Sofa und legte es fürsorglich unter Verris Gipsarm. Ein melodischer Türgong ertönte. Verri öffnete und kam mit Mareike, Denise, Adrian, Melvin und Erik zurück. So eins haben wir auch, Mareike zeigte auf die Gemälde. Mein Vater ist im Kulturausschuss und kennt den Künstler persönlich. Die Neuankömmlinge ließen sich ebenfalls auf dem Teppich nieder. Der ist ja größer als unser ganzes Wohnzimmer. Bewundernd strich Denise über den weichen Flur. Mh, der duftet ja. Schnuppern zeigte Erik auf den leise plätschernden Zimmerbrunnen, über dessen manns hohe Wand aus aufgeturmten Schieferplatten Wasser rieselte. Verri verdrehte die Augen. Bei uns duftet neuerdings alles. Sie ließ sich auf den Rücken sinken. Wenn man nicht aufpasst, entspannt man sich vor lauter Aromatherapie noch zu Tode. Lidl hakte die Anwesenheitsliste ab. Dann fehlt jetzt nur noch Bob. Wisst ihr, ob sie noch kommt? Die wilden Küken schüttelten den Kopf. Also, die einzigen, die mir gemailt haben, sind Mareike und Denise. Lidl raschelte mit dem Ausdruck der E-Mail. Aber alle Augen waren auf Erik gerichtet, der plötzlich herausplatzte. Wollt ihr meinen Pokal sehen? Ich hab nämlich gestern gewonnen. Erik fischte sein Handy aus der Jackentasche. Lilly, Enja und Mareike applaudierten und stießen fast mit den Köpfen aneinander. So neugierig beugten sie sich über das Display, auf dem Erik zu sehen war, wie er einen Pokal in die Luft stemmte. Lass mal sehen. Ole schob die Mädchen zur Seite. Nicht schlecht. Er zückte sein eigenes Handy. Auch auf seinem Display erschien ein Foto. Lilly erkannte das Regal aus Oles und Littles Zimmer und Oles der Größe nach aufgereihte Basketballpokale. Lilly blickte zwischen den beiden Jungs hin und her, die ihre Pokale verglichen. Selbst im Sitzen war Erik einen halben Kopf größer als Ole. Bist du nicht ein bisschen klein für Basketball? Erik grinste Ole herausfordernd an. Dafür bin ich schnellgelehr im Sklave! Flink schnappte Ole Erik das Handy aus der Hand. Mal sehen, wen du so im Adressbuch hast. Vergeblich versuchte Erik ihm das Handy zu entwenden, während Ole vorlas. Daheim? Großmutter? L-Punkt? Wofür steht das denn? Für Liebste oder was? Erik riss Ole das Handy aus der Hand. Können wir jetzt anfangen? Er schob sein Telefon wieder in die Jackentasche. Was steht denn in der Mail, Little? Mareike zupfte Little den Zettel aus der Hand. Da steht drin, dass wir einfach Romy und Julia von Shakespeare spielen und ein paar Songs dazwischen singen sollten. Selber schreiben kann das doch keiner von uns. Niemand widersprach und als Little zur Abstimmung über Mareikes Vorschlag aufrief, gingen zehn Hände und ein Gipsarm hoch. Bald darauf verabschiedeten sich die anderen und schließlich saßen nur noch Enya, Lily und Verri auf dem flauschigen Teppich und rätselten, wieso Bob nicht zum Treffen erschienen war. Jetzt aber ertönte ein Klingelton. Sicher ist sie das? Mit der linken Hand kramte Verri ihr Smartphone aus der Tasche und stellte es auf laut. Lily erkannte die Stimme von Bobs Mutter, die Bob sprechen wollte. Bob hat ihr Handy in der Gelateria liegen lassen, deshalb erreiche ich sie nicht. Ach ja, Verri, wie geht's denn deiner gebrochenen Hand? Tut schon nicht mehr weh, antwortete Verri und warf einen fragenden Blick zu Enya und Lily, aber da redete Bobs Mutter auch schon weiter. Ich habe Bob nur erlaubt, dass sie bei dir übernachtet, wenn sie gleich nach dem Frühstück wieder heimkommt. Immer verwunderter schauten Enya, Lily und Verri sich an. Gib sie mir mal, verlangte Bobs Mutter. Hallo Verri, bist du noch dran? Verri hielt das Telefon zu. Was soll ich sagen? Sie wollte Bobs Ausrede nicht auffliegen lassen, wusste aber nicht, wie sie das anstellen sollte. Ich geb ihnen mal Lily. Verri reichte Lily das Smartphone. Äh, Bob ist gerade auf dem Klo, schwindelte Lily. Dann richte ihr aus, sie soll sofort heimkommen. Ich bin allein in der Gelateria und brauche sie. Lily dachte fieberhaft nach, wie sie Bob Zeit verschaffen könnte. Sie musste improvisieren, aber es fiel ihr nichts ein, außer... Bob arbeitet so oft und kriegt kaum Geld dafür. Was soll das denn heißen, Lily? fragte Bobs Mutter. Ist es so eine Art Streik oder was? Ja, hörte Lily sich sagen. Bob streikt, aber um sieben ist sie zu Hause. Lily legte auf und atmete verwirrt durch. Wie war ich? Die geborene Schauspielerin. Verri steckte ihr Smartphone wieder ein. Und was jetzt? fragte Enja. Lily schaute auf die Uhr und rannte zur Haustür. Jetzt müssen wir Bob finden. Enja schwang sich auf ihr Rat. Komm schon, Verri, beeil dich. Schon vergessen, Verri wedelte mit ihrem Gips. Mit dem Ding kann ich nicht Fahrrad fahren. Aber Taxi! Lily schlug die Plane ihres Fahrradanhängers beiseite. Darf ich bitten, Milady? Verri rümpfte die Nase, kletterte aber widerstandslos in den Anhänger und schlang die Arme um ihre Knie. Los, Lily, tritt in die Pedale! Enja hielt oben am Feldweg und wartete auf Lily, die mit Verri im Anhänger die Steigung hinaufkroch. Die letzten Meter musste sie sogar absteigen. Auf alle Fälle war Bob hier. Enja wies auf den Hühnergarten unter der Weide, in dem Bussi, Birdie, Ines und Flocke scharrten. Die Freundinnen fuhren die Weiherwiese hinunter und hielten kurz bei ihren Hühnern. Frisch gefüllte Wasserflaschen hingen am Maschendraht. Flocke trank gerade einen Schluck und legte dabei den Kopf zurück, als wollte sie gurgeln. Verri streckte ihren Gipsarm Richtung Mystery. Die Luke steht offen! Lily rief nach Bob. Hallo, Bob! Besser gesagt, wollte sie nach Bob rufen, aber Enja presste ihr sofort eine Hand auf den Mund. Wer sagt denn, dass es Bob ist? Enja ließ Lily los, die erst einmal Tiefluft holen musste. Wenn Mädchen unserem Bandenquartier rumschnüffelt, Verri schwang ihren Gipsarm wie eine Keule. Na warte, Schätzchen! Die drei Mädchen huschten über den Steg und erklommen lautlos die Leiter. Hört ihr das? Lily kniete sich auf die Planken und schob langsam den Kopf in die Luke. Es war eindeutig ein leises Schnarchen, das aus dem Bauch des Schiffes heraufdrang. Lilly musste unwillkürlich lächeln. Bob lag auf der ausgeklappten Schlafkoje. Haarsträhnen klebten ihr an der Wange und ihr Mund stand halb offen. Sie hatte die Arme um die Beine geschlungen und schlief wie ein Baby. Leise stiegen Lily, Verri und Enja die Schiffstreppe hinunter und betrachteten ihre schlafende Freundin. Die Ärmste ist fix und fertig. Vorsichtig zog Lily Bob eine Haarsträhne aus dem Mundwinkel. Kein Wunder! Verri setzte sich auf die gegenüberliegende Koje und verzog das Gesicht, als das Holz leise knarrte. Unruhig wanderten Bobs Augen unter den Lidern hin und her. Ja, kein Wunder! Enja kauerte sich vor Verri auf den Boden. Bob hatte in letzter Zeit echt keine ruhige Minute, aber wir haben gar nicht so darauf geachtet. Enja hatte recht. Bob musste sich in der Schule mit schlechten Noten in Mathe und Physik herumschlagen. In ihrer Freizeit arbeitete sie in der Eisdiele oder hatte ihren kleinen Bruder an der Backe. Und wir haben sie auch noch zu dem Theaterkram überredet. Möglichst geräuschlos hockte Lily sich auf ihre Fußsohlen und benutzte die Werkzeugkiste als Rückenlehne. Nein, es war wirklich kein Wunder, dass Bob geflüchtet war. Hierher auf die Mystery, ins Bandenquartier der wilden Küken. Einen Seufzer ausstoßend warf Bob sich herum. Kurz zitterte ihre Unterlippe, dann schnarchte sie weiter. Erst jetzt entdeckte Lily den Kugelschreiber, den Bob in der Hand hielt und der ihr wie in Zeitlupe aus den Fingern glitt. Der Stift fiel auf einem Boden liegendes Schulheft. Lily beugte sich nach vorne und las tonlos die Überschrift auf dem Umschlag. Werwolf und Vampir. Diario di unamore impossibile. Obwohl Lily kein Italienisch konnte, verstand sie, was die Worte bedeuteten. Tagebuch einer unmöglichen Liebe. Sie nahm das Heft, schlug es auf und blätterte mit wachsendem Erstaunen durch die eng beschriebenen Seiten. Sie muss die ganze Nacht daran gearbeitet haben. Lillys Blick wanderte zu Bob. Gleichmäßig hob und senkte sich die Brust ihrer friedlich schlafenden Freundin. Neugierig rückten Enya und Verenae zu Lily, bis sie dicht nebeneinander vor der Werkzeugkiste hockten. Atemlos lasen sie Bobs schnörklige Handschrift und bewunderten die in den Text eingestreuten Zeichnungen und Noten. Das Stück handelte von der großen Liebe zwischen einem Wehrwolf namens Romeo und der Vampirprinzessin Julia, aber auch von der grausamen Fede ihrer beiden Familien. Trotz des erbitterten Krieges zwischen den Wehrwölfen und den Vampiren und trotz ihrer Angst vor Wasser rettet Julia den jungen Wehrwolf Romeo vor dem Ertrinken. Unter Wasser ringen beide mit dem Tod. Julia zerrt den ohnmächtigen Romeo ans Ufer und anstatt ihm ihren tödlichen Biss in die Halsschlagader zu versetzen, beatmet sie ihn. Romeo schlägt die Augen auf und erkennt nicht die Vampirprinzessin in ihr, sondern seine große Liebe. Sie küssen sich und fliehen vor ihren verbotenen Gefühlen. Aber die Wehrwölfe fangen die Vampirprinzessin und rauben ihr die magische Halskette, die es ihr ermöglicht, das ansonsten für Vampire tödliche Tageslicht unbeschadet zu ertragen. Romeo entführt Julia aus dem Gefängnis, aber auf der Flucht stürzen sie in eine Wehrwolffalle der Vampire. Dabei bohrt sich eine silberne Lanze in Romeos Arm. Auch eine leichte Verletzung durch eine Silberwaffe kann Wehrwölfe töten. Auf beiden Seiten der Falle stehen sich jetzt die verfeindeten Clans gegenüber. Keiner macht Anstalten, die Gefangenen zu befreien. Wie Schatten ziehen sie sich zurück in die Dunkelheit der Nacht. Bei Sonnenaufgang wird auch Julia am tödlichen Tageslicht sterben. Mit Tränen in den Augen ließ Lily das Heft sinken. Auch Enya und Verri schluckten stumm. Lily strich über die Noten. Ein Duett von Romeo und Julia, die im Morgengrauen ihren Tod erwarten. Es geht noch weiter. Enya blätterte um und mit klopfendem Herzen lasen die drei Freundinnen die letzten Zeilen. Zwei können die Grausamkeiten ihrer Familie nicht ertragen. Lamiko, Romeos bester Freund, und Julias Schwester Isabella schleichen sich durch die Morgendämmerung und befreien die Sterbenden. Lamiko hängt Julia die Kette um den Hals. Dann geht die Sonne auf und Julia und Romeo umarmen sich vor Glück. Drei Tränen tropften auf das Heft. Mit ihrer gesunden Hand wischte Verri sich über die Augen. Nur wieso überlebt Romeo die Silberlanze? Ganz einfach. Lili, Verri und Enya fuhren herum und starrten Bob an, die herzhaft gähnte. Weil die Liebe eines Vampirs den Bann bricht. Ich wollte das noch reinschreiben, aber dann muss ich eingeschlafen sein. Bob streckte und regelte sich. Mama mia, hab ich einen Hunger! Die wilden Küken brachten ihre Hühner an Bord der Mystery, und Bob holte ihr Fahrrad, das hinter dem Zelt mit den Strohballen im Gras lag. Enya, Bob und Lili schwangen sich in ihre Sättel, Verri hockte sich mit dem Schulheft in der Hand in Lili's Anhänger und bewachte es wie einen kostbaren Schatz. Kaum in der Villa angekommen, plünderte Bob den Kühlschrank der Gräfes und schaute Verri dann mampfend dabei zu, wie sie in ihrem Zimmer den Computer hochfuhr. Die wilden Küken scannten Bobs Musical und druckten jede Seite zwölfmal aus. Als Verris Eltern nach Hause kamen und ihre Golfsachen aus dem Auto luden, verstauten die Freundinnen bereits einen ganzen Stapel Klarsichtmappen in Lili's Fahrradanhänger, die zwar das Logo der Küchenfirma Hinsken trugen, aber keine Werbebroschüre beinhalteten, sondern das schönste Romeo- und Julia-Musical der Welt. Lili, Bob und Enya begrüßten erst Verris Eltern und verabschiedeten sich dann von ihrer Freundin. Zu Hause angekommen, zeigte Lili ihrem Vater und Luisa Bobs Musical und erzählte begeistert, wie wundervoll es geworden wäre. Und gleich nach dem Abendessen startete Luisa ihren roten Kleinwagen und chauffierte eine Postbotin mit Mahagoni-farbenen Locken durch die Stadt. Eine Stunde später krabbelte die gleiche Postbotin müde und zufrieden in ihr Burgbett. Neben der sternförmigen Nachttischlampe lag das Musical. Lili blinzelte ins gelbe Licht und sah noch einmal die vielen Briefkästen vor sich, in die sie auf ihrer Rundfahrt durch die Stadt ein Exemplar von Unamore Impossibili gesteckt hatte. Sie dachte daran, dass vielleicht genau in diesem Moment Mr. Wilson, Mareik und Denise, Adrian und Melvin, die Grottenäume und auch Erik das Stück lesen würden und schaltete das Licht aus. Lili träumte noch ein bisschen von sich als Julia und Erik als Romeo und schlief dann ein. Als sich die Gruppe am Montagnachmittag im Fitnessraum versammelte, hatten tatsächlich alle das Stück gelesen und waren hellauf begeistert. Aber es fehlen noch ein paar Lieder, tat Bob das Lob verlegen ab. Wir schreiben die Texte von unseren Lieblingssongs um, boten Mareik und Denise an. Sehr gut. Mr. Wilson klappte das Flipchart auf. Unamore Impossibile. Er öffnete seinen dicken Filzstift, schrieb den Titel auf das leere Blatt und drehte sich wieder herum. Dann verteilen wir mal die Rollen. Hatten eben noch alle begeistert gelacht und getuschelt, breitete sich jetzt schlagartig eine angespannte Stille aus. Der Filzstift in Mr. Wilson's Hand schabte über das Papier und hinterließ ein Fragezeichen hinter dem Wort Romeo. Wer spielt unsere männliche Hauptfigur? Mr. Wilson drehte sich herum. Kommt schon, Jungs! Erik! rief Mareike. Ich bin auch für Erik, stimmte Enya ihr zu. Beim Lesen des Stücks hatte ich die ganze Zeit ihn vor Augen. Nein, nein! Abwehrend hob Erik die Hände und trat einen Schritt zurück. Ich will eine Rolle mit wenig Text. Mr. Wilson ließ seinen Blick von Erik, der fast verzweifelt den Kopf schüttelte, weiter zu Ole wandern, dann von Little zu Mitch und von Adrian zu Melvin. In Lillys Schläfen pochte es. Sie holte Luft, nahm Mr. Wilson den Stift aus der Hand und schrieb Erik hinter Romeo. Jetzt bitte bloß nichts ein, Lilly! Mareike baute sich vor ihr auf. Deshalb spielst du noch lange nicht die Julia! Denise sprang ihrer Freundin bei. Ich bin für Mareike als Julia, ganz klar! Wenn du die Vampir-Schwester spielst, Adrian ergriff Denise Hand, dann spiele ich Romeos besten Freund. Ich wäre gern der Souffleur, meinte Little, auch wenn ich schon inspizient bin. Mir ist alles recht, nur nicht dieser Weiberheld Romeo, rief Ole und Mitch grölte. Ich könnte auch einen Vampir spielen, den mit der Silberlanze! Okay, okay, Ruhe, immer der Reihe nach! Mr. Wilson verschränkte die Hände hinter dem Rücken und musterte Erik. Ich denke auch, du kannst es, Erik. Mir wäre eine kleinere Rolle lieber. Erik starrte auf seine Fußspitzen. Das ist verdammt viel Text und... Er verstummte. Du schaffst das schon. Mr. Wilson klopfte ihm auf die Schulter und drehte sich herum. Und wer will die Julia spielen? Ich! Mareike hob die Hand. Auch Lily meldete sich und hatte vor Aufregung Mühe, das Zittern ihrer Finger zu unterdrücken. Als jetzt auch noch Enya ihre Hand hob, wurde Lily fast schwarz vor Augen. Dry Julias! Mr. Wilson biss sich auf die Lippen. Ihr könnt die Arme runternehmen. Hm. Wir machen ein Casting. Jeder von euch spielt mit Erik die Szene, in der Julia und Romeo ihren Tod erwarten. Wir filmen alles und eine Jury entscheidet. Einverstanden? Es gab keine Einwände. Die restlichen Rollen waren schnell verteilt. Melvin und Adrian wollten das Wehrwolf-Rudel spielen, Ole den Anführer, Denise, Julias Schwester Isabella, Bob wollte die Rolle des Erzählers übernehmen und Weri und Mitch sollten das alte Vampirgrafenpaar darstellen. Zum Abschluss machte die Theatergruppe noch einige Atemübungen. Mit geschlossenen Augen lag Lily auf dem Boden. Sie atmete leise und lauschte dem leisen Atmen der anderen und zugleich dröhnte ein einziges Wort in ihren Ohren. Casting. Zu Hause scheuchte Lily ihren Hund die Treppe hinauf in ihr Zimmer und schloss die Tür. Also, du bist Romeo. Sneaker gähnte so heftig, dass seine Kiefer knacksten. Jetzt komm schon, Sneaker! Du bist ein Hund, da kannst du doch wohl einen Wehrwolf spielen! Lilly raffte ihre Haare im Nacken zusammen und strich sie sich über die Schulter nach vorne. Und ich bin Julia! Sie ließ sich neben Sneaker auf ihrem Fransenteppich nieder und schloss die Augen. Du bist schwer verletzt! Das Silber der Lanze raubt dir die Lebenskräfte! Sneaker fing leise zu winseln an. Wir sitzen in der Falle und warten auf den Tod, erklärte Lily rasch die Szene und umarmte Romeo. Sein Fell roch nach Hund, aber sie fühlte sein pochendes Herz und sie spürte die verletzliche Seele hinter der rauen Schale des Untiers. Oh Romeo, ich sehe schon den ersten Schein der Morgendämmerung. Lily musste kurz im Textheft nachschlagen. Ach ja, darauf sagst du? Vampirprinzessin, tötet mich mit einem Biss und lasst mich vor euch sterben. Dann hauchst du erst Vampirprinzessin und danach unter Schluchzen, Julia! Sneaker aber bellte nur, sprang auf, öffnete mit dem Maul die Türklinke und lief aus dem Zimmer. Lily seufzte und sah zu ihrem Rucksack. Dann holte sie ihr Handy aus dem Seitenfach und rief Erik an. Ich bin's, Lily! Hi! Erik schwieg abwartend. Ich dachte, vielleicht können wir die Castingszene gemeinsam proben. Ja, Lily hörte ihr eigenes Atmen. Es dauerte eine Weile, bis Erik antwortete. Inja und Mareike haben mich das auch schon gefragt. Ich könnte in einer halben Stunde am Bootshaus sein. Lily presste das Handy ans Ohr. Doch Erik wich aus. Ich muss trainieren. Ich bin in die nächste Liga aufgestiegen. Mein Coach will, dass ich... Es geht echt nicht. Kein Problem. Lily versuchte, ihre Enttäuschung zu verbergen. Wir sehen uns einfach morgen in der Schule und am Nachmittag beim Casting. Okay, dann bis morgen. Erik legte nicht sofort auf. Ich wäre echt gerne zu deinem Wettkampf gekommen, sagte Lily noch schnell und verabschiedete sich. Am nächsten Tag in der Schule redeten alle über das bevorstehende Casting. Nur Lily und Enja verloren kein Wort darüber. Gleich nach dem Unterricht verabschiedeten sich Bob und Ferry. Die eine musste in der Eisdiele mithelfen und die andere hatte einen Arzttermin wegen ihres gebrochenen Handgelenks. Lily ließ ihr Rad an der Schule und fuhr mit Luisa zum Essen nach Hause. Immer wieder ging sie in Gedanken ihren Text durch und brachte keinen Bissen runter. Und auch auf der Rückfahrt zur Schule saß nicht Lily neben Luisa auf dem Beifahrersitz, sondern Julia. Eine Julia, die vor Angst zu spät zu kommen, dauernd auf die Uhr schaute. In der Schule ging Luisa Richtung Lehrerzimmer und Lily hastete die Treppe hinauf. Es war eine Minute vor halb drei. Als sie den Fitnessraum betrat, waren schon alle da. Mitch holte gerade die Videokamera aus dem Aluminiumkoffer, auf dem, wie auf den Scheinwerfern, ein Aufkleber von Gut Feldberg klebte. Ole klappte das dazugehörige Stativ auseinander und stellte es auf. »Also gut«, Mr. Wilson nickte. »Mitch, die Kamera.« Während die Jungs die Technik aufbauten, zeigte Mr. Wilson auf ein Seil, das auf dem Boden lag und einen Kreis bildete und erklärte Enja, Mareike und Lily, »Das ist die tödliche Falle, in der Julia und Romeo gefangen sind.« Er wandte sich an die Grottenräume. »Alles auf Anfang, Jungs!« Enja sah sich verwirrt um. »Wo ist Eric?« »Eric kommt nicht. Er hat sich telefonisch entschuldigt, weil er zu einem überraschenden Training musste.« Mr. Wilson steckte das Verlängerungskabel in die Steckdose. »Little übernimmt seinen Part. Als guter Souffleur kann er den Text schon fast auswendig.« Er schaltete die Scheinwerfer ein. »Lily fängt an.« Alles Lampenfieber, das Lily gestern und heute gequält hatte, war wie weggeblasen. Als handelte es sich lediglich um eine Tonübung im Sportunterricht, stieg sie über das Seil und kniete sich neben Little. Ole drückte eine Taste und an der Kamera leuchtete ein rotes Lämpchen auf. »Kamera läuft!« Lily machte keinen Fehler. Sie blieb nicht im Text hängen und versprach sich auch nicht. Genau wie sie es in Gedanken so oft schon getan hatte, nahm sie Romeos Hand und umarmte ihn am Schluss der Szene. Aber die ganze Zeit fühlte sie nichts, außer der Enttäuschung nicht mit Eric im Kreis zu sitzen. Dann war Enja an der Reihe. Die konnte ihren Text genauso gut wie Lily und Little spielte genauso Hölzern wie gerade eben. Als letzte kam Mareike dran. Mr. Wilson nahm den Chip aus der Kamera. »Den gebe ich gleich an die Jury weiter. Ich muss für zwei Tage nach Berlin, aber sobald ich zurück bin, verkünde ich das Ergebnis.« »Und der Deutschunterricht morgen und übermorgen?« Denise putzte ihre Sonnenbrille. »Fällt er dann aus?« »Ihr kriegt noch einen Vertretungsplan.« Gedankenversunken schaute Mr. Wilson zum Fenster hinaus. »Ich schicke Little eine Mail, weil wir uns das nächste Mal treffen.« Er nahm seine Kordjacke und sein mit Notizen übersätes Textbuch vom Fensterbrett und verließ den Raum. »Sollen wir wirklich ohne Mr. Wilson proben?« Lily sah in die Runde. »Morgen nach der Schule im Amphitheater?« Niemand hatte Einwände. »Wer gibt den anderen Bescheid?« fragte Denise. Lily war schon an der Tür. »Bob und Barry übernehmen wir.« »Und ich rufe Eric an!« Mareike cremte sich die Lippen ein. »Nicht nötig.« Lily drehte sich zu Enya um, die, ohne aufzusehen, auf ihrem Handy herumtippte. »Ich schicke ihm gerade eine Nachricht.« Miss Mutti schob Mareike ihren Lippenbalsam in die Tasche. Und Lily ging, ohne auf Enya zu warten. Am nächsten Morgen fuhr Lily einen Umweg zur Schule. Sie ließ ihr Rad ausrollen, reckte den Hals, um die Hausnummer hinter einem am Straßenrand parkenden Kleinbus lesen zu können, und hielt an. Der renovierte Altbau zwischen dem kleinen Schreibwarenladen und dem Architekturbüro, das musste es sein. Lily kaufte ein Radiogummi im Schreibwarenladen, behielt aber durch das Schaufenster dauernd Eriks Hauseingang im Auge. Als sie das Geschäft verließ, strich die Tür über ein Windspiel, und Lily stellte sich vor, wie Erik mit seinem Fahrrad aus dem Durchgang zum Innenhof käme, wie sie ihm ihren Radiogummi zeigen und ganz überrascht tun würde, ihn hier zufällig zu treffen. Erik würde sein wundervolles Lachen lachen, und sie würden, die Räder neben sich herschiebend, ganz langsam zur Schule wandern und die Zeit vergessen. Der Ton des Windspiels war schon seit fast einer Viertelstunde verklungen und Erik noch immer nicht mit seinem Rad im Durchgang aufgetaucht. Wenn Lily nicht zu spät zur Schule kommen wollte, dann musste sie jetzt aber los. Unter rechts beginnend zwei Minuten, blinkte auf dem Infobildschirm in der Aula. Ein paar Zeilen darunter las Lily, dass die Doppelstunde Deutsch bei Herrn William A. Wilson ausfallen und Frau Luisa Holler für ihn einspringen würde. Lily wollte schon die Treppe hinauflaufen. Da entdeckte sie Enja zusammen mit Erik vor dem Pausenverkauf und drehte wieder um. Erik biss gerade in eine Wurstsemmel. Mein Coach sagt, der Mensch braucht tierisches Eiweiß. Enja lachte. Genau, und die Erde ist eine Scheibe. Mit etwas Abstand blieb Lily stehen. Enja und Erik stritten sich nicht mehr um Ernährungsfragen, sondern lachten gemeinsam darüber. Gibt's eigentlich eingefleischte Vegetarier? Noch während er es sagte, pustete Erik los. Und Enja witzelte zurück. Klar, darum esse ich auch keine Blutorangen. Erik wischte sich die Lachtränen aus seinen schönen, wasserblauen Augen und strich sich die blonden Strähnen aus der Stirn. Lily hatte vorhin so lange darauf gewartet, ihn endlich zu sehen. In ihrer Tasche steckte sogar ein sinnlos gekaufter Ersatzradiergummi. Aber jetzt, wo sie sein wundervolles Lachen hörte, wurde sie nur wütend. Ein bisschen auf Erik, etwas mehr auf Enja, am meisten aber auf sich selbst. Lily ging zu den beiden hinüber. In ihr brodelte es. Wieso warst du denn gestern nicht beim Casting? Das mit dem überraschenden Training war ja wohl eindeutig eine faule Ausrede. Erik hatte Streit mit seinem Coach, erklärte Enja an Eriks Stelle. So eine Vater-Sohn-Sache. Mit der sterbenden Lachen drehte Erik sich zu Lily. Was ist hier denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Eine vegetarische, schoss es Lily durch den Kopf. Aber noch bevor sie es laut sagen konnte, gongte es zum Unterricht. Da Luisa nachmittags Unterricht hatte und Lillys Vater einen Termin mit einem auswärtigen Kunden, musste Lily nach der Schule noch schnell heim, um Sneaker zu holen. Als sie danach im Amphitheater eintraf, waren bis auf Erik, Bob und Werry schon alle versammelt. Hinter ihr hielt das Auto von Werrys Mutter, aus dem Werry und Bob ausstiegen. Ruft mich an, wenn ich euch abholen soll, rief Frau Gräfe und wendete. Sneaker streckte den Kopf aus Lillys Fahrradanhänger und teulte wie ein Wehrwolf, als wäre das die erste Hundepflicht in Theaterruinen. Mitch fiel kurz in das Geheul mit ein, dann brach er ab und grinste. Ich bin ja gar kein Wehrwolf, sondern der Vampirgraf. Er ging übertrieben vor Werry auf die Knie und gab ihr einen Handkuss auf den Gips. Wie schön blass du heute schon wieder bist, mein Vampirschätzchen! Alle lachten und Bob kritzelte etwas in ihr Textheft. Das bauen wir ein! Ein bisschen Humor kann nie schaden! Will nicht doch jemand anderes den Romeo spielen? Im Trainingsanzug erschien Erik zwischen den Büschen, aber alle waren sich einig, dass das nicht in Frage käme. Wo wir doch schon die Idealbesetzung haben! Mareike stellte sich neben Erik. Lillys Sneaker aus dem Anhänger und betrachtete unbemerkt Mareike und Erik durch das kleine Folienfenster. Die beiden gaben ungelogen ein schönes Paar ab. Lillys nahm ihr Textbuch aus dem Anhänger und schlug es auf. Am besten fangen wir mit der Stelle an, wo die Vampirprinzessin den Wehrwolf Romeo vom Ertrinken rettet. Bist du jetzt die Regisseurin oder was? fragte Mareike. Genauso wenig wie du, die Julia. Enya schob Mareike beiseite und zog Erik zu sich. Oh Romeo, ich sehe schon den ersten Schein der Morgendämmerung. Was für eine Stelle ist das denn? Erik blätterte in seinem Textheft, aber Lillys war schneller. Aus dem Kopf und wie aus der Pistole geschossen, so flierte er. Vampirprinzessin, tötet mich mit einem Biss und lasst mich vor euch sterben. Erik söffzte etwas unwillig. Vampirprinzessin, tötet mich mit einem Biss und lasst mich vor euch sterben. Lillys frisierte sich ihre langen Locken nach vorne über die Schulter. Mit viel mehr Gefühl, Erik. Sie nahm seine Hände. Stell dir vor, du bist schwer verletzt. Das Silber der Vampirlanze raubt dir bereits die letzten Lebenskräfte. Erik blies die Backen auf. Du und ich, wir sitzen in der Falle und warten auf den Tod, erklärte Lillys weiter die Szene. Nicht du und er, sondern er und ich, drängte sich jetzt Mareike dazwischen, wurde aber sofort von Enya wieder weggeschoben. Verdammt, was soll das? Erik nahm vor allen drei Julias Reiß aus. Erst überredet ihr mich und jetzt führt ihr euch auf. Ärgerlich stapfte er aus dem Theater. Erik, warte! Mareike lief ihm nach und warf Enya und Lillys einen bösen Blick zu. Das habt ihr jetzt davon! Damit verschwand sie hinter Erik zwischen den Büschen. Lillys wollte Erik ebenfalls hinterherlaufen und Enya auch, aber da stellten sich ihnen Bob und Weri in den Weg. Lass mich durch, Weri! verlangte Lillys. Was Erik nur an der Zicke findet! Enya wollte an Bob vorbei, aber die hielt sie mit eisernem Griff fest. Lass los, Bob! Bob! Vergeblich versuchte Enya, sich zu befreien. Lillys wurde immer wütender. Auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Und dann ging alles ganz schnell. Weri griff sich die Thermoskanne aus Adrians Hand und hielt sie Bob hin. Bob drehte flugs den Deckel auf und dann plätscherte auch schon lauwarmere Kräutertee auf Lillys und Enya herab. Wie versteinert standen die Grottenäume, Melvin und Adrian und Denise im Kreis und beobachteten wortlos das Geschehen. Weri sah schockiert von einer zur anderen. Auf wessen Seite seid ihr eigentlich? Seid ihr wilde Küken oder liebestolle Vampire? Keine alleine. Alle oder keine, murmelte Bob das Motto der Kükenwande. Also wohl keine. Sie nahm die leere Thermosflasche aus Verris Hand, schraubte den Deckel auf und gab sie Adrian zurück. Komm, Verri, Abgang! Aus Lillys rotbraunen Locken und aus Enyas schwarzen Haaren tropfte Honig süßer Tee. So gleichmäßig wie das Ticken einer Uhr landeten die Tropfen im Staub. Verri kletterte in Sneakers Anhänger. Bob schwang sich auf Lillys Fahrrad und fuhr mit Verri im Schlepptau davon. Lillys Gehirn hatte sich in Watte verwandelt und ihre Kehle war so zugeschnürt, dass sie kaum Luft bekam. Hey, Lilly! Wie von weit her hörte Lillys Oles Stimme. Hier, ich leihe dir mein Fahrrad. Sie fühlte den Lenker zwischen ihren Händen und hörte Sneaker bellen. Ole nahm Sneaker am Halsband. Keine Sorge, den bringen wir schon nach Hause. Er kniete sich neben Lillys Hund und kraulte ihn. Eine Weile stand Lillys unschlüssig neben Oles Fahrrad. Aber als Enya sich auf ihr Mountainbike schwang und schweigend aus dem Theater radelte, fuhr Lilly hinterher. Mal überholte Enya Lilly, mal Lilly Enya. Aber nicht, weil es ein Wettrennen war, sondern weil sie beide möglichst schnell an der Weiherwiese sein wollten. Wir sagen ihnen, dass wir einfach blind waren. Enya trat in die Pedale und überholte Lilly. Und wie leid es uns tut, dass wir die Bande so auf dem Stich gelassen haben. Lilly beschleunigte und zog an Enya vorbei. Das letzte für Autos verbotene Stück auf dem Feldweg fuhren sie nebeneinander her und atmeten erleichtert auf, als sie Bob und Verri zusammen mit Bussi, Birdie, Ines und Flocke im Hühnergarten sitzen sahen. Enya und Lilly lehnten die Räder an den Stamm der alten Weide und kamen langsam näher. Bob und Verri ignorierten die Freundinnen. Mit ihrer gesunden Hand reichte Verri Bob einen roten Hühnerring aus dem Beutel vor sich und Bob schlang die rote Spirale an das Ende einer schon mindestens zwei Meter langen bunten Kette. Kleinlaut sah Enya die Freundinnen an. Wir waren blind vor lauter ... Sie ließ den Satz unvollendet. Das Gackern der Hühner verstummte und als verstünden sie, worum es hier ging, beäugten sie Lilly und Enya fast ein bisschen feindselig. Tut uns leid, dass wir euch so auf dem Stich gelassen haben. Zerknirscht kletterte Lilly in den Hühnergarten. Entschuldigung. Enya stieg ebenfalls über das Gitter. Bob drehte einen weiteren Spiralring aus Verris Hand an ihre Kette. Du kannst ruhig mithelfen. Verri stellte den Beutel mit den Hühnerringen von Eriks Oma näher zu Enya. Du auch. Bob drückte Lilly das andere Ende ihrer Kette in die Hand. Das wird eine Gelande für die Mystery. Wetterfest und sehr kükenmäßig. Eine Bandenkette. Verri gab Bob eine neue Spirale. Enya griff jetzt ebenfalls in den Beutel und streckte Lilly einen hellblauen Ring hin. Lilly nestete ihn ans Kettenende. Während die Kette immer länger und länger wurde, redeten und lachten die wilden Küken. Ihre Hühner scharten und gackerten. Der Wind säuselte in den Blättern der Weide und alles war, wie es sein sollte. Dann kletterten die Mädchen an Bord der Mystery und wickelten ihre bunte Bandenkette um die Reling. Sie reichte genau vom Bug bis zum Heck und wieder zurück. Lilly schlang die Ringe der Kettenenden ineinander. Das längste Freundschaftsband der Welt. Sie ergriff Enyas Hand. Keine alleine. Enya nahm Bobs Hand und Bob ergriff die von Weri. Alle oder keine. Lilly schob Ules Fahrrad in die Fahrradhalle, schloss es ab und gab Mitch, der ihr gerade über den Weg lief, den Schlüssel mit. Anders als er trottete sie nicht Richtung Klassenzimmer, sondern drückte die doppelte Glastür auf, die ins Untergeschoss führte. Wie verabredet wartete Enya bei den Schließfächern vor dem Lehrerzimmer. Gerade wollten sie einen der Lehrer nach Mr. Wilson fragen. Da kam er mit seinem knallgelben Fahrradhelm unterm Arm auch schon die Treppe herunter und winkte ihnen zu. Ich muss euch enttäuschen, es gibt noch kein Ergebnis des Castings. Leider habe ich von meiner Abfahrt vergessen. Das ist nicht schlimm, weil... Versuchte Lilly ihn zu unterbrechen, aber er rötete einfach weiter. Ich habe vergessen, der Jury den Schipp zu geben. Er griff in seine Jackentasche und holte den Schipp heraus. Tut mir leid, aber es dauert wohl noch ein wenig, bis wir die Roller der Julia besetzen können. Enya warf Lilly einen kurzen Blick zu. Also ich möchte jetzt lieber die Luper spielen. Das Wolfsmädchen? Aber die hat kaum Text. Verwundert zog Mr. Wilson eine Augenbraue hoch. Lilly wippte auf den Zehen. Und ich will Luna das Vampirmädchen sein. Viel Tanz, wenig Worte. Aber... Mr. Wilson zog seine Braue noch höher. Das heißt, Mareike spielt die Julia? Lilly und Enya nickten einvernehmlich und verabschiedeten sich, während der Lehrer ihnen verblüfft hinterher sah. An diesem und auch an dem darauf folgenden Nachmittag versammelte sich die vollzählige Theatergruppe im Fitnessraum. Mareike strahlte vor Glück, weil sie die Hauptrolle hatte. Obwohl es Lilly wurmte, musste sie doch zugeben, dass Mareike die Julia wirklich ganz fantastisch spielte. Vielleicht sogar besser, als sie selbst oder Enya es je gekonnt hätten. Inzwischen waren auch die umgeschriebenen Songs fertig. Und als Mareike und Erik zum ersten Mal ihr Duett probten, verkniffen sich sogar die Grottenolme jeden Kommentar. Getragen von Bobs Klarinettenmelodie sangen Romy und Julia Schläfe an Schläfe ins Mikrofon. Melvin, der nicht nur den alten Wehrwolf Grigio spielte, sondern auch für die Gestaltung des Theaterplakats zuständig war, schoss mindestens 20 Fotos. Beim Schlussakkord des Duetts schmickte sich Julia ganz eng an Romeo und tauchte den letzten Ton, als stürbe Mareike tatsächlich in Eriks Armen. »Ist ja widerlich, wie sie sich an ihn ranmacht«, wisperte Luper in Lunas Ohr, und da konnte Lillian ja nur Recht geben. Geduldig ging Mr. Wilson immer wieder mit jedem Schauspieler einzeln die wichtigsten Textpassagen durch. und mit jedem Wort, jeder Geste und jedem Gesichtsausdruck wuchsen die Vampire und Wehrwölfe stärker in ihre Rollen hinein. Die meisten konnten ihre Texte längst auswendig, nur Erik entschuldigte sich dauernd, dass er keine Zeit zum Lernen gehabt hätte. Das Duett und die anderen Songs konnte er inzwischen freisingen, aber die Sprechtexte musste er Wort für Wort ablesen. Lilli wäre es lieber gewesen, Erik hätte übers Wochenende für seine Rolle gebüffelt, aber er kam stattdessen in die Schreinerwerkstatt, wo Lilli, Enya, Melvin und Mitch unter Anleitung von Lillis Vater die Kulissen bauten. Der Rest der Truppe schneiderte zusammen mit Adrians Mutter die Kostüme, gestaltete die Plakate oder schrieb Texte fürs Programmheft. Die Theater AG probte in jeder freien Minute und ganz allmählich wurde auch Erik sicherer im Text. Mitch und Ferry hielten sich nicht immer an die Vorlage, gaben aber ein wunderbares Vampirgrafenpaar ab, witzig und böse zugleich. Mitchs ganzer Stolz war die von ihm eigenhändig bemalte Silberlanze, deren Spitze dank einer eingebauten Minitaschenlampe sogar leuchten konnte. Mit der piesackte er in den Probenpausen den alten Wehrwolf Grigio, was Melvin regelmäßig zu Weißglut brachte. Ole stellte Manaro dar, den Anführer der Wehrwölfe, und er war ein wirklich glaubwürdiger Oberwolf, vielleicht auch, weil er als Boss der Grottenolme schon ein wenig Übung darin hatte. Und wenn Enia mit ihren schwarzen Haaren und ihren funkelnden Augen auf die Bühne sprang, hätte man sie tatsächlich für ein Wolfsmädchen halten können. Am stärksten aber verwandelte sich Denise. Kaum war sie Julias Schwester Isabella, wurde aus ihrem Püppchengesicht des Antlitz einer Vampirfrau mit todtraurigem Blick. Und das lag nicht nur an der Schminke und den streng nach hinten frisierten Haaren. Mit jeder Probe spielten sie das Stück flüssiger, und wenn im Finale alle tanzten, schien es Lilly, als würde der Boden des Fitnessraums unter ihren Füßen mitschwingen. Das ganze Leben drehte sich nur noch ums Theater. Sie probten mit und ohne Mr. Wilson, alle zusammen oder in kleinen Gruppen. Die wilden Küken probten sogar beim Ausmisten der Kükenkajüte auf der Mystery, in der Eisdiele oder in der aromatisierten Luft von Verris Wohnzimmer. Und wenn sie nicht probten, nicht notgedrungen in die Schule oder zum Arzt gehen, Mittagessen, Hausaufgaben machen oder schlafen mussten, dann hängten die wilden Küken gemeinsam mit Mareike Plakate auf. Melvin, Adrian und Denise gestalteten die Eintrittskarten, und die Grottenolme und Erik errichteten zusammen mit Lillys Vater die Tribünen im Amphitheater. Inzwischen trennten die Theatergruppe nur noch wenige Tage von der Premiere. Aber mit jedem neuen Probentag rückten die Eitelkeiten und Eifersüchteleien weiter in den Hintergrund, und immer geschlossener zogen alle an einem Strang. Was sie inzwischen miteinander verbannt, war mehr als der Wille, ein Musical auf die Bühne zu bringen. Es war auch mehr als das allmählich bei allen einsetzende Lampenfieber. Sie alle bewohnten das gleiche unsichtbare Land, das zwischen zwei Welten lag, zwischen Musical und Wirklichkeit, in der Mitte von Schein und Sein. Gleich nach Feierabend fuhren Lilly und ihr Vater in dessen Schreinerauto zur Schule, wo Adrian, Melvin, die Grottenolme, Denise und Mareike schon auf sie warteten. Verre konnte mit ihrem Gipsarm sowieso nicht mithelfen, und Bob musste auf ihren kleinen Bruder Sigi aufpassen. Gemeinsam mit Mr. Wilson und Lillys Vater schleppten die Theaterkits Scheinwerfer und Kulissen, die Lautsprecher und Mikrofone, einen zusammengerollten Samtvorhang, der schwer wie ein Teppich war, und schachteln mit ihren Kostümen und Schminksachen über den Schulhof und luden alles in den Lieferwagen. Die morgige Generalprobe sollte schon im Amphitheater stattfinden, und am Freitag war dann Premiere. Da die anderen auf ihren Fahrrädern die Abkürzung durch den Stadtpark nehmen konnten, warteten sie schon zusammen vor dem Bootshaus, als Lilly und ihr Vater mit dem Lieferwagen dort eintrafen. »Erik und sein Vater müssten jeden Moment hier sein!« Demonstrativ drückte Denise die Klinke der abgeschlossenen Tür. »Wo ist Enja?« Lilly zeigte auf Enjas Fahrrad, das an der Bretterwand lehnte. Denise und Mareike zuckten mit den Achseln. Von weiter Fluss abwärts vernahm Lilly ein Schnattern. Während die anderen schon anfingen, den Lieferwagen auszuladen und die Sachen neben dem Bootshaus zu stapeln, lief Lilly den schmalen Pfad am Flussufer entlang durchs Schilfdickicht. Enja stand auf der Landzunge und streichelte Humpelinchen. Lilly ging zu Enja hin, die ihr ein altes Stück Brot reichte, das Lilly bröckchenweise an Humpelinchen verfütterte. »Jetzt kennt sie dich schon!« Enja lächelte, und das Abendlicht schimmerte golden in ihren dunklen Augen. »Wir sind doch wieder Freundinnen?« Lillys Knie berührte Enjas Knie. Trotz Erik? Enja nickte. Eine Weile streichelten und fütterten sie Humpelinchen, und sahen ihr dann dabei zu, wie sie, ihren lahmen Flügel hinter sich herschleifend, in den Schilfgürtel watschelte. Lilly und Enja stolperten lachend über die Landzunge und schließlich hinauf auf das höher gelegene Ufer. Neugierig bückte Enja sich. »Hast du das verloren?« Sie hob einem grasliegendes Taschenmesser auf. Die roten Griffe waren etwas abgewetzt, und zwischen den eingeklappten Werkzeugen hatte sich Erde angesammelt. »Funktioniert noch!« Enja putzte den Dreck von der Klinge und steckte das Taschenmesser dann ein. Am Bootshaus herrschte jetzt reges Treiben. Erik schloss gerade die Tür auf, und sein Vater unterhielt sich am Schreinerauto mit Stefan Holler. Lillys Vater bedankte sich gerade im Namen der Theater AG dafür, die Technik und die Requisiten über Nacht im Bootshaus einschließen zu dürfen. Bevor alle sich verabschiedeten und nach Hause fuhren, versammelten sie sich noch einmal im Amphitheater. Die Tribünen, die Lillys Vater zwischen die Ruinen der Steinstufen gebaut hatte, verströmten den angenehmen Geruch von Holz. Eine Grille zirpte, und die im Lauf der Jahrhunderte glattgewetzten Steine schienen im roten Abendlicht zu glühen. Ole sprang auf die Bühne und deklamierte einen Satz aus einer seiner Szenen. »Die alte Feindschaft lebe fort in euren jungen Herzen!« Er verbeugte sich übertrieben. »Luna, reicht mir eure Hand und helft mir hinfort von diesem grässlichen Ort!« Und obwohl er für Lilli ja eigentlich unsichtbar war, reichte sie Ole die Hand und half ihm von der Bühne. Am Donnerstag konnte Lilli sich kaum auf den Unterricht konzentrieren, weil ihre Gedanken immer nur um den dunklen Wald der Wehrwölfe und die Felsenburg der Vampire kreisten. Gleich nach der Schule machten sich die Vampire und Wehrwölfe in Begleitung von Mr. Wilson auf den Weg zum Bootshaus. Erik schloss auf und dann schleppte die ganze Theatergruppe erst einmal die Kulissen ins Amphitheater. Nach Feierabend kamen auch Lillis Vater und Luisa dazu und sie waren bei weitem nicht die einzigen Erwachsenenhelfer. Oles und Littles Mutter half mit den Kostümen, Adrians Eltern brachten kalte und heiße Getränke und Bobs Vater verlegte die Stromkabel vom Bootshaus ins Amphitheater. Mareikes Vater hockte auf Mitchs und Verris Vampirthron und telefonierte mit der Lokalredaktion der Zeitung. »Natürlich ist es nur die Generalprobe, aber wir brauchen doch ein Foto für die Ankündigung der Premiere in der Morgenausgabe.« Eine Stunde vor Beginn der Generalprobe, zu der das gesamte Lehrerkollegium samt Direktor eingeladen war, steckten Lillis und alle anderen Vampire und Wehrwölfe bereits in ihren Kostümen und waren fix und fertig geschminkt. Lillis lief zum höchsten Punkt des Amphitheaters und setzte sich auf die sonnenwarme Steinstufe. Zufrieden betrachtete sie das Bild, das sich ihr bot. Der zwischen zwei knorrigen Baumstämmen gespannte Vorhang war geöffnet und gab den Blick auf die Kulissen frei. Wenn sie die Augen zusammenkniff, verwandelten sich die Bäume aus bemaltem Karton in den dunklen Wald und die grauen Steinbrocken aus Pappmaché wurden zu dem schroffen Gebirge, das die Felsenburg umgab. Auf einem der Felsen klebte ein giftig aussehendes Reptil. Lilly musste lächeln, als sie darin den Feuersalamander der Grottenäume wiedererkannte. Mareikes Vater war gleich, nachdem der Fotograf aufgetaucht war und ein Foto von der ganzen Truppe inmitten der fertigen Kulisse geknipst hatte, wieder verschwunden. In ihren Vampir- und Wehrwolfkostümen saßen Bob, Enja und Ferry zusammen mit Denise, Mareike, Adrian und Melvin auf der Bühne und unterhielten sich schon sichtlich nervös über die bevorstehende Generalprobe. Romeo Erik hatte sich mit seinem Textbuch in den Schatten der Büsche zurückgezogen und wiederholte seinen Part, während die Grottenäume die Mikrofone und die Musikanlage testeten. Immer wieder halten verschiedene Rhythmen und Liedanfänge durch das Theater. Von hier oben sah Lilly sogar das Bootshaus und dahinter die Landzunge am Flussufer. Luisa und Henriette hängten zusammen mit Adrians Eltern am Eingang des Amphitheaters noch ein weiteres Plakat auf. Lilly suchte mit den Augen nach ihrem Vater und stutzte. Er und Mr. Wilson saßen an das Schreinerauto gelehnt im Gras und redeten angeregt miteinander. Eine Viertelstunde später warteten die Schauspieler hinter den Kulissen auf ihren Auftritt. Mr. Wilson bediente die Licht- und Tontechnik. Liddle saß als zu flören seinem hohlen Felsen versteckt und streckte den Kopf aus dem nur von der Bühne aus sichtbaren Kuckloch. Toi, toi, toi! Und im gleichen Atemzug erklärte er Theaterleute sind sehr oft abergläubisch. Der richtige Wunsch lautet nicht viel Erfolg oder so ähnlich, sondern einfach nur Toi, toi, toi! Und ihr dürft euch nicht bedanken, das bringt nämlich Unglück! Das ganze Ensemble konzentrierte sich. Von fern hörte man eine Ente schnattern, vielleicht Tumpelinchen. Dann herrschte absolute Stille. Bob setzte ihre Klarinette an den Mund und langsam zogen Mitch und Melvin den Vorhang auf. Lili lugte über einen der Pappmaché-Felsen und erkannte ihre Eltern und etliche Lehrer im Publikum. Mareikes Vater saß neben dem Schuldirektor in der ersten Reihe. Bob spielte fehlerlos. Mareike tanzte ihr erstes Solo so perfekt wie noch nie und Mitch und Barry ernteten gleich bei ihrem ersten Auftritt laute Lacher. Alles lief gut. Mareike rettete Erik vor dem Ertrinken. Erik folgte seiner Retterin bis an die Vorderkante der Bühne, breitete die Arme aus, holte Luft und fing an. So sagt mir euren Namen, damit ich weiß, wer mich aus der Tiefe zurück ins Leben holte, hätte er sagen müssen, das konnte sogar Lili auswendig. Damit ich weiß, wiederholte Erik. Lili sah, wie verzweifelt er die Fäuste ballte. Sie drückte ihm die Daumen so fest, dass es wehtat. Damit ich weiß, sagte Erik zum dritten Mal. Littel in seinem hohlen Felsen flüsterte so laut, damit ich weiß, wer mich aus der Tiefe zurück ins Leben holte, dass nicht nur Lili es hinter den Kulissen hörte, sondern wahrscheinlich auch der Schuldirektor in der ersten Reihe. Nur Erik schien taug zu sein. Verdammt, ich kann das nicht! Erik riss sich den Wolfspelz vom Leib. Ich hab, sobald da so viele Leute, ich krieg dann, jedenfalls, verdammt! Er warf den Pelz auf die Bühne, rannte verzweifelt hinter die Kulissen und tockte sich neben dem Mischpult auf den Boden. Mr. Wilson gab Littel ein Zeichen und etwas umständlich kletterte Littel aus seinem Souffleur-Felsen. Er legte sich den Wolfspelz um die Schultern und räusperte sich. Damit ich weiß, wer mich aus der Tiefe zurück ins Leben holte! Littel spielte die Rolle des Romeo zwar etwas hölzern, aber vom Text her fehlerfrei bis zum Happy End. Die Wehrwölfe und die Vampire tanzten zum Schlusslied von Romeo und Julia, umringten das Paar und hoben es hoch. Der letzte Akkord verklang, das Licht ging aus, der Vorhang zu, Applaus ertönte. Die Schauspieler verbeugten sich und applaudierend näherte sich das Publikum der Bühne. »Wo ist Erik?« flüsterte Lilli inmitten dieses Durcheinanders Inja zu. Inja sah sich ebenfalls suchend um, während Lilli schon loslief. Inja folgte ihr und gleichzeitig erreichten beide das Bootshaus. Erst konnte Lilli Erik auch hier nicht entdecken, aber dann vernahm sie über sich eine leise Stimme und hob den Kopf. »Deshalb wollte ich die Rolle nicht, weil ich die ganze Zeit genau davor Angst hatte. Scheiße, Mann!« Auf dem Dach des Bootshauses zeichneten sich zwei dunkle Silhouetten gegen das Abendrot ab. Erik und Ole hockten nebeneinander und redeten, ohne die Mädchen am Flussufer zu bemerken. Lilli fasste nach Injas Hand und bedeutete ihr, leise zu sein. »Bei meinem ersten Basketballspiel im Verein«, sagte Ole, »saß ich die ganze Zeit auf der Ersatzbank. Es stand unentschieden und in der letzten Minute wurde ich eingewechselt. »Ich wette, du hast den Punkt gemacht«, Ules Schatten lachte. »Hätte ich. Wenn mir nicht...« »Schwör, dass du das für dich behältst«, Erik hob die Hand. »Ich bin fast am Korb. Da rutscht mir die Hose runter und ich fall der Länge nach hin. Ich hatte noch kein eigenes Trikot und das Geliehne war mir zwei Nummern zu groß.« Erik lachte. »Das hast du jetzt erfunden!« »Nur übertrieben«, Ole schüttelte den Kopf und lachte ebenfalls. Erik schluckte. »Mein Vater hat recht. Ich bin eben kein Schauspieler. Lieber rudere ich eine Woche stromaufwärts.« »Die Mädchen jedenfalls stehen auf dich«, erwiderte Ole. »Du Romeo!« »Die nerven mich alle«, Erik seufzte. »Bis auf eine vielleicht.« »Komm, wir gehen wieder zu den anderen, bevor sie uns vermissen.« Ole sprang vom Dach und kurz nach ihm landete auch Erik im Gras. Flugs huschten Lilly und Enja ins nächste Gebüsch. Ohne sie zu entdecken, schlenderten die beiden Jungs an ihnen vorbei zurück Richtung Amphitheater. Der Freitag war noch heißer und schwüler als der Donnerstag und Lilly schien es, als würde die ganze Stadt nur einem einzigen Ereignis entgegenfiebern. Der Premiere von »Una amore impossibile«. Auf dem Schulhof, an der Wand der Fahrradhalle und in der Aula, überall hingen Plakate für ihr Musical. Und auch auf dem Heimweg von der Schule begegnete Lilly ihnen, an der Litfaßsäule beim Stadtbrunnen, am Eingang vom Flusscafé und am Geländer der Nepomukbrücke. Außerdem prangte heute ein großes Foto der Theater AG als Aufmacher im Lokalteil der Zeitung. Am Nachmittag fuhr Lilly noch schnell zu Weiherwiese und versorgte eilig die Hühner, sang auf dem Fahrrad ihren Text gegen den Wind und als sie viel zu früh am Amphitheater eintraf, war dort schon fast die ganze Theatergruppe versammelt. »Erik bleibt bei seiner Entscheidung«, empfing Enya sie. »Er spielt nicht.« »Nicht mal Mr. Wilson konnte ihn umstimmen«, ergänzte Bob. »Little übernimmt seine Rolle und Erik macht den Souffleur.« »Und wo ist Erik jetzt?« Noch etwas außer Atem stellte Lilly ihr Fahrrad ab. Da entdeckte sie ihn auch schon zwischen den Kulissen. Prüfend schaltete Erik eine Taschenlampe ein und aus und befestigte sie dann mit Klebeband im Hohlraum des Souffleur-Felsens. »Little kann das ganze Stück auswendig«, erklärte Wary. »Aber Erik muss wohl oder übel im Textbuch mitlesen, um einsagen zu können.« Schon eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn waren die Tribünen fast voll besetzt. Mareike redete kurz mit ihrem Vater und kam dann mit finsterer Miene zurück hinter die Kulissen. »Was ist denn los? Ist niemand von der Zeitung da?« Wary schmierte sich weiße Schminke ins Gesicht. »Sie feuern Mr. Wilson!« Mareike verschränkte wütend die Arme. Bob steckte das Mundstück an ihre Klarinette. »Wer sagt das?« »Mein Vater. Er ist doch im Elternbeirat.« Mareike zeigte auf Herrn Sattler, der sich gerade mit dem Schuldirektor unterhielt. Lilly schaute zu Mr. Wilson, der zusammen mit Luise am Eingang des Amphitheaters Eintrittskarten verkaufte. »Aber wieso?« »Sie versetzen ihn nach Berlin,« erzählte Mareike. »Wahrscheinlich, weil er so kreative Unterrichtsideen hat, die nicht jedem gefallen.« Aufgebracht gestikulierte Wary mit ihrem Gips. »Da hat man einmal einen coolen Lehrer. Dann wird er gleich strafversetzt.« Jetzt drückten auch die anderen Mitglieder der Theatergruppe näher, und nach ein paar Minuten aufgeregten Tuschelns wählte das Ensemble Lilly zur Sprecherin. Und von da ab verspürte Lilly doppeltes Lampenfieber. Wegen ihrer Rolle als Luna, aber fast noch mehr wegen ihres bevorstehenden Auftritts als Lilly Holler. Der als Romeo kostümierte Lidl lag zwischen den Bäumen aus Pappe im dunklen Wald und machte Atemübungen. Erik legte sein Textbuch in den Souffleur-Felsen und entdeckte, dass die mit Klebeband befestigte Taschenlampe schon wieder heruntergefallen war. Er griff in den Felsen und schaltete sie ein. Zum Glück funktionierte sie noch. Ole reichte ihm ein Stück Schnur und Erik knotete die Taschenlampe mit einem Palsteak ans Drahtgerüst des Felsens. »Hat jemand mal ein Messer?« Er spannte das übrig gebliebene Schnurende. Inja klappte das rote Taschenmesser auf und säbelte damit die Schnur durch. »Hey, das ist ja meins!« Erik zeigte oft das Messer in Injas Hand. »Das habe ich am Flussufer gefunden, bei der Landzunge.« Inja klappte es zusammen und gab es Erik. »Ich bin so oft an der Landzunge.« Zufriedenschub Erik das Messer in die Tasche. »Ich füttere da immer so eine flügelarme Ente.« »Ich auch.« Inja lächelte Erik an. Der aber sah verwundert an ihr vorbei. »Papa?« Eriks Vater kletterte zu seinem Sohn auf die Bühne. »Junge, du bist ja noch gar nicht umgezogen. Es geht doch gleich los.« »Aber was machst du denn hier?« Erik starrte seinen Vater an wie ein Geist. »Heute ist doch Vorstandssitzung vom Ruderclub.« »Ich sitze in der zweiten Reihe links.« Eriks Vater boxte seinem Sohn freundschaftlich auf den Oberarm. »Toi, toi, toi, Romeo!« Dann verschwand er wieder. Fassungslos schaute Lilly Erik an. »Sein Vater hatte offensichtlich keine Ahnung von der Umbesetzung.« »Haltet euch bereit!« Mr. Wilson streckte den Kopf durch den geschlossenen Vorhang. »In zehn Minuten geht es los. Wir sind so gut wie ausverkauft.« Alle machten ihre Atemübungen. Auch Lilly atmete tief und langsam ein und aus. Little seufzte und verdrehte die Augen. »Mann, ist mir schlecht!« »Little, was hast du denn plötzlich?« Besorgt rüttelte Ole seinen Bruder an der Schulter. »Ich glaube, ich habe das Gleiche wie Erik gestern.« Der Ersatz-Romeo war leichenblass und presste sich beide Hände an die Brust. »Das ist die nervöse Anspannung des Schauspielers vor seinem Auftritt.« »Lampenfieber!« seufzten mehrere Wehrwölfe und Vampire schwach. »Konzentrier dich auf das Licht!« Mitch schaltete seine Silberlanze ein und bewegte sie langsam vor Littles unruhigen Augen hin und her. Entschlossen schob Erik den Vampirgrafen samt seiner Lanze beiseite. »Ich spiele den Romeo!« Er kniete sich neben Little. »Wenn du einverstanden bist, tauschen wir wieder zurück!« Dankbar zog Little das Wehrwolf-Kostüm aus und Erik schlüpfte rasch hinein. Eine Windböstrich über das Amphitheater. Über den Baumwipfeln des Stadtparks ballten sich dunkle Wolken zusammen. Die Luft war schwül und drückend und Lilly schwitzte. Die Schauspieler nahmen ihre Position auf der Bühne ein. Während Mr. Wilson vor dem geschlossenen Vorhang seine Begrüßungsrede hielt, wuchs in Lilly die nervöse Anspannung, von der Little eben gesprochen hatte, bis ins Unerträgliche. »Vielen Dank für Ihr zahlreiches Erscheinen«, beendete Mr. Wilson seine Rede. »Und jetzt Bühne frei für Un Amore Imposibile«. Mitch und Melvin zogen den Vorhang auf. Aber anders, als sie es so oft geprobt hatten, fing Bob nicht mit ihrer Klarinettenmelodie an. Stattdessen trat Lilly nach vorne und Ole schaltete den großen Scheinwerfer ein. Etwas geblendet blinzelte Lilly in Mr. Wilsons verwirrtes Gesicht, der sich soeben in die erste Reihe gesetzt hatte, und pustete in ihr Mikrofon. »Sehr verehrte Gäste«, fing sie an. »Wir widmen die Uhr Aufführung unseres Musicals Mr. Wilson.« Das Publikum klatschte. »Aber unser Stück ist auch ein Protest gegen die Schulleitung.« Luisa, die zwischen Lillys Vater und Opa Ferdinand in der dritten Reihe saß, schüttelte besorgt den Kopf. »Mr. Wilson hat vielleicht ein paar ungewöhnliche Ideen, aber er ist ein echt guter Lehrer.« Ein Raunen ging durchs Publikum, und Mr. Wilson sprang auf und gab Lilly Zeichen, aber unbeirrt fuhr sie fort. »Er gehört zu unserem Ensemble, und ein Ensemble ist mehr als die Summe seiner Mitglieder. Alle sind gleich wichtig, und jeder muss sich auf jeden verlassen können. Und wenn Mr. Wilson jetzt strafversetzt wird, dann streiken wir. Nicht auf der Bühne, aber in der Schule. Wir alle.« Auf dieses Stichwort hin traten Bob, Verri, Enja, Mareike und Denise, Adrian, Melvin, Erik und die Grottenolme nach vorne. Schulter an Schulter stand die ganze Theatergruppe im Scheinwerferlicht. Auf den Tribünen herrschte eine Sekunde lang Totenstille. Dann sprangen sowohl Mr. Wilson als auch Schuldirektor Krämer auf. Zum Glück war Mr. Wilson schneller. Er kletterte auf die Bühne und nahm Lily das Mikrofon aus der Hand. »Lily, ihr alle, verehrtes Publikum, das Ganze ist ein Missverständnis!« Er fuhr sich durch die Haare. »Ich werde nicht strafversetzt. Ich selbst habe um die Versetzung nach Berlin gebeten. Wir reden später darüber, aber...« Er drehte sich zu seiner Theatergruppe herum und schluckte. »Aber, was ihr hier für mich getan habt, das ist... Ihr seid wirklich gute Schüler. Und dafür danke ich euch. Aber... Ihr seid auch gute Schauspieler. Und jetzt... Zeigt, was ihr könnt!« Der Scheinwerfer ging aus. Inzwischen hatte sich der Himmel zugezogen. Vor lauter Verwirrung wusste Lily gar nicht mehr, was sie denken sollte. Und den anderen erging es wohl ähnlich. Aber als dann ganz leise Bobs Klarinettenmelodie ertönte, waren alle auf Position. Ole bediente den roten Scheinwerfer und drehte ihn langsam heller. Lily und die anderen Vampire tanzten in die Morgendämmerung. Da zuckte ein jäher Blitz am Himmel. Der Strom fiel aus und schon krachte ein Donnerschlag durch die plötzliche Dunkelheit. Schwere Regentropfen klatschten Lily ins Gesicht. Ein heftiger Windstoß riss den Theatervorhang aus der Halterung und erbsengroße Hagelkörner prasselten auf die Bühne. Wir müssen aufhören, schrie Mr. Wilson und dann brach das Chaos los. Ein Teil der Zuschauer suchte Schutz im Bushäuschen am Rande des Stadtparks. Andere liefen über die Hängebrücke Richtung Flusscafé. Der Rest flüchtete sich in die an der Promenade parkenden Autos. Das Geräusch der startenden Motoren mischte sich in das nachlassende Donnergrollen. Immer wieder tauchten Blitze, die Szenerie in grelles Licht. Es hatte inzwischen aufgehört zu hageln. Dafür schüttete es jetzt wie aus Eimern. Innerhalb weniger Minuten war das Amphitheater leergefegt. Die Theatergruppe, Mr. Wilson und einige Eltern schafften im Laufschritt die Scheinwerfer, die Tonanlage und den tragbaren Teil der Kulissen zum Bootshaus. Mareikes Vater, Henriette Roland sowie Adrians, Bobs und Verris Eltern holten ihre Autos und nahmen Mareike, Denise, Bob und Opa Ferdinand, Verri, Enja und deren Mutter sowie Adrian, Melvin und die Grottenolme mit. Im Schein seiner Taschenlampe warf Eriks Vater die nassen Kabel in eine Ecke des Bootshauses. Er machte sich kurz am Sicherungskasten zu schaffen und knipste dann das Licht an. Im Schein der von der Decke baumelnden Schiffslampe hockten sich Lily, Luisa, Lillys Vater und Mr. Wilson zwischen die aufgetürmten Requisiten. Erik und sein Vater verteilten Handtücher mit dem Emblem des Ruderclubs und ein paar Decken. Eine Weile lauschten alle auf den Regen, der auf den Fluss prasselte und über ihnen aufs Dach trommelte. Und wieso wollen Sie nach Berlin? brach Eriks Vater das Schweigen. Ich hab dort eine Tochter. Mit beiden Händen umschloss Mr. Wilson das um den Nacken gelegte Handtuch. Und ich hab sie viel zu lange im Stich gelassen. Auch wenn du mit ihrer Mutter nicht mehr zusammenkommst, Lillys Vater berührte Mr. Wilson an der Schulter. Es ist die richtige Entscheidung. Luisa und Lily sahen sich verwundert an. Offensichtlich wusste Lillys Vater mehr über Mr. Wilson, als sie beide bis vor kurzem noch vermutet hätten. Nicht, dass du dich noch erkältest. Eriks Vater hüllte seinen Sohn in die letzte freie Decke. Erik wehrte ab. Das nächste Rennen ist doch erst in fünf Wochen. Aber eure Premiere nicht. Eriks Vater zog die Decke noch fester um Erik. Die wird doch sicher bald nachgeholt. Immer langsamer fielen die Tropfen, bis es schließlich ganz aufhörte zu regnen. Lillys Vater erhob sich. Wir sind sechs Leute. Ich bringe uns lässig alle in meinem Auto unter. Es ist halt nur voller Sägemehl und parkt fast ganz oben an der Nepomuckbrücke. Stefan Holler fuhr zuerst Eriks Vater und Erik nach Hause. Vor dem hell erleuchteten Schaufenster des Schreibwarenladens blieb Erik kurz stehen, winkte Lilly zu und lief dann seinem Vater hinterher in die Durchfahrt. Auf dem Weg zu seiner Wohnung erzählte Mr. Wilson von dem Besuch in Berlin. Er machte wenig Worte und lange Pausen. Als er vor seinem Wohnhaus ausstieg, hielt er die offene Schiebetür des Autos noch einen Augenblick fest. Danke. Fürst nach Hause bringen. Er sagte es so, dass alle wussten, er meinte nicht nur die Fahrt durch die regennasse Stadt. Mit Schwung schob er die Tür zu. Lillys Vater drehte den Zündschlüssel im Schloss und fuhr wieder los. Daheim angekommen, lief Lilly noch schnell zu ihren Nachbarn, den Friedemanns, die auf Sneaker aufgepasst hatten. Frau Friedemann gab Lilly die Hundeleine und verabschiedete sich von ihrem Schützling mit einem Kraulen. Ach ja, Lilly, jetzt hätte ich es fast vergessen. Vorhin wurde auch ein Paket für euch abgegeben. Luisa kam bereits im Schlafanzug aus dem Bad und setzte sich fröstelnd aufs Sofa. Lillys Vater zündete die Kerze auf dem Couchtisch an und er dem Sneaker es sich soeben bequem gemacht hatte. Das wurde bei den Friedemanns für uns abgegeben. Lilly holte das Paket aus dem Flur. Luisa schnitt die Verpackung auf und hielt einen Wintermantel in den Händen. Lillys Vater lächelte. Hoffentlich passt er. Luisa schlüpfte hinein. Der ist aber kuschelig. Oh je. Lillys Vater zog an einem der Mantelknöpfe. Der ist dir ja viel zu weit. Aber im Winter passt er mir wie angegossen. Luisa hielt sich die Hand vor den Mund. Oh, jetzt ist es raus. Was? fragten Lilly und ihr Vater gleichzeitig und Sneaker streckte neugierig den Kopf unterm Tisch hervor. Luisa ließ sich aufs Sofa fallen und sank so tief in den Mantel, dass sie fast nicht mehr zu sehen war. Wir drei kriegen ein Baby. Eine Sekunde lang schien die Zeit stillzustehen. Mit großen Augen starrten Lilly und ihr Vater Luisa an. Ein Baby? Lillys Vater ging auf die Knie und nahm Luisas Gesicht zwischen die Hände. Aber das ist ja wundervoll. Er drückte sie glücklich an sich und murmelte immer wieder. Wir bekommen ein Baby. Ich wollte es euch schon die ganze Zeit sagen. Ich wusste nur nicht, wie. Luisa wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel und schniefte. Und ich wusste nicht, ob du dich freust, Stefan. Und was Lilly dazu sagen würde. Sie schaute zu Lilly. Cool! Lilly lachte. Lillys Vater kuschelte sich auf der einen Seite neben Luisa und Lilly auf der anderen. Wie in einem Nest saßen sie zusammen auf dem Sofa, hielten einander umarmt und redeten leise. Und eine Stunde später hing eine Liste am Kühlschrank, auf der Sachen standen wie Kinderwagen, Autositz, Baby-Tragetasche und eine Wiege schreinern. Müde und erschöpft kroch Lilly in ihr Bett. Sie schaltete ihr Nachtlicht aus und schlief mit dem Gedanken ein, bald eine große Schwester zu sein. Lilly stand auf und regelte sich. Sie dehnte verwundert ihre Ärmel. Komisch. Der alte Schlafanzug, den sie ja die ganze Nacht angehabt hatte, fühlte sich irgendwie fremd an. Wie frisch gewaschen oder eingelaufen. Kopfschütteln zog Lilly ihn aus und ihre Lieblingswochenendsachen an. Aber auch die ausgefranste Jeans und die grüne Bluse mit den winzigen Knöpfen schienen ihr nicht mehr so richtig zu passen. Als wären die alten Sachen neu gekauft und Lilly müsste sich erst daran gewöhnen. Lilly stellte sich mit dem Rücken an den Türstock. Sie legte die flache Hand auf den Kopf, behielt den Finger am hölzernen Rahmen und trat einen Schritt zurück. Ihre Fingerspitze zeigte ziemlich genau auf die Zahl, die Luisa bei Lillys letzter Messung vor ein paar Wochen hierhin geschrieben hatte. Minimal gewachsen, murmelte Lilly achselzuckend und öffnete die Tür. Draußen auf dem Gang lauschte sie kurz Richtung Elternschlafzimmer. Leises Lachen und Reden. Lilly schlich hinunter in die Küche und deckte den Frühstückstisch. Sie pflückte ein paar Blumen im Garten und holte die Zeitung aus dem Briefkasten. Aber... Lilly ertastete noch etwas. Sie legte die Blumen auf die Zeitung und griff erneut in den Briefkasten. Was sie herauszog, war ein wie ein Bonbon verpacktes, längliches Päckchen, auf dem ihr Name stand. Lilly hockte sich auf einen Bretterstapel neben dem Zaun, zog die eingedrehten Enden auseinander und wickelte eine winzige Flaschenpost aus dem Papier. Staunend betrachtete sie den verknitterten Luftballon in der kleinen Flasche. Sie fischte ihn heraus, pustete den Ballon auf und hielt ihn gegen die Morgensonne. Er war grün und leuchtete und Lillys Augen leuchteten ebenfalls. Sie lief hinauf in ihr Zimmer und legte auch diese Flaschenpost in ihre Geheimschublade. Wary saß in Lillys Fahrradanhänger und hielt einen Eimer mit Tapetenkleister fest. Bob hatte die Papierstreifen mit dem neuen Premierendatum im Fahrradkorb und Enya spielte Kundschafterin und fuhr immer ein Stück voraus oder in die Seitenstraßen. Ich kann dir ja mal Sigi ausleihen, dann kannst du schon mal große Schwester üben. Bob klebte einen ihrer Papierstreifen über das Musicalplakat an der Litfaßsäule beim Stadtbrunnen. Ich selber bin nur kleine Schwester. Enya zeigte in die Straße Richtung Stadtturm. Da hängt auch noch eins. Lilly schob ihr Rad hinter Enya und Bob her. Ich bin gar keine Schwester. Weder eine große noch eine kleine. Wary seufzte. Ich werde für immer und ewig ein Einzelkind sein. Jetzt heul bloß nicht in den Kleister, rief Bob. Oder willst du ständig die alten Klamotten von deiner großen Schwester auftragen und andauernd deinen kleinen Bruder an der pappigen Hand halten? Ich freue mich jedenfalls, strahlte Lilly. Auf das wilde Miniküken! Bob klatschte einen von Leim triefenden Papierstreifen über das nächste Plakat. Hoffentlich hält das Wetter! Sie sah in den leicht bewirkten Himmel. Wary bedient ihr Smartphone. Ruhige spätsommerliche Wetterlage. Zum Glück hielt die ruhige spätsommerliche Wetterlage an bis zum nächsten Wochenende. Und vielleicht war es auch Glück, dass die Premiere zuerst ins Wasser gefallen war, denn heute strömten noch viel mehr Menschen in das alte Amphitheater im Stadtpark. Kostümiert und geschminkt stand Lilly hinter dem geschlossenen Vorhang und linste seitlich durch den Schlitz. Sie entdeckte Opa Ferdinand und ihre Eltern im Publikum. Gleich daneben saß Bobs Familie, Anna und Jens, Bobs Oma und Bobs Geschwister Julia und Sigi. Gerade zwingte sich Justin, Julias Freund, neben sie. Ein paar Reihen davor nahm soeben Wary's Opa Hinsgen zusammen mit Frau Schrader Platz, die er damals auf der Italienreise der wilden Küken in Rocca Mare kennengelernt hatte. Wary's Eltern unterhielten sich in der ersten Reihe mit Adrians Mutter. Eriks Vater, der vorhin mehrmals zwischen Bootshaus und Theater hin und her gelaufen war, um die Kabel zu überprüfen, schüttelte jetzt unermüdlich die vielen Hände des vollzählig erschienenen Ruderclubs. Schau mal, wer gekommen ist! Mit ihrer Klarinette in der Hand trat Bob neben Lilly und zeigte auf die steinernen Sitzreihen hinter den Holztribünen. Erst dachte Lilly, Bob würde Kaplan Hoffmann meinen, der sich gerade hinter dem Lehrerkollegium einen Platz suchte, aber dann entdeckte sie Colin, den Jungen aus dem Feriencamp, der sich soeben neben Frau Finkenzelle aus der Bibliothek niederließ. Bob strahlte. Mr. Wilson erschien hinter den Kulissen. Macht euch bereit! Die Wehrwölfe und Vampire verteilten sich auf der Bühne. Little verschwand im Souffleur-Felsen, Bob machte Fingerübungen auf ihrer Klarinette und auch Lilly nahm ihre Position hinter den Pappfelsen ein. Plötzlich erklang hinter ihr eine Stimme. Lilly! Mama! Lilly blieb vor Überraschung fast die Luft weg. Nadja stieg über die Kabel und tuscht um einen Pappfelsen herum. Überglücklich umarmte Lilly ihre Mutter, die in Motorradkluft steckte, einen Helm in der Hand hielt und trotz der schweren Stiefel leicht wie eine Feder wirkte. Ich bin von Calais aus durchgefahren. Dein Vater hat mir Bescheid gesagt. Nadja strich über Lillys bleichgeschminkte Vampirwangen. Toi, toi, toi! Geduckt schlich sie von der Bühne. Lilly atmete durch. Dann zogen Mitch und Melvin den Vorhang auf. Ein leiser Klarinettenton erklang und schwoll immer stärker an. Ole bediente den roten Scheinwerfer und drehte ihn langsam heller. Lilly und die anderen Vampire tanzten in die Morgendämmerung und Graf Mitch warnte sie davor, jemals die magischen Halsketten abzunehmen. Bob schilderte mit ihrer Erzählerstimme, dass im dunklen Wald die ärgsten Feinde der Vampire lebten und schon erschien das Rudel der Wehrwölfe auf der Bühne. Mareike hatte ihren ersten Solo-Auftritt und rettete danach Erik vor dem Ertrinken. Alles ging gut. Ole war ein grausamer Manaro. Adrian spielte Lamiko, genau wie man sich einen treuen Wolfsfreund vorstellte. Melvin gab den alten, weisen Grigio und Enya wirbelte als junge Wölfin Lupa über die Bühne. Mitch und Verri waren die Lieblinge des Publikums, das oft über sie lachte und als Mitch zu seiner Gräfin sagte, »Wie schön blass du heute wieder bist, mein Vampir-Schätzchen!« gab es sogar Szenenapplaus. Mareike spielte eine strahlend schöne Julia. Denise gab ihrer Rolle noch mehr Tiefe und Lilly tanzte, als hätte das Vampirmädchen Luna echte Flügel. Und Erik? Er schaute zwar mindestens so häufig zu Little wie in Julias Gesicht, aber das merkte im Publikum niemand. Am Schluss waren alle Akteure auf der Bühne und sangen und tanzten ihr Finale. Lilly sank in den Spagat, breitete die Arme aus und erstarrte bewegungslos. Als wären sie eine Statue, hielten Romy und Julia sich umarmt und Mitch hockte versteinert auf dem Schoß der Vampirgräfin, die ihn mit ihrem gebrochenen Flügel umfing. Nicht nur die Schauspieler hielten den Atem an, die ganze Welt schien stillzustehen. Bis aufbrausender Applaus sie wieder in Gang setzte. Immer wieder mussten sich die Schauspieler verbeugen, so unermüdlich klatschte das Publikum. Und als Mr. Wilson Bob nach vorne zog und sie als die Autoren des Stücks vorstellte, ertönten Bravo-Rufe und ein Teil des Publikums klatschte stehend, bis sich die Ovationen plötzlich in fröhliches Gelächter verwandelten. Ein Pappmaché-Felsen erhob sich aus den Kulissen, wanderte auf zwei Beinen an den Bühnenrand und verbeugte sich ebenfalls. Es war eine laue Sommernacht und auch nach der Premiere blieben noch viele Gäste und feierten mit der Theatergruppe im Amphitheater. Melvin stand an der Tonanlage und spielte den Discjockey. Aber bisher waren Frau Schley und Mr. Wilson die einzigen Tänzer auf der freigeräumten Bühne. Wary, Bob und Enya wurden von ihren Familien in Beschlag genommen. Der Ruderklub ließ Erik gerade lautstark hochleben und irgendjemand schlug vor, er solle sein Boot von Pinguin in Romeo umtaufen. Inmitten all des Trubels saß Lilly mit ihrem Vater, Luisa und Nadja auf den Steinstufen. Erst erzählte Nadja von London, aber da rückte Luisa näher zu ihr heran. Ich muss dir auch was sagen, Nadja. Du bist schließlich unsere Trauzeugin und Stefan und ich, wir, wir bekommen ein Baby. Gespannt sah Lilly in Nadjas grüne Augen. Lachend umarmte Nadja Luisa und nahm die Hand von Lillys Vater. Wird auch Zeit, dass Lilly eine Schwester bekommt. Wer sagt denn, dass es ein Mädchen wird? Lillys Vater lächelte genauso erleichtert wie Lilly. Egal, was es wird. Nadja schlang die Arme um Lilly. Es hat die beste große Schwester der Welt. Nadja hielt Lillys Hand, bis Opa Ferdinand die Stufen heraufkam und sie zum Tanz aufforderte. Und wer tanzt mit mir? fragte Luisa. Lillys Vater warf Lilly einen Blick zu. Papa natürlich, sagte Lilly und beobachtete, wie Luisa und ihr Vater Nadja und Opa Ferdinand auf die Bühne folgten. Froh, eine Weile für sich allein zu sein, lief Lilly aus dem Licht der Premierenfeier hinaus in die Dunkelheit. Zwischen zwei parkenden Autos standen Denise und Adrian und hielten Händchen, also wechselte Lilly die Richtung und wanderte weiter bis zur Hängebrücke. Genau in der Mitte setzte sie sich auf die Bohlen. Gedämpft drangen die fröhlichen Stimmen der Premierenfeier herüber und die Seile der Brücke knarzten leise. Über ihr funkelten die Sterne und unter ihr funkelte der Fluss. Plötzlich schwankte die Brücke. Ach, hier bist du! Ole schlenderte zu ihr und setzte sich neben Lilly. Kurz ließen beide die Beine baumeln. Ole war kein bisschen unsichtbar und Lilly war ihm auch nicht mehr böse wegen des kaputten Fensters. Hier! Ole drückte ihr eine kleine Flasche in die Hand. Lilly schaute ihn fragend an. Nummer fünf! Ole kratzte sich am Hinterkopf. Naja, die dritte habe ich kaputt gemacht, weil ich so sauer auf dich war. Er fischte ein Steinchen zwischen den Bohlen der Brücke heraus und warf es in den Fluss. Dass ich dich im Stich gelassen habe, tut mir leid. Lilly schraubte die Flaschenpost auf und nahm das zusammengerollte Stück Papier heraus. Es war kein richtiger Brief, sondern ein Gutschein. Für Ole Roland, den Juniorsportler des Jahres, las Lilly. Ballonfahrt für zwei Personen. Und darunter war von Hand noch etwas hinzugeschrieben. Mitreisende Person, Lilly Holler. Lilly blinzelte auf den Gutschein, sah aber zugleich den Inhalt ihrer Geheimschublade vor sich. Den winzigen Korb, das dünne Seil, den grünen Luftballon und das kleine Sandsäckchen. In Gedanken setzte sie alles zusammen. Also, wenn du willst, der Ballon startet nächsten Sonntag. Ole stand auf und lief zurück zum Premierenfest. Ein paar Tage später radelten die wilden Küken zur Weiherwiese. Wie kommt der denn hierher? Bob bremste so scharf, dass Lilly ihr mitsamt Werry im Fahrradanhänger fast hinten draufgefahren wäre. Bob bückte sich und hob einen gelben Hühnerring aus Plastik auf. Ein paar Meter entfernt warf Enja ihr Rad ins Gras. Da liegt auch einer. Lilly beschattete ihr Gesicht mit der flachen Hand. Unser Freundschaftsband hängt noch. Friedlich lag die Mystery auf dem Weiher. Und soweit Lilly es von hier aus erkennen konnte, wandte sich die Girlande aus bunten Hühnerringen unversehrt um die Reling. Da sind auch welche. Bob lief Richtung Keltenwald und bückte sich alle paar Schritte nach einem weiteren Hühnerring. Die bunten Spiralen einsammelnd bewegten sich die wilden Küken immer weiter auf den Waldrand zu. Wetten, die Spur hat Erik für uns gelegt? Enja raschelte mit den Hühnerringen in ihrer Jackentasche. Hier sind ganz viele. Im Schatten einer dicken Buche kniete Werry sich ins Moos. Lilly, Bob und Enja gesellten sich zu ihr und lasen die Ringe auf. Plötzlich fiel aus dem ausladenden Geäst über ihnen ein schweres Netz auf sie herab. Nicht schon wieder, Werry stöhnte. Kreischend schlugen Lilly, Bob und Enja um sich und verstrickten sich dadurch nur noch schlimmer in den Maschen. Meine Oma hat noch einen zweiten Beutel mit Hühnerringen, ertönte eine Stimme über Lilly. Oben im Geäst hockte Erik und grinste. Links und rechts von ihm grinsten Ole, Little und Mitch. Die vier Jungs sprangen aus dem Baum. Ole reichte Lilly die Hand, Mitch zerrte Werry aus dem Netz und Little unterstützte Bob. Geduldig befreite Erik Enjas verheddertes Bein. Er trug gehäkelte Schweißbänder an den Handgelenken und als er Enja auf die Beine half, hielt er sie ein klein wenig länger fest als nötig. »Eins zu null für die Grottenolme«, rief Ole. »Das schreiben wir jetzt gleich in unser Bandenbuch.« Little verschwand kurz und kehrte mit dem Bandenbuch der Jungs unterm Arm wieder zurück. Auf dem Umschlag erkannte Lilly nicht nur die drei bekannten Buchstaben O, L, M, sondern dahinter einen neuen, ein E. »Ole, Little, Mitch und Erik«, murmelte Enja, und dann las sie die Anfangsbuchstaben als ganzes Wort. »Olme«, sie nahm zwei der Hühnerringe und drehte die Spiralen ineinander. Lilly fügte ebenfalls zwei Ringe zusammen, und dann hockten die wilden Küken und Grottenolme gemeinsam am Waldrand, und die Kette aus Hühnerringen wurde länger und länger. Am nächsten Sonntag war Lilly mindestens so aufgeregt wie vor der Premiere von »Unamore Impossibile«. Der Ballonfahrer half Ole und ihr in den Korb. Über ihnen fauchte die lodernde Flamme des Brenners. Die Helfer am Boden lösten die Leinen, und rasch gewann der grüne Ballon an Höhe. Immer kleiner wurde die Welt, bis sie schwebten. Lilly griff nach Oles Hand und hielt sich an ihm fest. So leicht fühlte sie sich. Allianz